1984 von George Orwell Erster Teil, erstes Kapitel Es war ein klarer, kalter Tag im April und die Uhren schlugen gerade 13, als Winston Smith, das Kinn an die Brust gepresst, um dem rauen Wind zu entgehen, rasch durch die Glastüren eines der Häuser des Victory Blocks schlüpfte, wenn auch nicht rasch genug, als das nicht zugleich mit ihm einen wirbelgrießigen Staubs eingedrungen wäre. Im Flur roch es nach gekochtem Kohl und feuchten Fußmatten. An der Rückwand war ein grellfarbiges Plakat, das für einen Innenraum eigentlich zu groß war, mit Reißnägeln an der Wand befestigt. Es stellte nur ein riesiges Gesicht von mehr als einem Meter Breite dar. Das Gesicht eines Mannes von etwa 45 Jahren, mit dickem, schwarzem Schnauzbart und ansprechenden, wenn noch derben Zügen. Winston ging die Treppe hinauf. Es hatte keinen Zweck, es mit dem Aufzug zu versuchen. Sogar zu den günstigsten Stunden des Tages funktionierte er nur selten und zur Zeit war tagsüber der elektrische Strom abgestellt. Das gehörte zu den wirtschaftlichen Maßnahmen der in Vorbereitung befindlichen Hasswoche. Die Wohnung lag sieben Treppen hoch und der 39-jährige Winston, der über dem rechten Fußknöchel dicke Krampfaderknoten hatte, ging sehr langsam und ruhte sich mehrmals unterwegs aus. Auf dem Treppenabsatz starrte ihn gegenüber dem Liftschacht das Plakat mit dem riesigen Gesicht an. Es gehörte zu den Bildnissen, die so gemalt sind, dass einen die Augen überall hin verfolgen. Der große Bruder sieht dich an, lautete die Schlagzeile darunter. Drinnen in der Wohnung verlas eine klangvolle Stimme eine Zahlenstatistik über die Rohheisenproduktion. Die Stimme kam aus einer länglichen Metallplatte, die einem stumpfen Spiegel ähnelte und rechter Hand in die Wand eingelassen war. Winston drehte an einem Knopf und die Stimme wurde daraufhin etwas leiser, wenn auch der Wortlaut noch zu verstehen blieb. Der Apparat, ein sogenannter Televisor oder Hörseeschirm, konnte gedämpft werden, doch gab es keine Möglichkeit, ihn völlig abzustellen. Smith trat ans Fenster, eine abgezerrte, gebrechliche Gestalt, deren Magerheit durch den blauen Trainingsanzug der Parteiuniform noch betont wurde. Sein Haar war sehr hell, sein Gesicht unnatürlich gerötet, seine Haut rau von der groben Seife, den stumpfen Rasierklingen und der Kälte des gerade überstandenen Winters. Die Welt draußen sah selbst durch die geschlossenen Fenster kalt aus. Drunten auf der Straße wirbelten schwache Windstöße, Staub und Papierfetzen in Spiralen hoch. Und obwohl die Sonne strahlte und der Himmel leuchtend blau war, schien doch alles farblos, außer den überall angebrachten Plakaten. Das Gesicht mit dem schwarzen Schnurrbart blickte von jeder beherrschenden Ecke herunter. Ein Plakat klebte an der unmittelbar gegenüberliegenden Hausfront. Der große Bruder sieht dich, hieß auch hier die Unterschrift, und die dunklen Augen bohrten sich tief in Winstons Blick. Drunten in Straßenhöhe flatterte ein anderes, an einer Ecke eingerissenes Plakat unruhig im Winde und liest nur das Wort Engsotz, bald verdeckt, bald unverdeckt erscheinen. In der Ferne glitt ein Helikopter zwischen den Dächern herunter, brummte einen Augenblick wie eine Schmeißfliege und strich dann in einem Bogen wieder ab. Es war die Polizeistreife, die den Leuten in die Fenster schaute. Die Streife war jedoch nicht schlimm, zu fürchten war nur die Gedankenpolizei. Hinter Winstons Rücken schwatzte die leise Stimme aus dem Televisor noch immer von Roheisen und von der weit über das gesteckte Ziel hinausgehenden Erfüllung des 9. Dreijahresplans. Der Televisor war gleichzeitig Empfangs- und Sendegerät. Jedes von Winston verursachte Geräusch, das über ein ganz leises Flüstern hinausging, wurde von ihm registriert. Außerdem konnte Winston, solange er in dem von der Metallplatte beherrschten Sichtfeld blieb, nicht nur gehört, sondern auch gesehen werden. Es bestand natürlich keine Möglichkeit festzustellen, ob man in einem gegebenen Augenblick gerade überwacht wurde. Wie oft und nach welchem System die Gedankenpolizei sich in einen Privatapparat einschaltete, blieb der Mutmaßung überlassen. Es war sogar möglich, dass jeder Einzelne ständig überwacht wurde. Auf alle Fälle aber konnte sie sich, wenn sie es wollte, jederzeit in einen Apparat einschalten. Man musste in der Annahme leben und man stellte sich tatsächlich instinktiv darauf ein, dass jedes Geräusch, das man machte, überhört und, außer in der Dunkelheit, jede Bewegung beobachtet wurde. Winston richtete es so ein, dass er dem Televisor den Rücken zuwandte. Das war sicherer, wenn auch, wie er wohl wusste, sogar ein Rücken verräterisch sein konnte. Einen Kilometer entfernt ragte das Wahrheitsministerium, seine Arbeitsstätte, wuchtig und weiß über der düsteren Landschaft empor. Das also, dachte er mit einer Art undeutlichen Abscheus, war London, die Hauptstadt des Luftstützpunkts Nummer 1, der am drittstärksten bevölkerten Provinz Ozeaniens. Er versuchte, in seinen Kindheitserinnerungen nachzuforschen, ob London immer so ausgesehen hatte. Hatten da immer diese langen Reihen heruntergekommen aussehende Häuser aus dem 19. Jahrhundert gestanden, deren Mauern mit Balken gestützt, deren Fenster mit Pappdeckel verschalt und deren Dächer mit Wellblech gedeckt waren, während ihre schiefen Gartenmauern kreuz und quer in den Boden sackten. Und diese zerbombten Ruinen, wo der Pflasterstaub in der Luft wirbelte und Unkrautgestrüpp auf den Trümmern wucherte, dazu die Stellen, wo Bombeneinschläge eine größere Lücke gerissen hatten und trostlose Siedlungen von Holzbaracken entstanden waren, die wie Hühnerstille aussahen. Aber es führte zu nichts. Er konnte sich nicht erinnern. Von seiner Kindheit hatte er nichts nachbehalten als eine Reihe greller Bilder ohne Hintergrund, die ihm zumeist unverständlich waren. Das Wahrheitsministerium Minivar, wie es in der Neusprache, der amtlichen Sprache Ozeaniens hieß, sah verblüffend verschieden von allem anderen aus, was der Gesichtskreis umfasste. Es war ein riesiger, pyramidenartiger, weißschimmernder Betonbau, der sich terrassenförmig 300 Meter hoch in die Luft reckte. Von der Stelle, wo Winston stand, konnte man gerade noch die in schönen Lettern in seine weiße Front gemeißelten drei Wahlsprüche der Partei entziffern. Krieg bedeutet Frieden. Freiheit ist Sklaverei. Unwissenheit ist Stärke. Das Wahrheitsministerium enthielt, so erzählte man sich, in seinem pyramidenartigen Bau 3000 Räume und eine entsprechende Zahl unter der Erde. In ganz London gab es nur noch drei andere Bauten von ähnlichem Aussehen und Ausmaß. Sie beherrschten das umgebende Stadtbild so vollkommen, dass man vom Dach des Victory Blocks aus alle vier gleichzeitig sehen konnte. Sie waren der Sitz der vier Ministerien, unter die der gesamte Regierungsapparat aufgeteilt war. Das Wahrheitsministerium, das sich mit dem Nachrichtenwesen, der Freizeitgestaltung, dem Erziehungswesen und den schönen Künsten befasste. Das Friedensministerium, das die Kriegsangelegenheiten behandelte, des Ministeriums für Liebe, das Gesetz und Ordnung aufrechterhielt und das Ministerium für Überfluss, das die Rationierungen bearbeitete. Ihre Namen in der Neusprache lauteten Minivar, Minipax, Minilieb, Minifluss. Das Ministerium für Liebe war das furchterregendste von allen. Es hatte überhaupt keine Fenster. Winston war noch nie im Ministerium für Liebe gewesen und ihm auch nie sei es nur auf einen halben Kilometer nahegekommen. Es war unmöglich, es außer in amtlichen Auftrag zu betreten und auch dann musste man erst durch einen Irrgarten von Stacheldraht verhauen und versteckten Maschinengewehrnestern hindurch. Sogar die zu den Befestigungen im Vorgelände hinaufführenden Straßen waren durch gorillagesichtige Wachen in schwarzen Uniformen gesichert, die mit schweren Gummiknüppeln bewaffnet waren. Winston drehte sich mit einem Ruck um. Er hatte die ruhig optimistische Miene aufgesetzt, die zur Schau zu tragen ratsam war, wenn man dem Televisor das Gesicht zukehrte. Er ging quer durchs Zimmer in die winzige Küche. Indem er zu dieser Tageszeit aus dem Ministerium weggegangen war, hatte er auf sein Mittagessen in der Kantine verzichtet. Andererseits wusste er, dass es in der Küche nichts zu essen gab außer einem Stück Schwarzbrot, das für den nächsten Tag zum Frühstück aufgehoben werden musste. Er nahm aus dem Regal eine Flasche mit einer farblosen Flüssigkeit, die dem schmucklosen weißen Etikett nach Victory Gin war. Das Getränk strömte einen faden, öligen Geruch aus, wie chinesischer Reisschnaps. Winston goss sich fast eine Teetasse voll davon ein, stellte sich auf den zu erwartenden Schock ein und stürzte es wie eine Dosis Medizin hinunter. Sofort lief sein Gesicht krebsrot an und das Wasser trat ihm in die Augen. Das Zeug schmeckte wie Salpetersäure und man hatte beim Herunterschlucken das Gefühl, eins mit dem Gummiknüppel über den Hinterkopf zu bekommen. Einen Augenblick später hörte jedoch das Brennen in seinem Magen auf und die Welt begann rosiger auszusehen. Er zog eine Zigarette aus einem zerknitterten Päckchen mit der Aufschrift Victory Zigaretten, doch unvorsichtigerweise hielt er sie senkrecht, worauf der Tabak heraus auf den Fußboden rieselte. Mit der nächsten hatte er mehr Glück. Er ging ins Wohnzimmer zurück und setzte sich an ein links vom Televisor stehendes Tischchen. Dann zog er aus der Tischschublade einen Federhalter, eine Tintenflasche und ein dickes, unbeschriebenes Diarium in Quad-Format mit rotem Rücken und marmorierten Einbanddeckeln hervor. Aus irgendeinem Grunde war der Televisor in seinem Wohnzimmer an einer ungewöhnlichen Stelle angebracht. Statt wie üblich an der kürzeren Wand, von wo aus er den ganzen Raum beherrscht hätte, war er an der Längswand gegenüber dem Fenster eingelassen. An seiner einen Seite befand sich die kleine Nische, in der Winston jetzt saß und die vermutlich beim Bau der Wohnung für ein Bücherregal bestimmt gewesen war. Wenn er sich so in die Nische setzte und vorsichtig im Hintergrund hielt, konnte Winston wenigstens visuell außer Reichweite des Televisors bleiben. Er konnte zwar gehört, aber, solange er in seiner Stellung verharte, nicht gesehen werden. Die ungewöhnliche Anlage des Zimmers war zum Teil für den Gedanken verantwortlich, zu dessen Verwirklichung er jetzt schritt. Doch auch das Diarium, das er soeben aus der Schublade hervorgezogen hatte, war mit daran schuld. Es war ein ganz besonders schönes Diarium. Sein milchweißes Papier, schon ein wenig vergilbt, war von einer Qualität, wie sie seit wenigstens 40 Jahren nicht mehr hergestellt worden war. Er hatte jedoch Grund zu der Annahme, dass das Buch noch weit älter war. Er hatte es in der Auslage eines muffigen kleinen Altwarengeschäftes in einem der Elendsviertel der Stadt, in welchem Viertel, hätte er jetzt nicht mehr sagen können, liegen gesehen und war sofort von dem brennenden Wunsch beseelt worden, es zu besitzen. Von Parteimitgliedern wurde erwartet, dass sie nicht in gewöhnlichen Läden einkauften, Geschäfte auf dem freien Markt machten, wie die Formel lautete. Aber die Vorschrift wurde nicht streng eingehalten, denn es gab verschiedene Dinge wie Schuhbänder oder Rasierklingen, die man sich unmöglich auf andere Weise beschaffen konnte. Er hatte einen raschen Blick die Straße hinauf und hinuntergeworfen. Dann war er hineingeschlüpft und hatte das Buch für 2,50 Dollar erstanden. Damals war ihm noch kein bestimmter Zweck dafür vorgespäbt. Er hatte es schuldbewusst in seiner Mappe heimgetragen. Selbst unbeschrieben war es schon ein gefährlicher Besitz. Nun war er im Begriff, ein Tagebuch anzulegen. Das war nicht illegal. Nichts war illegal, da es ja keine Gesetze mehr gab. Aber falls es herauskam, war er so gut wie sicher, dass es mit dem Tode oder zumindest 25 Jahren Zwangsarbeitslager geahndet werden würde. Winston steckte eine Stahlfeder in den Halter und feuchtete sie mit der Zunge an. Die Feder war ein vorsinnflutiges Instrument, das selbst zu Unterschriften nur noch selten verwendet wurde. Und er hatte sich heimlich mit einiger Schwierigkeit eine besorgt. Ganz einfach aus dem Gefühl heraus, dass das wundervolle glatte Papier es verdiente, mit einer richtigen Feder beschrieben, statt mit einem Tintenblei bekritzelt zu werden. Tatsächlich war er nicht mehr gewöhnt, mit der Hand zu schreiben. Abgesehen von ganz kurzen Notizen war es üblich, alles in den Sprechschreiber zu diktieren. Aber das war natürlich in diesem Fall unmöglich. Er tauchte die Feder in die Tinte und stockte noch eine Sekunde. Ein Schauer war ihm über den Rücken gelaufen. Der erste Federstrich über das Papier war die entscheidende Handlung. In kleinen, unbeholfenen Buchstaben schrieb er 4. April 1984. Er lehnte sich zurück. Ein Gefühl völliger Hilflosigkeit hatte sich seiner bemächtigt. Zunächst einmal war er sich durchaus nicht sicher, dass jetzt wirklich das Jahr 1984 war. Es musste um diese Zeit herum sein, denn er wusste mit einiger Gewissheit, dass er selbst 39 Jahre alt war und er glaubte, 1944 oder 1945 geboren zu sein. Doch heutzutage war es nie möglich, ein Datum auf ein oder zwei Jahre genau zu bestimmen. Für wen, fragte er sich plötzlich, legte er dieses Tagebuch an. Für die Zukunft, für die kommenden. Sein Denken kreiste einen Augenblick um das zweifelhafte Datum auf der ersten Seite und prallte dann jäh mit dem Wort Zwiegedanke aus der Neusprache zusammen. Zum ersten Mal kam ihm die Größe seines Vorhabens zum Bewusstsein. Wie konnte man sich mit der Zukunft verständigen? Das war ihrer Natur nach unmöglich. Entweder ähnelte die Zukunft der Gegenwart, dann würde man ihm nicht Gehör schenken wollen. Oder sie war anders geartet, dann war seine Darstellung bedeutungslos. Eine Zeit lang saß er da und starrte töricht auf das Papier. Der Televisor hatte jetzt schmetternde Militärmusik angestimmt. Es war seltsam, dass er nicht nur die Gabe der Mitteilung verloren, sondern sogar vergessen zu haben schien, was er ursprünglich hatte sagen wollen. Seit Wochen hatte er sich auf diesen Augenblick vorbereitet und es war ihm noch nie in den Sinn gekommen, dass dazu noch etwas anderes nötig sein könnte als Mut. Die Niederschrift als solche hatte er für leicht gehalten. Brauchte er doch nichts weiter zu tun, als die endlosen hastigen Selbstgespräche zu Papier zu bringen, die ihm buchstäblich seit Jahren durch den Kopf geschossen waren. In diesem Augenblick jedoch war sogar das Selbstgespräch verstummt. Außerdem hatte das Ekzem an seinen Krampfadern unerträglich zu jucken angefangen. Er wagte nicht, daran zu kratzen, denn dann entzündete es sich immer. Die Sekunden verstrichen. Nichts drang in sein Bewusstsein als die unbeschriebene Weiße des vor ihm liegenden Blattes, das Hautjucken über seinem Knöchel, die schmetternde Musik und eine leise Benebeltheit, die der Djinn verursacht hatte. Plötzlich begann er überstürzt zu schreiben, ohne recht zu wissen, was er zu Papier brachte. Seine kleine, kindliche Handschrift bedeckte Zeile um Zeile des Blattes, wobei er bald auf die großen Anfangsbuchstaben und zum Schluss sogar auf die Interpunktion verzichtete. 4. April 1984. Gestern Abend im Kino. Lauter Kriegsfilme. Ein sehr guter, über ein Schiff voll Flüchtlingen, das irgendwo im Mittelmeer bombardiert wird. Zuschauer höchst belustigt durch eine Aufnahme von einem großen, dicken Mann, den ein Helikopter verfolgt. Zuerst sah man ihn sich durchs Wasser wälzen wie ein Nilpferd. Dann sah man ihn durch das Zielfernrohr des Hubschraubers. Dann war er ganz durchlöchert und das Meer rund um ihn färbte sich rosa und er versank so plötzlich, als sei das Wasser durch die Löcher eingedrungen. Zuschauer brüllten vor Lachen, als er unterging. Dann sah man ein Rettungsboot, voll Kinder, mit einem Hubschrauber darüber. Eine Frau mittleren Alters, vielleicht eine Jüdin, saß mit einem etwa drei Jahre alten Knaben im Bug. Kleiner Junge brüllte vor Angst und verbarg seinen Kopf zwischen den Brüsten, als wollte er ganz in sie hineinkriechen. Und die Frau legte die Arme um ihn und tröstete ihn. Obwohl sie selbst außer sich vor Angst war, bedeckte sie ihn so gut wie möglich, als glaubte sie, ihre Arme könnten die Kugeln von ihm abhalten. Dann warf der Hubschrauber eine 20-Kilo-Bombe zwischen sie. Schreckliches Aufblitzen und das ganze Schiff zersplitterte wie Streichhölzer. Dann gab es eine wundervolle Aufnahme von einem Kinderarm, der hoch, hoch und immer höher hinauffliegt in die Luft. Ein Hubschrauber mit einer Kamera vorn in der Kanzel muss ihm nachgeflogen sein. Und es gab viel Beifall aus den Parteilogen. Aber eine Frau unten, wo die Proles sitzen, fing plötzlich an Radau zu machen und zu schreien, man hätte sowas nicht vor Kindern zeigen sollen. Es sei nicht Recht vor Kindern, bis die Polizei sie hinauswarf. Ich glaube nicht, dass ihr etwas passierte. Niemand kümmerte sich darum, was die Proles sagen. Typische Proles-Reaktion. Sie können nie... Winston hörte zu schreiben auf, auch weil er einen Schreibkrampf bekam. Er wusste nicht, was ihn veranlasst hatte, diese Flut von Gestammel aus sich herauszuschleudern. Aber das Merkwürdige war, dass ihm dabei eine vollständig andere Erinnerung so deutlich zum Bewusstsein gekommen war, dass es ihm fast so vorkam, als habe er sie niedergeschrieben. Nun erkannte er, dass dieser andere Vorfall an seinem plötzlichen Entschluss schuld war, nach Hause zu gehen und heute sein Tagebuch zu beginnen. Dieser Vorfall hatte sich heute Morgen im Ministerium zugetragen, wenn man von etwas so Nebelhaftem überhaupt sagen kann, dass es sich zugetragen hat. Es war kurz vor elf und in der Registrierabteilung, in der Winston arbeitete, hatte man die Stühle aus den Gemeinschaftsräumen geholt und sie in der Mitte des Saales dem großen Televisor gegenüber aufgestellt, in Vorbereitung auf die Zwei-Minuten-Hass-Sendung. Winston nahm gerade seinen Platz in einer der Mittelreihen ein, als zwei Personen, die er vom Sehen kannte, mit denen er aber noch nie ein Wort gewechselt hatte, unerwartet in den Raum traten. Die eine davon war ein Mädchen, dem er oft auf den Gängen begegnet war. Er kannte ihre Namen nicht, wusste aber, dass sie in der Abteilung für Prosa-Literatur beschäftigt war. Vermutlich, denn er hatte sie manchmal mit ölverschmierten Händen und mit einem Schraubenschlüssel gesehen, hatte sie dort eine technische Funktion an einer der Romanschreibmaschinen. Sie war ein unternehmungslustig aussehendes Mädchen von etwa 27 Jahren, mit üppigem schwarzem Haar, sommersprossigem Gesicht und raschen, muskulösen Bewegungen. Eine schmale, scharlachrote Scherpe, das Abzeichen der Jugendliga gegen Sexualität, war mehrmals um die Taille ihres Trainingsanzuges gewunden, gerade eng genug, um die Rundung ihrer Hüften hervorzuheben. Winston hatte sie vom allerersten Anblick an nicht ausstehen können. Er wusste auch, weshalb. Es war wegen der Atmosphäre von Hockeyplatz, kaltem Baden, Gemeinschaftswandern und allgemeiner Gesinnungstüchtigkeit, mit der sie sich zu umgeben wusste. Die Frau und vor allem die Jungen gaben immer die blind ergebenden Parteianhänger, die gedankenlosen Nachplapperer, die freiwilligen Spitzel ab, mit deren Hilfe man weniger Linientreue aushorchen konnte. Aber dieses Mädchen im Besonderen machte ihm den Eindruck, gefährlicher als die meisten zu sein. Einmal, als sie auf dem Gang aneinander vorbeigekommen waren, hatte sie ihn mit einem Seitenblick gestreift, der ihn zu durchbohren schien und der ihn für einen Augenblick mit blankem Entsetzen erfüllt hatte. Ihm war sogar der Gedanke durch den Kopf gegangen, sie könnte ein Agentin der Gedankenpolizei sein, was freilich sehr unwahrscheinlich war. Trotzdem fühlte er weiterhin, so oft sie in seine Nähe kam, eine merkwürdige Unsicherheit, die zu gleichen Teilen mit Angst und mit Feindschaft gemischt war. Die andere Person war ein Mann namens O'Brien, ein Mitglied der inneren Partei und Inhaber eines so wichtigen und der Allgemeinheit entrückten Postens, dass Winston nur eine undeutliche Vorstellung davon hatte. Ein kurzes Geflüster durchlief die um die Stühle herumstehende Gruppe, als sie den schwarzen Trainingsanzug eines Mitglieds der inneren Partei herankommen sah. O'Brien war ein großer, grobschlechtiger Mann mit dickem Nacken und einem derben, humorvollen und brutalen Gesicht. Ungeachtet seines wuchtigen Äußeren lag ein gewisser Charme in seiner Art, sich zu bewegen. Er hatte eine Manier, seine Brille auf der Nase zurechtzurücken, die seltsam entwaffnend und auf eine merkwürdige Weise zivilisiert wirkte. Es war eine Geste, die einen, wenn überhaupt noch jemand in solchen Begriffen gedacht hätte, an einen Edelmann aus dem 18. Jahrhundert hätte erinnern können, der seinem Gegenüber die Schnupftabaksdose anbot. Winston hatte O'Brien vielleicht ein Dutzendmal in etwa ebenso vielen Jahren gesehen. Er fühlte sich aufrichtig zu ihm hingezogen. Und das nicht nur, weil ihn der Gegensatz zwischen O'Briens höflichen Manieren und seinem Preisboxertypus fesselte. Es beruhte vielleicht auf einem heimlich gehickten Glauben oder vielleicht nur der Hoffnung, dass O'Briens politische Strenggläubigkeit nicht vollkommen sei. Etwas in seinem Gesicht flößte unwiderstehlich diesen Gedanken ein. Und doch stand in diesem Gesicht eigentlich weniger mangelnde Strenggläubigkeit als einfach Intelligenz geschrieben. Jedenfalls sah er wie ein Mensch aus, mit dem man reden konnte, wenn man es fertigbrachte, dem Televisor ein Schnippchen zu schlagen und ihn allein zu fassen bekam. Winston hatte nie den geringsten Versuch gemacht, seine Vermutung auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen. Praktisch gab es auch keine Möglichkeit dazu. O'Brien warf in diesem Augenblick einen Blick auf seine Armbanduhr, sah, dass es fast elf Uhr war und beschloss offenbar, in der Abteilung Registratur zu bleiben, bis die zwei Minuten Hasssendung zu Ende war. Er setzte sich auf einen Stuhl in der gleichen Reihe wie Winston, zwei Plätze von ihm entfernt. Eine kleine, aschblonde Frau, die in der Abteilung neben Winston beschäftigt war, saß zwischen ihnen. Das Mädchen mit dem schwarzen Haar saß unmittelbar dahinter. Im nächsten Augenblick brach ein scheußlicher, knirschender Kreischlaut, als ob eine riesige Maschine völlig ungeölt liefe, aus dem großen Televisor am Ende des Raumes hervor. Es war ein Lärm, bei dem einen eine Gänsehaut überlief und sich die Nackenhaare sträubten. Die Hasssendung hatte begonnen. Wie gewöhnlich war das Gesicht Emanuel Goldsteins, des Volksfeinds, auf dem Seeschirm erschienen. Da und dort im Zuschauerraum wurde gezischt. Die kleine, aschblonde Frau stieß ein aus Furcht und Abscheu gemischtes Quieken hervor. Goldstein war der Renegat, der große Abtrünnige, der früher einmal, vor langer Zeit. Wie lange Zeit es eigentlich war, daran erinnerte sich niemand mehr genau. Einer der führenden Männer der Partei gewesen war und fast auf einer Stufe mit dem großen Bruder selbst gestanden hatte, um dann mit konterrevolutionären Machenschaften zu beginnen, zum Tode verurteilt zu werden und auf geheimnisvolle Weise zu verschwinden. Die Programme der Zwei-Minuten-Hasssendung wechselten von Tag zu Tag, aber es gab keines, in dem nicht Goldstein die Hauptrolle gespielt hätte. Er war der erste Verräter, der früheste Beschmutzer der Reinheit der Partei. Alle später gegen die Partei gerichteten Verbrechen, alle Verrätereien, Sabotageakte, Ketzereien, Abweichungen gingen unmittelbar auf seine Irrlehren zurück. Irgendwo lebte er noch und schmiedete seine Ränke. Vielleicht irgendwo jenseits des Meeres, unter dem Schutz seiner ausländischen Geldgeber. Vielleicht sogar, wie gelegentlich gemunkelt wurde, in einem Versteck in Ozeanien selbst. Winstons Zwerchfell zog sich zusammen. Nie konnte er das Gesicht Goldsteins sehen, ohne in einen schmerzlichen Widerstreit der Gefühle zu geraten. Es war ein mageres, jüdisches Gesicht mit einem breiten, wirren Kranz weißer Haare und einem Ziegenbärtchen. Ein kluges und doch irgendwie eigentümlich verächtliches Gesicht, dessen lange, dünne Nase, auf deren Ende eine Brille saß, eine Art seniler Blödheit auszustrahlen schien. Es ähnelte einem Schafsgesicht und auch die Stimme hatte etwas Schafmäßiges. Goldstein ließ seinen üblichen, giftigen Angriff gegen die Lehren der Partei vom Stapel, einen so übertriebenen, unvertreten Angriff, dass ihn ein Kind hätte durchschauen können und doch gerade hinreichend glaubhaft, um einen mit dem alarmierenden Gefühl zu erfüllen, dass andere Menschen, die weniger vernünftig waren als man selbst, sich dadurch vielleicht verführen lassen könnten. Er schmähte den großen Bruder, klagte die Diktatur der Partei an, forderte sofortigen Friedensschluss mit Eurasien, trat für Rede, Presse, Versammlungs- und Gedankenfreiheit ein, schrie hysterisch, die Revolution sei verraten worden. Und alles das in einer überstürzten, vielsilbigen Ansprache, die eine Art Parodie des üblichen Stils der Parteiredner war und sogar einige Worte der Neusprache enthielt. Praktisch mehr Neusprachworte, als irgendein Parteimitglied normalerweise im wirklichen Leben angewendet hätte. Und die ganze Zeit marschierten für den Fall, dass man noch im geringsten Zweifel sein könnte, was sich in Wahrheit hinter Goldsteins widerlicher Phrasendrescherei verbarg, hinter seinem Kopf auf dem Schirm des Televisors die endlosen Kolonnen der Eurasischen Armee vorbei. Endlose Reihen kräftig aussehender Männer mit ausdruckslosen asiatischen Gesichtern, die an die Oberfläche des Seeschirms heranbrandeten und wieder zerflossen, um von anderen, genau gleichen abgelöst zu werden. Der sture, rhythmische Marschtritt der Soldatenstiefel bildete die Geräuschkulisse, von der Goldsteins blökende Stimme sich abhob. Ehe die Hassovation 30 Sekunden gedauert hatte, brachen von den Lippen der Hälfte der im Raum versammelten Menschen unbeherrschte Wutschreie. Das selbstzufriedene Schafsgesicht auf dem Seeschirm und die erschreckende Wucht der dahinter vorbeiziehenden Eurasischen Armee waren einfach zu viel. Außerdem weckte der Anblick oder auch nur der Gedanke an Goldstein schon automatisch Angst und Zorn. Er war ein dauerhafteres Hassobjekt als Eurasien oder Ostasien, denn wenn Ozeanien mit einer dieser Mächte im Krieg lag, so befand es sich gewöhnlich mit der anderen im Friedenszustand. Das Merkwürdige aber war, dass Goldsteins Einfluss, wenn er auch von jedermann gehasst und verachtet wurde, wenn auch tagtäglich und tausendmal am Tag auf Rednertribünen, durch den Televisor, in Zeitungen, in Büchern seine Theorien verdammt, zerpflückt, lächerlich gemacht, der Allgemeinheit als der jammervolle Unsinn, der sie waren, vor Augen gehalten wurde, dass trotz alledem dieser Einfluss nie abzunehmen schien. Immer wieder warteten neue Opfer darauf, von ihm verführt zu werden. Nie verging ein Tag, an dem nicht nach seinen Weisungen tätige Spione und Saboteure von der Gedankenpolizei entlarvt wurden. Er war der Befehlshaber einer großen Schattenarmee, eines Untergrundverschwörungsnetzes, das sich den Sturz der Regierung zum Ziel setzte. Der Name der Organisation sei die Brüderschaft, so hieß es. Auch flüsterte man von einem schrecklichen Buch, einer Zusammenfassung aller Irrlehren, dessen Verfasser Goldstein war und das heimlich da und dort zirkulierte. Es war ein Buch ohne Titel. Die Leute sprachen davon, wenn überhaupt, einfach als von dem Buch. Aber man wusste von derlei Dingen nur durch vage Gerüchte. Weder die Brüderschaft noch das Buch wurden, wenn es sich vermeiden ließ, von einem gewöhnlichen Parteimitglied erwähnt. In der zweiten Minute steigerte sich die Hass-Ovation zur Raserei. Die Menschen sprangen von ihren Sitzen auf und schrien mit vollem Stimmaufwand, um die zum Wahnsinn treibende Blöckstimme, die aus dem Televisor kam, zu übertönen. Die kleine, aschblonde Frau war im Gesicht rot angelaufen und ihr Mund öffnete und schloss sich wie bei einem an Land geworfenen Fisch. Sogar O'Briens großes Gesicht war gerötet. Er saß sehr gerade, aufgerichtet auf seinem Stuhl. Seine mächtige Brust hob und senkte sich, als stemmte er sich dem Anprall einer Woge entgegen. Das dunkelhaarige Mädchen hinter Winston hatte angefangen, Schwein, 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 hinaus zu schreien und ergriff plötzlich ein schweres Wörterbuch der Neusprache und schleuderte es gegen den Seeschirm. Es traf Goldsteins Nase und prallte von ihm ab. Die Stimme redete unerbittlich weiter. In einem lichten Augenblick ertappte sich Winston, wie er mit den anderen schrie und trampelte. Das Schreckliche an der zwei Minuten Hasssendung war nicht, dass man gezwungen wurde mitzumachen, sondern im Gegenteil, dass es unmöglich war, sich ihrer Wirkung zu entziehen. Eine schreckliche Ekstase der Angst und der Rachsucht, das Verlangen zu töten, zu foltern, Gesichter mit einem Vorschlaghammer zu zertrümmern, schien die ganze Versammlung wie ein elektrischer Strom zu durchfluten, sodass man gegen seinen Willen in einen grimassenschneidenden, schreienden Verrückten verwandelt wurde. Und doch war der Zorn, den man empfand, eine abstrakte, ziellose Regung, die wie der Schein einer Blendlaterne von einem Gegenstand auf den anderen gerichtet werden konnte. So war für einen Augenblick der Hass Winstons durchaus nicht gegen Goldstein gerichtet, sondern im Gegenteil gegen den großen Bruder, gegen die Partei und die Gedankenpolizei. Und in solchen Augenblicken schwoll sein Herz über für den einsamen, verachteten Abtrünnigen auf dem Seeschirm, diesem einzigen Verfechter von Wahrheit und Vernunft in einer Welt der Lügen. Und doch fühlte er sich im nächsten Augenblick wieder eins mit den ihn umgebenden Menschen. Und alle Behauptungen über Goldstein schienen ihm wahr. In solchen Augenblicken verwandelte sich seine geheime Abneigung gegen den großen Bruder in Verehrung. Und der große Bruder schien dazustehen als ein unbesieglicher, furchtloser Beschützer, der sich wie ein Felsen gegen die anbrandenden asiatischen Horden stemmte, während Goldstein ihm trotz seiner Vereinsamung, seiner Hilflosigkeit und der Zweifel, die sich allein schon an sein tatsächliches Fahndensein knüpften, wie ein unheilvoller Betörer vorkam, der es lediglich durch die Macht seiner Stimme fertigbrachte, die Fundamente der Zivilisation zu zerstören. In manchen Augenblicken war es sogar möglich, seinen Hass durch einen Willensakt da oder dorthin zu lenken. So gelang es Winston plötzlich, durch eine heftige Anstrengung, ähnlich der, mit der man in einem Albtraum seinen Kopf vom Kissen losreißt, seinen Hass von dem Gesicht auf dem Seeschirm auf das hinter ihm sitzende dunkelhaarige Mädchen zu übertragen. Lebhafte, berückende Vorstellungen huschten ihm durch den Sinn. Er würde sie mit einem Gummiknüppel zu Tode prügeln, sie nackt an einem Pfahl binden und sie mit Pfeilen durchlöchern, gleich dem heiligen Sebastian. Er würde sie vergewaltigen und ihrem Augenblick der höchsten Lust die Kehle durchschneiden. Deutlicher als zuvor war er sich auch bewusst, warum er sie hasste. Er hasste sie, weil sie jung, hübsch und geschlechtslos war, weil er mit ihr zu Bett gehen wollte und daraus nie etwas werden würde, denn um ihre reizende, biegsame Taille, die einen zur Umarmung aufzufordern schien, wand sich nur die verhexte scharlachrote Scherpe, das aufreizende Symbol der Keuschheit. Die Hasswelle erreichte ihren Höhepunkt. Goldsteins Stimme war tatsächlich zu einem Blöken geworden und einen Augenblick lang verwandelte sich sein Gesicht in das eines Schafes. Dann blendete das Schafsgesicht in der Gestalt eines eurasischen Soldaten über, der riesig und furchtbar, mit ratternder Maschinenpistole auf den Besucher zuzuschreiten und aus der Fläche des Seeschirms herauszuspringen schien, sodass manche der Zuschauer in der ersten Reihe auf ihren Sitzen zurückprallten. Aber im gleichen Augenblick, während jedem Munde ein tiefer Seufzer der Erleichterung entfuhr, zerschmolz die feindliche Gestalt in das Gesicht des großen Bruders mit seinen dunklen Haaren und seinem Schnurrbart, das Macht und geheimnisvolle Ruhe ausstrahlte und mit seiner riesigen Größe fast den ganzen Seeschirm ausfüllte. Niemand verstand, was der große Bruder sagte. Es waren nur ein paar Worte der Ermutigung. Worte, wie sie im Kampflärm einer Schlacht ausgestoßen werden. Nicht im Einzelnen unterscheidbar, die aber einfach dadurch, dass sie ausgesprochen werden, die Zuversicht wiederherstellen. Dann zerrann das Gesicht des großen Bruders wieder und statt seiner erschienen in klaren großen Buchstaben die drei Parteiwahlsprüche. Krieg bedeutet Frieden. Freiheit ist Sklaverei. Unwissenheit ist Stärke. Aber das Gesicht des großen Bruders schien sich noch einige Sekunden auf dem Seeschirm zu behaupten, so als sei der Eindruck, den es auf der Netzhaut aller Zuschauer hervorgebracht hatte, zu lebhaft, umso gleich zu verlöschen. Die kleine, aschblonde Frau hatte sich über die Lehne des vor ihr stehenden Stuhls nach vorne geworfen. Mit einem bebenden Flüstern, das wie »Mein Retter« klang, breitete sie die Arme dem Seeschirm entgegen. Dann bag sie ihr Gesicht in den Händen. Offensichtlich sprach sie ein Gebet. Jetzt stimmten alle Versammelten einen klangvollen, langsamen und rhythmischen Sprechchor an. G, B, G, B, G, B. Wieder und immer wieder. Sehr langsam, mit einer langen Pause zwischen dem ersten G und dem zweiten B. In einem feierlichen, mummelnden, seltsam ungestüm wirkenden Ton, sodass man als Begleitung das Stampfen nackter Füße und das dumpfe Dröhnen von Tam-Tams zu hören glaubte. Vielleicht 30 Sekunden lang fuhren sie damit fort. Es war ein Refrain, den man oft in Augenblicken überwältigender Erregung hörte. Zum Teil war es eine Art Hymne auf die Weisheit und Majestät des großen Bruders, mehr aber noch ein Akt der Selbsthypnose, ein absichtliches Übertönen des Bewusstseins durch das mittelrhythmischen Lärms. Winston fühlte eine Kälte in seinen Eingeweiden. Während der zwei Minuten Hasssendung konnte er nicht umhin, gleichfalls dem allgemeinen Delirium anheimzufallen. Aber dieser unmenschliche Sing-Sang, G, B, G, B, erfüllte ihn immer mit Abscheu. Natürlich stand er den Übrigen nicht nach, etwas anderes wäre unmöglich gewesen. Seine Gefühle zu verschleiern, sein Gesicht zu beherrschen, zu tun, was jeder tat, gebot schon der Instinkt. Aber es gab eine Zeitspanne von einigen Sekunden, in der ihn der Ausdruck seiner Augen in bedenklicher Weise hätte verraten können. Und genau in diesem Augenblick ereignete sich das Bedeutsame, wenn es sich wirklich ereignete. Er fing flüchtig O'Briens Blick auf. O'Brien war aufgestanden. Er hatte seine Brille abgenommen und war gerade im Begriff, sie wieder mit seiner charakteristischen Geste aufzusetzen. Aber dazwischen lag der Bruchteil eine Sekunde, währenddessen sich ihre Augen begegneten. Und in diesem winzigen Zeitraum wusste Winston, ja, er wusste es, dass O'Brien das Gleiche dachte wie er. Eine unmissverständliche Botschaft war zwischen ihnen ausgetauscht worden. Es war, als hätten ihre beiden Denkwelten sich aufgetan und als strömten durch ihre Augen die Gedanken von dem einen in den anderen über. Ich halte es mit dir, schien O'Brien zu ihm zu sagen. Ich weiß genau, was in dir vorgeht. Ich kenne deine ganze Verachtung, deinen Hass, deinen Abscheu. Aber hab keine Angst, ich stehe auf deiner Seite. Dann war der Blitz des Einverständnisses erloschen und O'Briens Gesicht war ebenso undurchdringlich wie das aller anderen. Das war alles gewesen und er war schon nicht mehr sicher, ob es sich wirklich zugetragen hatte. Derartige Zwischenfälle hatten nie eine Fortsetzung. Sie hielten lediglich den Glauben oder die Hoffnung in ihm lebendig, dass es außer ihm noch andere Feinde der Partei gab. Vielleicht waren die Gerüchte von großen Untergrundverschwörungen doch wahr. Vielleicht existierte die Brüderschaft wirklich. Trotz der endlosen Verhaftungen, Geständnisse und Hinrichtungen konnte man nie sicher sein, dass die Bruderschaft nicht lediglich eine sagenhafte Erfindung war. An manchen Tagen glaubte er daran, an anderen nicht. Es gab keinen greifbaren Beweis, nur flüchtige Andeutungen, die alles oder nichts bedeuten konnten. Bruchstücke erlauschter Gespräche, verwischte Aufschriften an Abbordwänden. Oder einmal, wenn zwei Freunde sich trafen, eine kleine Bewegung der Hände, die einem Verständigungszeichen ähnlich sah. Alles war nur Mutmaßung. Sehr wahrscheinlich hatte er sich das alles nur eingebildet. Er war an seinen Arbeitsplatz zurückgegangen, ohne O'Brien noch einmal anzusehen. Der Gedanke, ihre kurze Fühlungsnahme weiter zu verfolgen, war ihm kaum durch den Sinn gegangen. Es wäre unvorstellbar gefährlich gewesen, selbst wenn er gewusst hätte, wie er das machen sollte. Eine oder zwei Sekunden lang hatten sie einen zweideutigen Blick getauscht. Und damit Schluss. Aber sogar das war ein denkwürdiger Augenblick in der abgeschlossenen Einsamkeit, in der man zu leben gezwungen war. Winston rappelte sich hoch und setzte sich gerade. Er musste rülpsen. Der Djinn rumorte in seinem Magen. Sein Blick richtete sich wieder auf das Blatt. Er entdeckte, dass er, während er in hilflosen Grübeln dargesessen, gleichzeitig automatisch weitergeschrieben hatte. Und zwar war es nicht mehr die gleiche, verkrampfte Handschrift von vorhin. Seine Feder war beschwingt über das glatte Papier geglitten und hatte in großer, klarer Blockschrift hingemalt. Nieder mit dem großen Bruder. Nieder mit dem großen Bruder. Nieder mit dem großen Bruder. Immer wieder, fast über eine halbe Seite weg. Unwillkürlich durchzuckte ihn ein furchtbarer Schrecken. Das war im Grunde töricht, denn das Niederschreiben gerade dieser Worte war nicht gefährlicher als der erste Schritt, ein Tagebuch anzulegen. Und doch fühlte er sich einen Augenblick lang versucht, die beschriebenen Seiten herauszureißen und die ganze Sache aufzugeben. Er tat es jedoch nicht, weil er wusste, dass es zwecklos war. Ob er Nieder mit dem großen Bruder hinschrieb oder nicht, machte keinen Unterschied. Ob er mit dem Tagebuch fortfuhr oder nicht, machte keinen Unterschied. Die Gedankenpolizei würde ihn trotzdem erwischen. Er hatte, auch wenn er nie die Feder angesetzt hätte, das Kapitalverbrechen begangen, das alle anderen in sich einschloss. Gedankenverbrechen nannten sie es. Gedankenverbrechen konnte man auf die Dauer nicht geheim halten. Man konnte vielleicht eine Weile oder sogar jahrelang schlaue Winkelzüge machen, aber früher oder später kamen sie einem doch darauf. Immer war es nachts. Die Verhaftungen fanden unabänderlich nachts statt. Das plötzliche Hochfahren aus dem Schlaf. Die derbe Hand, die einen an der Schulter packte. Die Lichter, die einem die Augen blendeten. Der Kreis harter Gesichter um das Bett. In der überragenden Mehrzahl der Fälle fand keine Gerichtsverhandlung statt. Kein Bericht meldete die Verhaftung. Die Menschen verschwanden einfach. Immer mitten in der Nacht. Der Name wurde aus den Listen gestrichen. Jede Aufzeichnung von allem, was einer je getan hatte, wurde vernichtet. Dass man jemals gelebt hatte, wurde erst geleugnet und dann vergessen. Man war ausgelöscht. Zu nichts geworden. Man wurde vaporisiert, wie das gebräuchliche Wort dafür lautete. Einen Augenblick überfiel ihn eine Art Nervenkrise. Er begann in fliegendem, krakeligem Gekritzel zu schreiben. Sie werden mich erschießen, wenn ich nicht aufpasse. Sie werden mich mit einem Genickschuss erschießen, wenn ich nicht aufpasse. Nieder mit dem großen Bruder. Sie erschießen einen immer mit Genickschuss. Mir ist es egal. Nieder mit dem großen Bruder. Er lehnte sich in seinen Sessel zurück, ein wenig beschämt über sich selbst, und legte den Federhalter hin. Im nächsten Augenblick fuhr er heftig zusammen. Es klopfte jemand an der Tür. Schon. Er saß mucksmäuschenstill da, in der vergeblichen Hoffnung, der draußen stehende könnte nach einem einmaligen Versuch weggehen. Aber nein, das Klopfen wurde wiederholt. Das Schlimmste, was er tun konnte, war zu zögern. Sein Herz klopfte wie eine Pauke, aber sein Gesicht war, vermutlich aus langer Gewohnheit, ganz ausdruckslos. Er stand auf und ging schweren Schrittes zur Tür. Zweites Kapitel Während er die Hand auf die Türklinke legte, sah Winston, dass er das Tagebuch offen auf dem Tisch hatte liegen lassen. Nieder mit dem großen Bruder, stand da über die halbe Seite hinweg in Buchstaben, die beinahe groß genug waren, um durch das ganze Zimmer leserlich zu sein. Es war eine unvorstellbare Dummheit. Aber er stellte fest, dass er es sogar in seinem Schrecken nicht über sich gebracht hatte, das weiße Papier dadurch zu besudeln, dass er das Buch zuklappte, solange die Tinte noch nass war. Er hielt den Atem an und öffnete die Tür. Sofort durchflutete ihn eine warme Welle der Erleichterung. Draußen stand eine farblose, zerknittert aussehende Frau mit strähnigem Haar und tiefgefurchtem Gesicht. Ach, Genosse, begann sie mit leidender Jammerstimme. Mir war so, als ob ich sie heimkommen hörte. Könnten Sie wohl herüberkommen und sich eben mal unseren Ausguss in der Küche ansehen? Er ist verstopft und… Es war Frau Parsons, die Frau des Nachbarn auf dem gleichen Flur. Die Bezeichnung Frau wurde von der Partei nicht gern gesehen. Man erwartete, dass man alle Leute mit Genosse oder Genossin anredete. Aber bei einigen Frauen gebrauchte man das Wort ganz unwillkürlich. Sie war eine Frau von etwa 30 Jahren, sah aber viel älter aus. Man hatte den Eindruck, dass sich in den Falten ihres Gesichtes Staub angesetzt hatte. Winston folgte ihr durch den Gang. Solche eigenhändigen, unfachgemäßen Reparaturarbeiten waren eine fast alltägliche Last. Der Victory Block war ein alter, etwa um das Jahr 1930 gebauter Wohnungskomplex und ging langsam in die Brüche. Dauernd bröckelte der Verputz von Decken und Wänden. Die Leitungsrohre platzten bei jedem starken Frost. Das Dach ließ Wasser durchsickern, sobald es schneite. Die Zentralheizung war gewöhnlich nur unter halbem Druck, wenn sie nicht aus Sparsamkeitsgründen ganz abgestellt war. Reparaturen mussten, wenn man sie nicht selbst machte, von abgelegenen Ämtern genehmigt werden, die es fertig brachten, sogar das Wiedereinsetzen einer Fensterscheibe zwei Jahre hinaus zu zögern. Ich komme natürlich nur, weil Tom nicht zu Hause ist, murmelte Frau Parsons unbestimmt vor sich hin. Die Wohnung der Parsons war größer als die von Winston und auf eine andere Art schäbig. Alles sah hier abgestoßen und niedergetrampelt aus, so als seien die Räume eben von einem großen wilden Tier heimgesucht worden. Sportgeräte, Hockeyschläger, Boxhandschuhe, ein aus den Nähten geplatzter Fußball, eine verschwitzte, umgekrempelte Turnhose lagen sämtlich über den Fußboden verstreut und auf dem Tisch war ein Durcheinander von schmutzigem Geschirr und eselsohrigen Schulbüchern. An den Wänden hingen knallrote Wimpel der Jugendliga und der sogenannten Späher, nebst einem Plakat vom großen Bruder in Großformat. Auch hier schwebte der übliche Kohlgeruch, der dem ganzen Haus anhaftete, in der Luft, aber er war von einem schärferen Schweißdunst geschwängert. Nach dem Schweiß eines, wie man vom ersten Schnuppern an wusste, wenn man auch schwer den Grund dafür hätte sagen können, im Augenblick abwesenden Menschen. In einem anderen Zimmer versuchte jemand im Takt der Militärmusik, die noch immer aus dem Televisor dröhnte, auf einem Kamm mit darüber gespanntem Toilettenpapier zu blasen. Es sind die Kinder, sagte Frau Parsons mit einem halb furchtsamen Blick auf die Türe. Sie sind heute nicht aus dem Haus gekommen und natürlich, sie hatte eine Angewohnheit, ihre Sätze mittendrin abzubrechen. Der Küchenausguss war fast bis zum Rand voll mit schmutzig-grünlichem Wasser, das schlimmer als alles andere nach Kohl stank. Winston kniete nieder und untersuchte das gebogene Verbindungsstück des Ableitungsgores. Er verabscheute manuelle Arbeit sehr und es war ihm schrecklich, sich bücken zu müssen, weil es fast immer einen Hustenanfall bei ihm auslöste. Frau Parsons machte ein hilfloses Gesicht. Freilich, wenn Tom daheim wäre, würde er es im Nu in Ordnung bringen, meinte sie. Solche Sachen machen ihm Spaß. Er ist so geschickt mit seinen Händen, wirklich, er ist so geschickt, der Tom. Parsons war Winstons Kollege im Wahrheitsministerium. Er war ein rundlicher, jedoch sehr beweglicher Mann von entwaffnender Dummheit, ein Klotz voll törichter Begeisterung. Einer von diesen ergebenen Gimpeln, die niemals eine Frage stellen und von denen, mehr sogar noch als von der Gedankenpolizei, der Bestand der Partei abhing. Mit 35 Jahren war er erst kürzlich sehr ungern aus der Jugendliga ausgeschieden. Und ehe er in die Jugendliga aufgerückt war, hatte er es fertiggebracht, ein Jahr über das satzungsgemäß festgelegte Alter hinaus bei den Spähern zu verbleiben. Im Ministerium wurde er auf einen untergeordneten Posten verwendet, für den kein Verstand nötig war. Doch war er andererseits ein führender Mann beim Sportausschuss und allen anderen Ausschüssen, denen die Organisation von Gemeinschaftswanderungen, spontanen Demonstrationen, Sparwerbewochen und überhaupt jede Art freiwilligen Einsatzes unterstand. Er erzählte einem voll Rügen stolzes, während er seiner Pfeife kleine Rauchwölkchen entlockte, dass er in den letzten vier Jahren jeden Abend im Gemeinschaftshaus erschienen sei. Ein durchdringender Schweißgeruch folgte ihm wie ein unfreiwilliges Zeugnis für die Angestrengtheit seines Lebens überall hin und schwebte sogar nach seinem Weggehen noch im Zimmer. Haben Sie einen Schraubenschlüssel? fragte Winston und machte sich, mit der Schraubenmutter am Verbindungsstück zu schaffen. Einen Schraubenschlüssel, sagte Frau Parsons und wurde sofort unsicher. Ich weiß nicht. Vielleicht, dass die Kinder... Man hörte Schuhgetrampel und einen neuen Trompetenstoß auf dem Kamm, als die Kinder ins Wohnzimmer hereinstürmten. Frau Parsons brachte den Schraubenschlüssel. Winston ließ das Wasser ablaufen und entfernte angeegelt den Pfropfen menschlicher Haare, der die Röhre verstopft hatte. Er reinigte seine Hände so gut er konnte in dem kalten Leitungswasser und ging in das andere Zimmer zurück. Hände hoch! schrie eine wilde Stimme. Ein hübscher, robust aussehender Junge von neun Jahren war hinter dem Tisch hervorgesprungen und bedrohte ihn mit seiner automatischen Kinderpistole, während seine um etwa zwei Jahre jüngere Schwester mit einem Stück Holz dieselbe Geste machte. Beide waren mit den kurzen blauen Hosen, den grauen Hemden und dem roten Halstuch bekleidet, aus denen die Uniform der Späher bestand. Winston hob seine Hände über den Kopf, aber mit einem unbehaglichen Gefühl, denn der Junge gebärdete sich so bösartig, als ob es wirklich mehr als ein Spiel war. Sie sind ein Verräter, schrie der Junge. Sie sind ein Gedankenverbrecher. Sie sind ein eurasischer Spion. Ich erschieße sie. Ich werde sie vaporisieren. Ich werde sie in die Salzbergwerke verbannen. Plötzlich sprangen beide um ihn herum und schrien, Verräter und Gedankenverbrecher, wobei das kleine Mädchen seinem Bruder jede Bewegung nachmachte. Es war irgendwie erschreckend, gleich den Freudensprüngen von Tigerjungen, die bald zu Menschenfressern herangewachsen sein werden. Es war etwas von berechnender Wildheit im Auge des Jungen, ein ganz offensichtliches Verlangen, Winston zu schlagen oder zu treten und das Bewusstsein, schon beinahe groß genug dazu zu sein. Ein Glück, dass er keine richtige Pistole in Händen hielt, dachte Winston. Frau Parsons Blick huschte nervös von Winston zu den Kindern und wieder zurück. In dem besseren Licht des Wohnzimmers bemerkte er voller Mitleid, dass es tatsächlich Staub war, was sich in ihren Runzeln eingenistet hatte. Sie sind so laut, sagte sie. Sie sind enttäuscht, weil sie nicht ausgehen und sich das Hängen ansehen können. Daher kommt es wohl. Ich bin zu beschäftigt, um mit ihnen hinauszugehen und Tom kommt nicht rechtzeitig von der Arbeit. Warum können wir nicht gehen und das Hängen sehen, brüllte der Junge mit seiner kräftigen Stimme. Hängen sehen, hängen sehen, leierte das Mädchen, das noch immer herumsprang. Einige eurasische Gefangene, denen Kriegsverbrechen zur Last gelegt wurden, sollten an diesem Abend im Park gehängt werden, fiel Winston ein. Dergleichen fand etwa einmal im Monat statt und war ein beliebtes Schauspiel. Kinder verlangten immer, dazu mitgenommen zu werden. Er verabschiedete sich von Frau Parsons und ging zur Tür. Er war aber noch keine sechs Stufen die Treppe hinuntergestiegen, als ihn etwas mit furchtbarer Wucht höchst schmerzhaft in den Nacken traf. Es war, als sei ihm ein rotglühender Draht ins Fleisch gestoßen worden. Er fuhr gerade noch rechtzeitig herum, um zu sehen, wie Frau Parsons ihren Sohn durch die Wohnungstüre hineinzehrte, während der Junge eine Schleuder einsteckte. »Goldstein!« schrie ihm der Junge nach, während sich die Tür hinter ihm schloss. Was Winston am betroffensten machte, war der Ausdruck hilfloser Angst im Antlitz der Frau. Als er in seine Wohnung zurückgekehrt war, ging er rasch hinter den Televisor und setzte sich wieder an den Tisch. Er rieb seinen immer noch schmerzenden Nacken. Die Musik aus dem Televisor war verstummt. Stattdessen verlas eine forsche, militärische Stimme mit einer Art brutalen Behagens eine Beschreibung von der Bewaffnung der neuen schwimmenden Festung, die soeben zwischen Island und den Fahreinseln vor Anker gegangen war. Mit diesen Kindern, dachte Winston, musste die arme Frau ein Höllenleben haben. Noch ein, zwei Jahre und sie würden sie Tag und Nacht nach Anzeichen nachlassender Parteitreue bespitzeln. Fast alle Kinder waren heutzutage schrecklich. Am schlimmsten von allem war jedoch, dass sie mit Hilfe von solchen Organisationen wie den Spähern systematisch zu unbezähmbaren kleinen Wilden erzogen wurden. Und doch weckte das in ihnen keineswegs die Neigung, sich gegen die Parteidisziplin aufzulehnen. Die Marschlieder, die Umzüge, die Fahnen, die Wanderungen, das Exerzieren mit Holzgewehren, das Brüllen von Schlagworten, die Verehrung des großen Bruders. Alles das war für sie ein herrliches Spiel. Ihre ganze Wildheit wurde nach außen gelenkt. Gegen die Staatsfeinde, gegen Ausländer, Verräter, Saboteure, Gedankenverbrecher. Es war für Leute über 30 nahezu normal, vor ihren eigenen Kinder Angst zu haben. Und das mit gutem Grund, denn es verging kaum eine Woche, in der nicht in der Times ein Bericht stand. Wie ein lauschender kleiner Angeber, Kinderheld lautete die gewöhnlich gebrauchte Bezeichnung. Eine kompromittierende Bemerkung mit Angehört und seiner Eltern bei der Gedankenpolizei angezeigt hatte. Der durch das Geschoss der Schleuder verursachte Schmerz war vergangen. Winston griff unanschlossen zum Federhalter und fragte sich, ob ihm wohl noch etwas für sein Tagebuch einfallen würde. Plötzlich dachte er von Neuem an O'Brien. Vor Jahren, wie lange war es her? Es musste vor sieben Jahren gewesen sein. Hatte er geträumt, er gehe durch ein stockdunkles Zimmer. Und jemand, der seitlich von ihm saß, hatte, als er vorüberkam, gesagt, wir wollen uns wiedersehen, wo keine Dunkelheit herrscht. Er sagte das ganz ruhig, fast nebenbei, als eine Feststellung, kein Befehl. Er war weitergegangen, ohne stehen zu bleiben. Das Seltsame war, dass damals im Traum die Worte keinen großen Eindruck auf ihn gemacht hatten. Erst später und allmählich hatten sie anscheinend eine Bedeutung angenommen. Er konnte sich jetzt nicht mehr erinnern, ob es vor oder nach dem Traum war, dass er O'Brien zum ersten Mal gesehen hatte. So wenig wie er sich entsann, man er zum ersten Mal jene Stimme als die O'Briens identifiziert hatte. Jedenfalls war es für ihn jetzt die Stimme O'Briens. O'Brien hatte aus der Dunkelheit zu ihm gesprochen. Winston hatte nie genau herausfinden können. Auch nach dem flüchtigen, zweideutigen Blick von heute Morgen konnte er dessen nicht sicher sein, ob O'Brien ein Freund oder ein Feind war. Aber das schien nicht einmal viel auszumachen. Zwischen ihnen herrschte ein Einverständnis, das wichtiger war als Zuneigung oder Parteizugehörigkeit. Wir wollen uns wiedersehen, wo keine Dunkelheit herrscht, hatte er gesagt. Winston wusste nicht, was das zu bedeuten hatte, sondern nur, dass es sich auf irgendeine Weise bewahrheiten würde. Die Stimme aus dem Televisor brach ab. Ein Fanfarenstoß schmetterte klar und schön durch die stille Luft. Die Stimme fuhr rasch und krächzend fort. Achtung, Achtung! Soeben ist eine Sondermeldung von der Malabohrfront eingetroffen. Unsere Streitkräfte in Südindien haben einen glänzenden Sieg erfochten. Ich bin zu der Durchsage ermächtigt, dass die kriegerische Operation, von der wir gleich berichten werden, das Kriegsende in errechenbare Nähe rücken dürfte. Es folgt jetzt die Sondermeldung. Das bedeutete nichts Gutes, dachte Winston. Und tatsächlich, nach einer blutrünstigen Schilderung der vollständigen Vernichtung einer Eurasischen Armee, bei der riesige Zahlen von Toten und Gefangenen genannt wurden, kam die Ankündigung, dass ab nächster Woche die Schokoladenrationen von 30 auf 20 Gramm herabgesetzt werden sollte. Winston musste noch einmal aufstoßen. Die Wirkung des Dschins verflüchtigte sich und ließ ein Gefühl der Erschlaffung zurück. Der Televisor stimmte, vielleicht um den Sieg zu feiern oder aber um die Erinnerung an die Schokoladenkürzung zu übertönen, die schmetternden Klänge von Ozeanien, mein Land, für dich mit Herz und Hand an. Vom Zuhörer wurde erwartet, dass er dabei stramme Haltung annahm, aber an seinem derzeitigen Platz war Winston nicht sichtbar. Die Hymne wurde von leichterer Musik abgelöst. Winston trat ans Fenster, mit dem Rücken zum Televisor. Der Tag war noch immer kalt und klar. Irgendwo in der Ferne explodierte eine Raketenbumme mit dumpfen, wieder hallendem Dröhnen. Zurzeit fielen wöchentlich etwa 20 bis 30 Stück auf London. Drunden auf der Straße klappte der Wind das zerrissene Plakat hin und her und das Wort Engsotz war abwechselnd sichtbar und unsichtbar. Die heiligen politischen Grundsätze von Engsotz, Neusprache, Zwiegedanke, die Verwandlung der Vergangenheit. Ihm war, als wandle er durch Wälder auf dem Meeresgrund, in eine ungeheuerliche Welt verirrt, in der er selbst das Ungeheuer war. Er war allein. Die Vergangenheit war tot, die Zukunft unvorstellbar. Welche Gewissheit hatte er, dass auch nur ein einziger lebender Mensch auf seiner Seite stand? Und warum sollte die Herrschaft der Partei nicht ewig dauern? Wie eine Art Antwort fielen ihm die drei Wahlsprüche auf der weißen Front des Wahrheitsministeriums ein? Krieg bedeutet Frieden. Freiheit ist Sklaverei. Unwissenheit ist Stärke. Er zog ein 25-Cent-Stück aus der Tasche. Auch hier waren in winziger, klarer Schrift die gleichen Devisen eingestanzt, während die Kehrseite der Münze den Kopf des großen Bruders zeigte. Sogar auf der Münze verfolgten einen die Augen. Von Geldmünzen, Briefmarken, Bucheinwänden, Fahnen, Plakaten, Zigarettenschachteln. Von überall verfolgten sie einen. Immer wurde man von den Augen beobachtet, von der Stimme eingehüllt. Im Wachen und im Schlafen, bei der Arbeit oder beim Essen, im Haus oder außer Haus, im Bad oder im Bett. Es gab kein Entrinnen. Nichts gehörte einem außer den paar Kubikzentimetern im eigenen Schädel. Die Sonne war weitergerückt und die unzähligen Fenster des Wahrheitsministeriums, auf die ihre Strahlen nicht mehr fielen, sahen grimmig wie die Schießschaden einer Festung aus. Winstons Herz verzagte angesichts dieser riesig sich hochtürmenden Pyramide. Sie war zu unerschütterlich, um erstürmt zu werden. Tausend Raketenbomben vermochten sie nicht zu zertrümmern. Wieder fragte er sich, für wen er sein Tagebuch schreibe. Für die Zukunft, für die Vergangenheit, für ein Zeitalter, das vielleicht nur ein Traum war. Ihn erwartete nicht allein der Tod, sondern vollständige Austilgung. Das Tagebuch würde zur Asche. Er selbst zu bloßem Rauch verbrannt werden. Nur die Gedankenpolizei würde das von ihm Geschriebene lesen, ehe sie es aus der Welt und aus der Erinnerung tilgte. Wie konnte man an die Zukunft appellieren, wenn keine Spur von einem, nicht einmal ein Stückchen Papier mit ein paar darauf gekritzelten anonymen Worten hinüber gerettet werden konnte? Im Televisor schlug es 14 Uhr. In 10 Minuten musste er aufbrechen. Um 14.30 Uhr musste er zurück an der Arbeit sein. Merkwürdigerweise schien ihn das Schlagen der vollen Stunde mit neuem Mut erfüllt zu haben. Er war ein einsamer Gast auf dieser Erde, der eine Wahrheit verkündete, die niemand jemals hören würde. Aber solange er sie verkündete, war auf eine geheimnisvolle Weise der rote Faden nicht abgerissen. Nicht indem man sich Gehör verschaffte, sondern indem man sich unversehrt bewahrte, gab man das Erbe der Menschheit weiter. Er kehrte an den Tisch zurück und schrieb. Einer Zukunft oder einer Vergangenheit, in der Gedankenfreiheit herrscht, in der die Menschen voneinander verschieden sind und nicht jeder für sich lebt, einer Zeit, in der es Wahrheit gibt und das Geschehene nicht ungeschehen gemacht werden kann, schicke ich diesen Gruß aus einem Zeitalter der Gleichmachung und der Vereinsamung, dem Zeitalter des großen Bruders, dem Zeitalter des Zwiegedankens. Er war bereits tot, überlegte er. Es schien ihm, als habe er erst jetzt, seit er angefangen hatte, seine Gedanken formulieren zu können, den entscheidenden Schritt getan. Die Folgen jeder Handlung sind schon in der Handlung selbst beschlossen. Er schrieb, das Gedankenverbrechen zieht nicht den Tod nach sich. Das Gedankenverbrechen ist der Tod. Jetzt aber, seit er sich als einen toten Mann betrachtete, wurde es wichtig, so lange wie möglich am Leben zu bleiben. Zwei Finger seiner rechten Hand waren mit Tinte bekleckst. Gerade durch eine solche Kleinigkeit konnte man sich verraten. Ein schnüffelnder, fanatischer Eiferer im Ministerium, vermutlich eine Frau, so jemand wie die kleine Aschblonde oder das schwarzhaarige Mädchen aus der Literaturabteilung. Konnte sich zu wundern anfangen, warum er während der Mittagspause geschrieben, warum er eine altmodische Stahlfeder benutzt und was er geschrieben hatte, um dann an zuständiger Stelle einen Wink zu geben. Er ging ins Badezimmer und schrubbte die Tintenflecke sorgfältig mit der sandigen, dunkelbraunen Seife, die einem die Hand wie Schmirgelpapier aufscheuerte und deshalb für seinen Zweck geeignet war. Er legte sein Tagebuch in die Schublade. Der Gedanke, es zu verstecken, war völlig sinnlos, aber er konnte wenigstens Vorkehrungen treffen, um sich zu vergewissern, ob es entdeckt worden war. Mit der Fingerspitze pickte er ein gerade noch erkennbares weißliches Staubkörlchen auf und legte es auf die Ecke des Einbands, wo es herunterfallen musste, wenn jemand das Buch berührte. Drittes Kapitel. Winston träumte von seiner Mutter. Er musste, so überlegte er, zehn oder elf Jahre alt gewesen sein, als seine Mutter verschwunden war. Sie war eine große, würdevolle, ziemlich stille Frau mit gemessenen Bewegungen und wundervollen, blonden Haaren gewesen. Seinen Vater hatte er undeutlicher in Erinnerung. Dunkelhaarig und hager, immer in eleganten, dunklen Anzügen. Winston entsann sich insbesondere seiner sehr dünnen Schuhsohlen und mit einer Brille. Die beiden mussten offenbar bei einer der ersten großen Säuberungsaktionen nach 1965 ums Leben gekommen sein. Im Traum saß seine Mutter an einem Platz tief unter ihm, seine kleine Schwester in den Armen. Er erinnerte sich an seine Schwester nur noch als an ein winziges, schwächliches, immer lautloses Kind mit großen, aufmerksamen Augen. Beide blickten zu ihm empor. Sie befanden sich an einer Stelle unter der Erde, etwa auf dem Grunde eines Ziehbrunnens oder in einem sehr tiefen Graben. Aber der Fleck, auf dem sie saßen, sank, obwohl er bereits tief unter ihm gelegen, selbst noch immer tiefer nach unten ab. Sie waren in der Kajüte eines sinkenden Schiffes und blickten durch das immer dunkler werdende Wasser zu ihm empor. Noch war Luft in der Kajüte, noch konnten sie einander sehen, aber die ganze Zeit sanken sie tiefer hinunter in die grünen Wasser, die sie im nächsten Augenblick für immer dem Blick entziehen mussten. Er weilte in Licht und Luft, während sie in den Tod hinuntergezogen wurden, und sie waren dort drunten, weil er hier oben war. Er wusste es, und auch sie wussten es, und er konnte dieses Wissen in ihren Gesichtern lesen. Es war kein Vorwurf, weder in ihren Gesichtern noch in ihren Herzen, nur das Bewusstsein, dass sie sterben mussten, damit er am Leben blieb, und dass dies zur unausweichlichen Ordnung der Dinge gehörte. Er konnte sich nicht erinnern, was eigentlich geschehen war, aber er wusste in seinem Traum, dass das Leben seiner Mutter und seiner Schwester irgendwie für das seine geopfert worden war. Es war einer jener Träume, die in der charakteristischen Verkleidung des Traumes doch eine Fortsetzung des seelischen Erlebens sind und in denen einem Tatsachen und Gedanken zum Bewusstsein kommen, die auch nach dem Erwachen neu und wertvoll erscheinen. Die Erkenntnis, die Winston jetzt plötzlich dämmerte, war, dass der Tod seiner Mutter vor 20 Jahren auf eine Weise traurig und tragisch gewesen war, die es heutzutage nicht mehr gab. Tragik, erkannte er, gehörte einer vergangenen Zeit an, als es noch ein Eigenleben, Liebe und Freundschaft gab, und die Mitglieder einer Familie, ohne nach dem Grund zu fragen, füreinander eintraten. Die Erinnerung an seine Mutter nagte an seinem Herzen, denn sie war aus Liebe zu ihm gestorben, als er selbst noch zu jung und eigensüchtig war, um ihre Liebe zu erwidern. Und weil sie sich irgendwie, auf welche Weise erinnerte er sich nicht mehr, einem treue Gedanken geopfert hatte, an den sie persönlich und unerschütterlich glaubte. Derlei konnte heutzutage nicht mehr vorkommen, das begriff er. Heutzutage gab es Angst, Hass und Leid, aber keine starken und wertvollen Gefühle, keine tiefen und echten Schmerzen. All das schien er in den großen Augen seiner Mutter und seiner Schwester zu lesen, mit denen sie ihn durch das grüne Wasser aus einer Tiefe von vielen hundert Klafftern ansahen, dabei immer tiefer versinkend. Plötzlich stand er auf einer abgemähten Wiese, auf der federnden Grasnarbe. Es war ein Sommerabend, und die Strahlen der untergehenden Sonne vergoldeten die Erde. Die Landschaft, die er sah, kehrte so oft in seinen Träumen wieder, dass er nie ganz sicher war, ob er sie nicht in Wirklichkeit gesehen hatte. In seiner wachen Vorstellung nannte er sie das Goldene Land. Es war eine alte, von Kaninchen bevölkerte Weide, durch die ein Fußpfad lief, mit da und dort einem Maulwurfshügel. In der unregelmäßigen Baumreihe jenseits der Wiese wiegten sich die Zweige der Ulmen leise in der sanften Brise, und ihre Blätter wogten in dichten Büscheln wie Frauenhaar. In der Nähe war, wenn auch außer Sicht, ein klarer, träge dahinfließender Fluss, in dessen seichten Buchten unter den Weidenbäumen sich Weißfische tummelten. Das Mädchen mit dem dunklen Haar kam über die Wiese auf ihn zu. Mit einer einzigen Bewegung riss sie sich das Kleid herunter und warf es verächtlich beiseite. Ihr Leib war weiß und weich, aber erweckte kein Verlangen in ihm. Ja, er sah ihn kaum. Was ihn in diesem Augenblick ganz erfüllte, war die Bewunderung für die Gebärde, mit der sie ihre Kleider weggeschleudert hatte. Mit ihrer Grazie und Unbekümmertheit schien sie eine ganze Kultur abzutun, eine ganze Denkordnung, als könnten der große Bruder, Partei und Gedankenpolizei mit einer einzigen Armbewegung weggewischt werden. Auch das war eine der alten Zeit angehörende Geste. Winston wachte mit dem Wort Shakespeare auf den Lippen auf. Der Televisor ließ einen ohrenbetäubenden Pfeifton hören, der in gleicher Höhe 30 Sekunden lang anhielt. Es war Punkt 7 Uhr 15. Zeit zum Aufstehen für alle Behördenangestellten. Winston wälzte seinen Körper aus dem Bett. Er schlief nackt, denn ein Mitglied der äußeren Partei erhielt nur 3000 Kleiderpunkte im Jahr und ergriff ein über dem Stuhl liegendes graufarbenes Unterhemd und eine kurze Sporthose. In drei Minuten begann die Morgengymnastik. Doch im nächsten Augenblick krümmte er sich unter einem heftigen Hustenanfall, der ihn fast immer kurz nach dem Erwachen überfiel. Seine Lungen wurden dadurch so vollständig leer gepumpt, dass er erst wieder Atem schöpfen konnte, indem er sich der Länge nach auf den Rücken streckte und ein paar tiefe Atemzüge machte. Seine Adern waren unter der Anstrengung des Hustens geschwollen und die Krampfaderknoten hatten angefangen zu schmerzen. Gruppe der 30 bis 40-Jährigen, kläffte eine schrille Frauenstimme. Gruppe der 30 bis 40-Jährigen, bitte auf die Plätze. 30 bis 40-Jährige. Winston nahm stramme Haltung vor dem Televisor an, auf dessen Schirm bereits das Bild einer ziemlich jungen, mageren, aber muskulösen Frau in einem Kittel und Turnschuhen erschienen war. Arme beugt und streckt, legte sie los. Im Takt bitte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Losgenossen, ein bisschen lebhafter. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Der von dem Hustenanfall verursachte Schmerz hatte in Winstons Gehirn noch nicht ganz den Eindruck verwischt, den sein Traum auf ihn gemacht hatte, und unter den rhythmischen Bewegungen der Gymnastik wurde dieser wieder lebhafter. Während er mechanisch seine Arme beugte und streckte, wobei sein Gesicht den beflissen, begeisterten Ausdruck zur Schau trug, der für die Morgengymnastik Vorschrift war, versuchte er, sich in Gedanken zurück in die unklare Zeit seiner frühen Kindheit zu versetzen. Das war äußerst schwierig. Schon bei den 50er-Jahren trübte sich jede Erinnerung. Wenn es keine äußerlichen Anhaltspunkte gab, an die man sich halten konnte, verlor sogar der Verlauf des eigenen Lebens seine deutlich umreißbare Kontur. Man entsann sich großer Geschehnisse, die sehr wahrscheinlich gar nicht stattgefunden hatten, erinnerte sich an Einzelheiten von Vorfällen, ohne ihre Atmosphäre wiederherstellen zu können, und es gab lange, leere Zeitabschnitte, mit denen man überhaupt nichts anzufangen wusste. Damals war alles anders gewesen. Sogar die Namen der Länder und ihre Gestalt auf der Landkarte waren anders gewesen. Luftflottenstützpunkt Nummer 1 zum Beispiel hatte zu der Zeit eine andere Bezeichnung gehabt. Er hatte England oder Großbritannien geheißen, wenn auch London, wie er ziemlich sicher zu sein glaubte, immer London genannt worden war. Winston konnte sich nicht genau an einen Zeitpunkt erinnern, in dem seine Heimat nicht in einen Krieg verwickelt gewesen wäre. Aber offenbar hatte es doch zwischendurch, während seiner Kindheit, eine ziemlich lange Friedensperiode gegeben. Denn einer seiner frühen Erinnerungen betraf einen Luftangriff, der für jedermann vollkommen überraschend gekommen zu sein schien. Vielleicht handelte es sich um die Zeit, als die Atombombe auf Colchester gefallen war. Er erinnerte sich nicht an den Luftangriff selbst, entsann sich aber, wie die Hand seines Vaters die seinige umklammert hielt, als sie hinunter, immer tiefer und tiefer hinunter, an einen Ort tief unter der Erde geeilt waren. Immer im Kreis auf einer spiralförmigen Treppe, die unter seinen Sohlen leise geklirrt und schließlich seine Beine so ermüdet hatte, dass er zu jammern begann und sie stehen bleiben und ausruhen mussten. Die Mutter, in ihrer langsamen, verträumten Art, kam ein gutes Stück hinter ihnen drein. Sie trug sein Schwesterchen oder vielleicht auch nur ein Bündel Decken. Er war nicht sicher, ob seine Schwester damals schon geboren war. Endlich waren sie an einen überfüllten Ort gekommen, den er als einen Untergrundbahnhof erkannt hatte. Menschen kauerten überall auf dem steingepflasterten Fußboden und andere saßen, dicht zusammengedrängt, übereinander auf den Eisenträgern. Winston, sein Vater und seine Mutter fanden einen Platz auf dem Boden und dicht neben ihnen saß Seite an Seite ein alter Mann und eine alte Frau auf einem Eisenträger. Der alte Mann hatte einen guten schwarzen Anzug an, eine schwarze Reisemütze war über seinem weißen Haar aus der Stirn gerückt. Sein Gesicht war blau-rot und seine blauen Augen standen voller Tränen. Er roch heftig nach Gin, den seine Haut anstelle von Schweiß auszudünsten schien. Und man hätte glauben können, auch die Tränen, die aus seinen Augen rollten, seien purer Gin. Aber abgesehen von seiner leichten Betrunkenheit litt er auch unter einem echten und unerträglichen Kummer. In seinem kindlichen Verstand begriff Winston, dass soeben etwas Schreckliches, etwas Unverzeihliches und nie wieder gut zu machendes Geschehen war. Es schien ihm auch, als wisse er, was es war. Jemand, den der alte Mann lieb hatte, vielleicht eine kleine Enkelin, war getötet worden. Alle paar Augenblicke rief der alte Mann von neuem aus. Wir hätten ihnen nicht trauen dürfen. Habe ich's nicht immer gesagt, Muttchen? Das hat man davon, dass man ihnen vertraut hat. Ich habe es immer gesagt. Wir hätten diesen Lumpen nicht trauen sollen. Aber welchen Lumpen man nicht hätte trauen sollen, daran konnte sich Winston jetzt nicht mehr erinnern. Seit dieser Zeit nämlich war der Krieg buchstäblich ein Dauerzustand geworden, wenn es sich auch genau genommen nicht immer um den gleichen Krieg handelte. Mehrere Monate während seiner Kindheit hatten in London selbst wirre Straßenkämpfe getobt. An einige davon erinnerte er sich noch lebhaft. Aber die geschichtliche Entwicklung genau zu verfolgen und zu sagen, wer jemals wen bekämpfte, wäre vollständig unmöglich gewesen. Denn keine schriftliche Aufzeichnung oder mündliche Überlieferung erwähnte je eine andere Konstellation als die gegenwärtig gültige. So war zum Beispiel in diesem Augenblick um das Jahr 1984, man schrieb tatsächlich das Jahr 1984, Ozeanien mit Eurasien im Kriegszustand und mit Ostasien verbündet. In keiner öffentlichen oder privaten Verlautbarung wurde je zugegeben, dass die drei Mächte jemals anders kopiert gewesen seien. In Wirklichkeit war es, wie Winston sehr wohl wusste, erst vier Jahre her, dass Ozeanien Ostasien bekriegt und mit Eurasien ein Bündnis gehabt hatte. Aber das war nur ein kleiner Schimmer historischen Wissens, den er auch besaß, weil seine Erinnerung noch nicht hinreichend kontrollierbar war. Offiziell hatte nie eine Veränderung in der Kombination der Partner stattgefunden. Ozeanien führte mit Eurasien Krieg, also hatte Ozeanien immer mit Eurasien Krieg geführt. Der augenblickliche Feind stellte immer das Böse an sich dar und daraus folgte, dass jede vergangene oder zukünftige Verbindung mit ihm undenkbar war. Das Schrecklichste überlegte er zum zehntausendsten Mal, während er seine Schultern mit schmerzender Anstrengung zurückriss. Sie machten jetzt die Hände auf den Hüften, einige Rumpfbeugen, eine Übung, welche die Rückenmuskulatur stärken sollte. Das Schrecklichste war, dass einfach alles wahr oder falsch sein konnte. Wenn die Partei sich so in die Vergangenheit einmischen und von diesem oder jenem Ereignis behaupten konnte, es habe nie stattgefunden, war das nicht wirklich furchtbarer als Folter und Tod? Die Partei sagte, Ozeanien sei nie mit Eurasien verbündet gewesen. Er, Winston Smith, wusste seinerseits, dass Ozeanien noch vor nicht länger als vier Jahren mit Eurasien verbündet gewesen war. Aber wo war dieses Wissen verankert? Nur in seinem eigenen Bewusstsein, das unausweichlich bald in Staub zerfallen musste. Und wenn alle anderen, die von der Partei verbreitete Lüge glaubten, wenn alle Aufzeichnungen gleich lauteten, dann ging die Lüge in die Geschichte ein und wurde Wahrheit. Wer die Vergangenheit beherrscht, lautete die Parteiparole, beherrscht die Zukunft. Wer die Gegenwart beherrscht, beherrscht die Vergangenheit. Und doch hatte sich die Vergangenheit, so wandelbar sie von Natur aus sein mochte, nie gewandelt. Das gegenwärtig Wahre blieb wahr, bis in alle Ewigkeit. Es war ganz einfach. Es war nichts weiter nötig als eine nicht abreißende Kette von Siegen über das eigene Gedächtnis. Wirklichkeitskontrolle nannten sie es. In der Neusprache hieß es Zwiedenken. Rührt euch, kläffte die Vortonerin, ein wenig freundlicher. Winston ließ die Arme sinken und füllte seine Lungen langsam mit Luft. Seine Gedanken schweiften in die labyrinthische Welt des Zwiedenkens ab. Zu wissen und nicht zu wissen. Sich des vollständigen Vertrauens seiner Hörer bewusst zu sein, während man sorgfältig konstruierte Lügen erzählte. Gleichzeitig zweieinander ausschließende Meinungen aufrechtzuerhalten. Zu wissen, dass sie einander widersprachen und an beide zu glauben. Die Logik gegen die Logik ins Feld zu führen. Die Moral zu verwerfen, während man sie für sich in Anspruch nahm. Zu glauben, Demokratie sei unmöglich, die Partei war jedoch die Hüterin der Demokratie. Zu vergessen, was zu vergessen von einem gefordert wurde, um es sich dann, wenn man es brauchte, wieder ins Gedächtnis zurückzurufen. Und es hierauf erneut prompt wieder zu vergessen. Und vor allem, dem Verfahren selbst gegenüber wiederum das gleiche Verfahren anzuwenden. Das war die äußerste Spitzfindigkeit. Bewusst die Unbewusstheit vorzuschieben. Und dann noch einmal sich des eben vollzogenen Hypnoseaktes nicht bewusst zu werden. Allein schon das Verständnis des Wortes Zwiedenken setzte eine doppelbödige Denkweise voraus. Die Vortonerin hatte sie wieder zum Stillstehen aufgerufen. Und jetzt wollen wir mal sehen, wer von uns seine Zehen berühren kann, sagte sie betont munter. Aus den Hüften heraus, beugt, Genossen. Eins, zwei. Eins, zwei. Winston war diese Übung schrecklich, da sie ihm von den Fersen bis ins Gesäß einen stechenden Schmerz verursachte und oft mit einem erneuten Hustenanfall endete. Ihm vergingen die halbwegs freundlichen Gedanken. Die Vergangenheit, überlegte er, war nicht nur verändert, sondern rundweg ausgelöscht worden. Denn wie konnte man die offensichtlichste Tatsache beweisen, wenn es, außer in der eigenen Erinnerung, keine andere Aufzeichnung darüber gab. Er versuchte sich zu erinnern, in welchem Jahr er zum ersten Mal den großen Bruder hatte erwähnen hören. Er glaubte, es musste im Laufe der 60er Jahre gewesen sein, aber es war unmöglich, der Tatsache sicher zu sein. In den Geschichtsdarstellungen der Partei figurierte der große Bruder selbstverständlich als Führer und Hüter der Revolution von ihren ersten Anfängen an. Seine Heldentaten waren allmählich zeitlich zurückverlegt worden, bis sie bereits in die sagenhafte Welt der 40er und 30er Jahre zurückreichten, als die Kapitalisten noch mit ihren seltsamen zylindrischen Hüten in großen, schimmernden Automobilen oder Pferdewagen mit seitlichen Glasfenstern durch die Straßen Londons fuhren. Man wusste nicht, wie viel an dieser Legende war und wie viel erfunden war. Winston konnte sich nicht einmal erinnern, zu welchem Zeitpunkt die Partei selbst erstmalig in Erscheinung getreten war. Er glaubte nicht, das Wort Engsotz jemals vor dem Jahre 1960 gehört zu haben, aber es war möglich, dass es in seiner alten Form, nämlich als englischer Sozialismus, schon früher gebräuchig gewesen war. Alles löste sich in Nebel auf. Manchmal freilich konnte man eine deutliche Lüge festnageln. Es war zum Beispiel nicht wahr, wie in den Parteigeschichtsbüchern behauptet wurde, dass die Partei die Flugzeuge erfunden hatte. Er erinnerte sich an Flugzeuge von seiner frühesten Kindheit an, aber man konnte nichts beweisen. Es gab keinen Beweis. Nur einmal in seinem ganzen Leben hatte er den unverkennbaren dokumentarischen Beweis einer Geschichtsfälschung in Händen gehalten. Und das war als Smith, schrie die giftige Stimme aus dem Televisor. 6079 Smith W. Ja, sie meine ich. Tiefer bücken, wenn ich bitten darf. Sie bringen mehr fertig, als was sie da zeigen. Sie geben sich keine Mühe. Tiefer, bitte. So ist es schon besser, Genosse. Rühren. Der ganze Verein. Und alle mal herschauen. Heißer Schweiß war Winston plötzlich am ganzen Körper ausgebrochen. Sein Gesicht blieb vollkommen undurchdringlich. Nur keine Unlust verraten. Niemals entrüstet sein. Ein einziges Zucken in den Augen konnte einen verraten. Er stand da und sah aufmerksam zu. Während die Vortonerin ihre Arme über den Kopf gehoben hatte und dann, man konnte nicht gerade sagen anmutig, aber mit erstaunlicher Exaktheit und Tüchtigkeit, eine tiefe Rumpfbeuge machte, wobei sie ihre vordersten Fingerglieder unter ihre Zehen schob. Bitte, Genossen, so möchte ich das bei Ihnen sehen. Schauen Sie mir noch einmal genau zu. Ich bin 39 und habe vier Kinder. Obacht jetzt. Sie beugte sich wieder. Sie sehen, die Knie sind bei mir durchgedrückt. Sie alle können das, wenn sie wollen, fügte sie hinzu, während sie sich aufrichtete. Jeder Mensch unter 45 Jahren ist durchaus imstande, seine Zehenspitzen zu berühren. Wir haben nicht alle den Vorzug, an der Front kämpfen zu dürfen, aber wenigstens können wir uns alle in bester Form erhalten. Denkt an unsere Jungens an der Malaba-Front und an die Matrosen auf den schwimmenden Festungen. Denkt nur mal daran, was sie auszuhalten haben. Jetzt versuchen sie es noch einmal. So ist es besser, Genosse. So ist es schon viel besser, fügte sie ermutigend hinzu, als es Winston in einer heftigen Tauchbewegung zum ersten Mal in mehreren Jahren gelang, mit durchgedrückten Knien seine Zehen zu berühren. Viertes Kapitel. Mit dem tiefen, unbewussten Seufzer, den ihn nicht einmal die Nähe des Televisors hindern konnte, bei Beginn seiner Tagesarbeit auszustoßen, zog Winston den Sprechschreiber an sich heran, ließ den Staub aus dem Mundstück und setzte seine Brille auf. Dann öffnete er vier kleine Papierrollen, die bereits aus der Rohrpost an der rechten Seite seines Schreibtisches herausgeschossen waren und heftete sie mit Klammern zusammen. In den Wänden des Büroraumes waren drei Löcher angebracht. Rechts von dem Sprechschreiber eine kleine Rohrpoströhre für schriftliche Mitteilungen, links eine größere für Zeitungen und in der Seitenwand für Winston in bequemer Reichweite ein großer, durch ein Klappgitter geschützter länglicher Schlitz. Dieser Schlitz diente als Papierkorb und ähnliche Schlitze waren zu Tausenden oder Zehntausenden über das ganze Gebäude verteilt, nicht nur in jedem Zimmer, sondern in kurzen Abständen auf jedem Gang. Aus irgendeinem Grunde hießen sie die Gedächtnislöcher. Wusste man, dass ein Dokument zur Vernichtung bestimmt war oder sah man auch nur ein Stück Abfallpapier herumliegen, war es eine automatische Handlung, das Schutzgitter des nächstbesten Gedächtnisloches hochzuklappen und das Papier hineinzuwerfen, woraufhin es von einem warmen Luftstrom zu den riesigen Verbrennungsöfen fortgewirbelt wurde, die in den geheimen Tiefen des Gebäudes verborgen waren. Winston las die vier Zettel, die er aufgerollt hatte. Jede enthielt eine nur eine oder zwei Zeilen umfassende Botschaft in dem abgekürzten Jargon, der im Ministerium für interne Zwecke benutzt wurde und der nicht eigentlich aus der Neusprache bestand, aber viele einzelne Worte der Neusprache enthielt. Sie lauteten Times vom 17.03.84. GB Rede Fehlbericht. Afrika rechtstellt. Times vom 19.12.83. Voraussagen 3 JP. Viertes Quartal 83 Falschdruck. Verbessert Neuausgabe. Times vom 14.02.84. Miniflu Fehlzitiert. Schokolade rechtstellt. Times vom 3.12.83. Bericht GB Tagesbefehl Doppelplusungut. Nennt Unperson total umschreibt Ante Ordner. Mit einem leisen Gefühl der Befriedigung legte Winston die letzte Botschaft beiseite. Es war eine verzwickte und verantwortungsvolle Aufgabe und besser erst am Schluss zu erledigen. Die anderen drei waren Routineangelegenheiten, wenn auch die zweite vermutlich ein langweiliges Durchackern von Zahlenlisten erfordern würde. Winston schaltete auf dem Televisor frühere Nummern ein und verlangte die entsprechenden Ausgaben der Times, die schon nach ein paar Augenblicken aus der Rohrpostanlage herausglitten. Die Botschaften, die er erhalten hatte, bezogen sich auf Zeitungsartikel oder Meldungen, die aus diesem oder jenem Grunde zu ändern oder, wie die offizielle Phrasiologie lautete, richtig zu stellen für nötig befunden wurde. So ging zum Beispiel aus der Times vom 17. März hervor, dass der große Bruder in seiner Rede am Tag vorher prophezeit hatte, die Südindienfront würde ruhig bleiben, aber in Nordafrika würde bald eine Eurasische Offensive losbrechen. In Wirklichkeit jedoch hatte das Eurasische Oberkommando seine Offensive in Südindien angesetzt und in Afrika hatte Ruhe geherrscht. Deshalb musste eine neue Fassung von der Rede des großen Bruders geschrieben werden, die eben das voraussagte, was wirklich eingetreten war. Im zweiten Falle hatte die Times vom 19. Dezember die offiziellen Voraussagen, der Produktion verschiedener Gebrauchskrüter während des vierten Quartals von 1983 publiziert. Die heutige Ausgabe enthielt einen korrigierten Bericht der tatsächlichen Produktion, aus dem hervorging, dass die Voraussagen in jeder Sparte grob unrichtig waren. Winstons Aufgabe bestand nun darin, die ursprünglichen Zahlen richtig zu stellen, indem er sie mit den späteren in Übereinstimmung brachte. Was die dritte Botschaft betraf, so bezog sie sich auf einen ganz einfachen Irrtum. Der in ein paar Minuten eingerenkt werden konnte. Noch im Februar hatte das Ministerium für Überfluss ein Versprechen verlautbaren lassen. Eine kategorische Garantie, hieß der offizielle Wortlaut, dass während des Jahres 1984 keine Kürzung der Schokoladenration vorgenommen werden würde. In Wirklichkeit sollte, wie Winston nun wusste, Ende dieser Woche die Schokoladenrationen von 30 auf 20 Gramm herabgesetzt werden. Man brauchte nun nichts weiter zu tun, als statt des ursprünglichen Versprechens eine warnende Äußerung zu unterschieben, dass es vermutlich nötig sein würde, die Ration im Laufe des Monats April zu kürzen. Nachdem Winston von jeder der Botschaften Kenntnis genommen hatte, heftete er seine Seesprech geschriebenen Korrekturen an die jeweilige Ausgabe der Times und steckte sie in den Rohrpostzylinder. Dann knüllte er mit einer fast völlig unbewussten Bewegung die ursprüngliche Meldung und alle von ihm selbstgemachten Notizen zusammen und warf sie in das Gedächtnisloch, um sie von den Flammen verzehren zu lassen. Was in dem unsichtbaren Labyrinth geschah, in dem die Rohrpoströhrchen zusammenliefen, wusste er nicht im Einzelnen, sondern nur in großen Umrissen. Wenn alle Korrekturen, die in einer Nummer der Times nötig geworden waren, gesammelt und kritisch miteinander verglichen worden waren, wurde diese Nummer neu gedruckt, die ursprünglich vernichtet und an ihrer Stelle die richtig gestellte Ausgabe ins Archiv eingereiht. Dieser dauernde Umwandlungsprozess vollzog sich nicht nur an den Zeitungen, sondern auch an Büchern, Zeitschriften, Broschüren, Plakaten, Flugblättern, Filmen, Liedertexten, Karikaturen, an jeder Art von Literatur, die irgendwie von politischer oder ideologischer Bedeutung sein konnte. Einen Tag um den anderen und fast von Minute zu Minute wurde die Vergangenheit mit der Gegenwart in Einklang gebracht. Auf diese Weise konnte für jede von der Partei gemachte Vorhersage der dokumentarische Beweis erbracht werden, dass sie richtig gewesen war. Auch wurde nie geduldet, dass man eine Verlautbarung oder Meinungsäußerung aufhob, die den augenblicklichen Gegebenheiten widersprach. Die ganze Historie stand so gleichsam auf einem auswechselbaren Blatt, das genauso oft, wie es nötig wurde, radiert und neu beschrieben werden konnte. In keinem Fall wäre es möglich gewesen, nach Durchführung des Verfahrens nachzuweisen, dass eine Fälschung vorgenommen worden war. Die größte Gruppe der Erteilung Registratur, weit größer als die Winstons, bestand aus Personen, deren Aufgabe lediglich war, alle Ausgaben von Büchern, Zeitungen und anderen Druckerzeugnissen ausfindig zu machen und zu sammeln, die außer Gebrauch gesetzt und vernichtet werden mussten. Eine Nummer der Times, die vielleicht infolge von Änderungen in der politischen Gruppierung oder der vom großen Bruder ausgesprochenen irrtümlichen Prophezeiung ein Dutzendmal neu abgefasst worden war, stand noch immer mit ihrem ursprünglichen Datum versehen in ihrem Regal. Und es gab auf der ganzen Welt keine andere Ausgabe, die mit ihr in Widerspruch hätte stehen können. Auch Bücher wurden immer wieder aus dem Verkehr gezogen und neu geschrieben und ohne jeden Hinweis auf die vorgenommenen Veränderungen neu aufgelegt. Sogar die geschriebenen Weisungen, die Winston erhielt und deren er sich in jedem Fall nach Gebrauch sofort entledigte, sprachen nie aus oder ließen durchblicken, dass eine Fälschung vorgenommen werden sollte. Immer wurde nur von Weglassungen, Irrtümern, Druckfehlern oder falschen Zitaten gesprochen, die im Interesse der Genauigkeit richtiggestellt werden mussten. In Wirklichkeit, so dachte er, während er die Ziffern der Angaben des Ministeriums für Überfluss neu einsetzte, war es auch nicht einmal eine Fälschung. Es war lediglich die Einsetzung eines Unsinns anstelle eines anderen. Der größte Teil des Materials, das man bearbeitete, hatte keinerlei Relation zur Wirklichkeit. Nicht einmal die Relation, die eine direkte Lüge zur Wahrheit hat. Die Statistiken waren in ihrer ursprünglichen Fassung genau sowohl eine ausgeburte Fantasie wie in ihrer berichtigten Form. Sehr häufig wurde erwartet, dass man sie nach eigenem Ermessen zurechtstutzte. So hatten zum Beispiel die Voraussagen des Ministeriums für Überfluss die Schuhproduktion für ein Vierteljahr auf 145 Millionen Paare geschätzt. Die tatsächliche Produktion wurde mit 62 Millionen angegeben. Winston jedoch setzte, als er die Vorhersage neu schrieb, dafür 57 Millionen ein, um so die übliche Behauptung zu ermöglichen, die Quote sei mehr als erfüllt worden. In jedem Fall aber kamen 62 Millionen der Wahrheit nicht näher als 57 oder 145 Millionen. Sehr wahrscheinlich waren überhaupt keine Schuhe produziert worden. Noch wahrscheinlicher war es, dass niemand wusste, wie viele Schuhe produziert worden waren oder dass sich überhaupt niemand darum kümmerte. Man wusste nur so viel, als dass jedes Vierteljahr auf dem Papier astronomische Zahlen von Schuhen produziert wurden, während etwa die Hälfte der Bevölkerung Ozeaniens barfuß lief. Und so war es mit jeder Gattung berichteter Tatsachen, ob es sich nun um große oder kleine handelte. Alles löste sich in einer Welt des leeren Scheines auf, in der zuletzt sogar die gültige Jahreszahl unsicher geworden war. Winston warf einen Blick durch den Saal. Auf dem entsprechenden Platz auf der anderen Seite ging ein kleiner, pedantischer, dunkelhäutiger Mann namens Tillotson beflissen seiner Arbeit nach. Eine entfaltete Zeitung auf den Knien, den Mund ganz dicht an der Muschel des Sprechschreibers. Er sah so aus, als versuche er, was er sagte, als Geheimnis zwischen ihm und dem Televisor zu bewahren. Er blickte auf, zu Winston herüber. Winston kannte Tillotson kaum und hatte keine Ahnung, mit welcher Arbeit er beschäftigt war. Die Angestellten der Registratur sprachen nicht gerne über ihre Tätigkeit. In dem langen, fensterlosen Saal mit seiner doppelten Reihe von Nischen und seinem endlosen Rascheln von Papier und Summen von Stimmen, die in den Sprechschreibersprachen, saßen ein gutes Dutzend Menschen, die Winston nicht einmal den Namen nach kannte, obwohl er sie tagtäglich auf den Gängen hin- und hereilen oder während der zwei Minuten Hasssendung gestikulieren sah. Er wusste, dass in der Nische neben ihm die kleine Frau mit dem aschblonden Haar tag ein, tag aus damit beschäftigt war, aus der Presse die Namen von Menschen heraus zu suchen und zu streichen, die vaporisiert worden waren und die man infolgedessen so behandelte, als hätten sie niemals existiert. Darin lag eine gewisse Abgebrütheit, denn erst vor zwei Jahren war ihr eigener Mann vaporisiert worden. Ein paar Nischen weiter saß ein milder, untüchtiger, verträumter Mensch namens Ample vor, mit stark behaarten Ohren und einem erstaunlichen Talent mit Reimen und Versmaßen zu jonglieren, der dazu angestellt war, geänderte Texte, endgültige Fassungen, wie es hieß, von Gedichten herzustellen, die ideologisch anstößig geworden waren, die man aber aus diesem oder jenem Grunde in den Gedichtesammlungen beibehalten wollte. Und dieser Saal mit seinen etwa 50 Angestellten war nur eine Unterabteilung, eine einzige Zelle in dem riesigen Komplex der Abteilung Registratur. Neben, über und unter ihnen waren andere Schwärme von Angestellten mit einer unvorstellbaren Vielfalt von Arbeiten beschäftigt. Da waren die großen Druckereien mit ihren Hilfsredakteuren und ihren hervorragend ausgestatteten Ateliers für Fälschungen von Fotografien. Da war die Tele-Programmabteilung mit ihren Ingenieuren, ihren Produktionsleitern und ihrem Stab von Schauspielern, die speziell im Hinblick auf ihr Imitationstalent ausgewählt worden waren. Da gab es die Herrscharen von Bibliothekaren, deren Aufgabe lediglich darin bestand, Listen von Büchern und Zeitschriften aufzustellen, von denen eine Neuauflage hergestellt werden musste. Da waren die großen Lagerräume, in denen die korrigierten Druckerzeugnisse aufbewahrt und die versteckten Verbrennungsanlagen, in denen die ursprünglichen Ausgaben vernichtet wurden. Und irgendwo saßen ganz anonym die leitenden Hirne, die den ganzen Betrieb koordinierten und die politischen Richtlinien festlegten, nach denen dieses Bruchstück der Vergangenheit aufbewahrt, jenes gefälscht und ein anderes aus der Welt geschafft wurde. Und doch war die Registraturabteilung als solche nur ein einzelner Zweig des Wahrheitsministeriums, dessen Hauptaufgabe ja nicht darin bestand, die Vergangenheit entsprechend zu frisieren, sondern die Bürger Ozeanins mit Zeitungen, Filmen, Lehrbüchern, Televisorprogrammen, Theaterstücken, Romanen mit jeder nur vorstellbaren Art von Nachrichten, Belehrung oder Unterhaltung zu versorgen. Von Denkmälern angefangen bis zum täglichen Kernspruch, vom lyrischen Gedicht bis zur biologischen Abhandlung, von der Kinderfibel bis zum Wörterbuch der Neusprache. Und das Ministerium musste nicht nur die mannigfaltigen Bedürfnisse der Partei befriedigen, sondern den ganzen Arbeitsgang noch einmal auf dem niedrigen Niveau des Proletariats wiederholen. Es gab eine ganze Reihe von besonderen Abteilungen, die sich mit der proletarischen Literatur, mit Musik, Theater und Varieté für Proletarier befassten. Dort wurden minderwertige Zeitungen, die fast nichts als Sport, Verbrechen und astrologische Ratschläge enthielten, reißerische Fünfzentromane, von Sexualität strotzende Filme und sentimentale Schlager hergestellt, die vollkommen mechanisch mit Hilfe einer Art Kaleidoskop des sogenannten Versifikators abgefasst wurden. Es gab sogar eine ganze Unterabteilung Porno-Roh, hieß sie in der Neusprache, die sich mit der massenhaften Erzeugung der niedrigsten Art von Pornografie befasste, die in versiegelten Verpackungen versandt wurden und von keinem Parteimitglied, außer den in der betreffenden Abteilung Beschäftigten, betrachtet werden durfte. Drei Mitteilungen waren aus der Rohrpostanlage geglitten, während Winston an der Arbeit war. Aber es handelte sich um einfache Dinge. Und er hatte sie erledigt, ehe er durch die Zwei-Minuten-Hass-Sendung unterbrochen wurde. Als die Hassovation zu Ende war, ging er in seine Nische zurück, schob den Sprechschreiber auf die Seite, putzte seine Brille und machte sich an die Hauptarbeit, die er an diesem Morgen zu bewältigen hatte. Winstons größte Freude im Leben war seine Arbeit. Das meiste war langweilige Routine, aber es gab doch auch so schwierige und knifflige Aufgaben darunter, dass man sich darin wie in den Tiefen mathematischer Probleme verlieren konnte. Feine Fälschungen, bei denen man von nichts anderem geleitet wurde, als eine Erkenntnis der Prinzipien des Engsorts und dem eigenen Einfühlungsvermögen dafür, was die Partei von einem erwartete. Winston war in diesen Dingen tüchtig. Gelegentlich war er sogar mit der Umarbeitung von völlig in der Neusprache verfassten Leitartikeln der Times betraut worden. Er rollte die Mitteilung auf, die er vorher beiseite gelegt hatte. Times vom 3.12.83. Bericht GB Tagesbefehl. Doppel plus ungut. Nennt Unperson. Tat umschreibt. Ante Ordner. In der alten umständlichen Sprache hieß das ungefähr so viel wie, der Bericht über den Tagesbefehl des Großen Bruders in der Times vom 3.12.1983 ist äußerst unbefriedigend und erwähnt heute nicht mehr lebende Personen. Noch einmal völlig neu schreiben und ihren Entwurf an höherer Stelle vorlegen, ehe er im Archiv abgelegt wird. Winston las den beanstandeten Artikel durch. Der Tagesbefehl des Großen Bruders hatte offenbar hauptsächlich in einem Loblied auf die Leistung einer als SFZZ bekannten Organisation bestanden, die für die Matrosen auf den schwimmenden Festungen Zigaretten und andere Zubehöre des täglichen Lebens lieferte. Ein gewisser Genosse Witters, ein prominentes Mitglied der inneren Partei, war mit namentlicher Erwähnung geehrt und mit der zweiten Klasse des Ordens für besondere Verdienste ausgezeichnet worden. Drei Monate später war die SFZZ plötzlich ohne Bekanntgabe eines Grundes aufgelöst worden. Man durfte annehmen, dass Witters und seine Geschäftsteilhaber jetzt in Ungnade gefallen waren. Jedoch war in der Presse oder durch den Televisor kein Bericht darüber erfolgt. Das war zu erwarten gewesen, da es nicht üblich war, politische Sünder vor Gericht zu stellen oder öffentlich anzuklagen. Die großen Säuberungsaktionen, bei denen es sich um tausende von Menschen handelte, mit öffentlichen Verhandlungen von Verrätern und Gedankenverbrechern, die dann Geständnisse ihrer abscheulichen Verbrechen ablegten und darauf hingerichtet wurden, waren besondere Schaustellungen, die nicht öfter als einmal alle paar Jahre stattfanden. Gewöhnlich verschwanden Menschen, die sich das Missfallen der Partei zugezogen hatten, ganz einfach und man hörte nie wieder etwas von ihnen. Man erhielt nie auch nur die leiseste Andeutung, was aus ihnen geworden war. In manchen Fällen waren sie vielleicht nicht einmal tot. Etwa 30 Menschen, die Winston persönlich gekannt hatte, abgesehen von seinen Eltern, waren im Laufe der Zeit auf diese Weise verschwunden. Winston schubberte sich mit einer Heftklammer die Nase. In der Nische jenseits des Ganges saß Genosse Tillotson noch immer geheimnistuerisch über seinen Sprechschreiber gebeugt. Er hob einen Augenblick den Kopf. Wieder das feindselige Blitzen der Brille. Winston fragte sich, ob Genosse Tillotson mit der gleichen Arbeit wie er beschäftigt war. Das war durchaus möglich. Ein so kniffliges Stück Arbeit würde niemals nur einem Sachbearbeiter anvertraut werden. Es andererseits einem Ausschuss vorzulegen, wäre mit dem öffentlichen Eingeständnis gleichbedeutend gewesen, dass eine Fälschung vorgenommen werden sollte. Sehr wahrscheinlich bemühte sich jetzt ein ganzes Dutzend Menschen darum, die beste Abwandlung von dem zu finden, was der große Bruder in Wirklichkeit gesagt hatte. Und bald darauf würde dann ein Großkopferter aus der inneren Partei diese oder jene Fassung auswählen, sie erneut herausgeben und das komplizierte Getriebe der notwendig werdenden Richtigstellung auf anderen Gebieten in Gang setzen, worauf die ausgewählte Lüge ins Archiv eingehen und zu Wahrheit werden würde. Winston wusste nicht, warum Withers in Ungnade gefallen war. Vielleicht wegen Bestechlichkeit oder wegen Unfähigkeit. Vielleicht wollte sich auch der große Bruder lediglich eines allzu beliebten Untergebenen entledigen. Vielleicht hatte Withers oder ein ihm nahestehender sich ketzerische Ansichten verdächtig gemacht. Oder vielleicht, und das war das Allerwahrscheinlichste, war das Ganze nur geschehen, weil Säuberungsaktionen und Vaporisierungen nun einmal zu den notwendigen Maßnahmen der Regierungsmaschinerie gehörten. Der einzige Schlüssel lag in den Worten »nennt Unpersonen«, was darauf hinwies, dass Withers bereits tot war. Man konnte nicht ein für allemal annehmen, dass dies der Fall war, wenn Menschen festgenommen wurden. Manchmal wurden sie wieder entlassen oder ein oder zwei Jahre in Freiheit geduldet, ehe sie hingerichtet wurden. Ganz unvermutet trat ein Mensch, den man seit langem für tot gehalten hatte, bei einer öffentlichen Gerichtsverhandlung wieder in gespenstische Erscheinung, wo er dann hundert andere durch seine Zeugenaussage belastete, ehe er diesmal für immer von der Bildfläche verschwand. Withers jedoch war bereits eine Unperson. Er war nicht vorhanden. Er war nie vorhanden gewesen. Winston entschied, es genüge nicht, einfach die Tendenz der Rede des großen Bruders auf den Kopf zu stellen. Es war besser, man ließ sie von etwas handeln, das überhaupt nichts mit ihrem ursprünglichen Thema zu tun hatte. Er konnte die Rede in die übliche Anklage gegen Verräter und Gedankenverbrecher verwandeln, aber das war ein bisschen zu naheliegend. Andererseits würde es die Registratur zu sehr überlasten, wenn man einen Sieg an der Front oder einen Triumph der Überproduktion während des neuen Drei-Jahres-Planes erfinden wollte. Das richtigste war schon ein reines Fantasiegebilde. Plötzlich schwebte ihm, fix und fertig, die Fantasiegestalt eines gewissen Genossen Ogilvy vor, der vor kurzem unter heldenhaften Umständen im Kampf gefallen war. Manchmal kam es vor, dass der große Bruder seinen Tagesbefehl dem Gedächtnis eines einfachen, dem Mannschaftsstand angehörenden Parteimitglieds widmete, dessen Leben und Sterben er als ein der nachahmung würdiges Beispiel hinstellte. An diesem 3. Dezember also sollte er das Genossen Ogilvy gedenken. Zwar gab es keine Menschen dieses Namens auf der Welt, aber ein paar gedruckte Zeilen und zwei gefälschte Fotografien würden ihn schnell und ohne große Mühe zu bereiten ins Leben rufen. Winston überlegte einen Augenblick, zog dann den Sprechschreiber zu sich heran und begann, in dem vertrauten Stil des Großen Bruders zu diktieren. Dieser Stil, zugleich militärisch und pedantisch, war in Folge eines Kniffes, Fragen zu stellen und sie sofort zu beantworten. Welche Lehre lernen wir daraus, Genossen? Die Lehre, die auch eines der Grundprinzipien von Engsotz ist, nämlich das, sehr leicht nachzuahmen. Im Alter von drei Jahren hatte Genosse Ogilvy kein anderes Spielzeug als eine Trommel, eine Maschinenpistole und ein Flugzeugmodell in die Hand nehmen wollen. Sechsjährig war er, infolge einer besonderen Genehmigung ein Jahr früher als nach den Statuten zulässig, den Spehern beigetreten. Mit neun Jahren war er Truppführer geworden. Mit elf hatte er seinen Onkel bei der Gedankenpolizei angezeigt, nachdem er eine Unterhaltung belauscht hatte, die ihm verbrecherische Tendenzen zu haben schienen. Mit 17 war er Bezirksleiter der Jugendliga gegen Sexualität geworden. Mit 19 hatte er eine Handgranate erfunden, die vom Friedensministerium übernommen und bei ihrer ersten versuchsweise Anwendung mit einem Schlag 31 eurasische Gefangene getötet hatte. Mit 23 war er im Kampf gefallen. Von feindlichen Düsenjägern auf einem Flug mit wichtigen Depeschen über dem Indischen Ozean verfolgt, hatte er den eigenen Leib mit dem Bord-MG beschwert und war samt den Depeschen aus dem Flugzeug ins Meer gesprungen. Ein Tod, sagte der große Bruder, den man unmöglich ohne Neidgefühle betrachten konnte. Der große Bruder fügte ein paar Worte über die Lauterkeit und Untadeligkeit von Genosse Ogilvies Leben hinzu. Er war ein vollständiger Abstinenzler und Nichtraucher gewesen. Hatte keine andere Erholung als eine tägliche Stunde auf dem Turnplatz gekannt und das Gelübde abgelegt, unverheiratet zu bleiben, da er Ehe und Familiensorgen für unvereinbar mit der täglich 24-stündigen Pflichterfüllung hielt. Er kannte keinen anderen Gesprächsstoff als die Grundlehren des Engsorts und kein anderes Lebensziel als die Vernichtung des eurasischen Feindes und die Unschädlichmachung von Spionen, Saboteuren, Gedankenverbrechern und aller Arten von Verrätern und anderen unsauberen Elementen. Winston schwankte, ob er dem Genossen Ogilvy den Orden für besondere Verdienste verleihen sollte. Am Schluss entschied er sich dagegen, wegen der unnötigen Richtigstellungen, die das mit sich bringen würde. Noch einmal schielte er kurz zu seinem Rivalen in der gegenüberliegenden Nische hinüber. Etwas schien ihm mit Gewissheit zu sagen, dass Tillotson mit der gleichen Aufgabe beschäftigt war wie er selbst. Man konnte nicht wissen, wessen Lösung schließlich angenommen wurde, aber er fühlte eine tiefe Überzeugung, dass er den Vogel abschießen würde. Genosse Ogilvy, vor einer Stunde noch im Schoße des Nichtgedachten, war jetzt eine Tatsache. Es fiel ihm ein, dass man seltsamerweise Totengestalt geben konnte, nicht aber Lebenden. Genosse Ogilvy, der nie in der Gegenwart gelebt hatte, lebte jetzt in der Vergangenheit. Und wenn erst einmal die Tatsache der Fälschung vergessen war, würde er ebenso authentisch und ebenso nachweislich vorhanden sein wie Karl der Große oder Julius Cäsar. Fünftes Kapitel In der tief unter der Erde liegenden, niedrigen Kantine rückte die Schlange der Mittagsgäste nur langsam voran. Der Raum war bereits gedrängt voll und es herrschte ein betäubender Lärm. Von dem Herd hinter dem Ausgabetisch stieg der dicke Dampf eines Eintopfgerichts auf, mit einem säuerlich metallischen Geruch, der die Dünste des Victory Gins nicht ganz überdeckte. Am Ende des langen Raumes nämlich befand sich eine kleine Bar, nur eben eine Nische in der Wand, wo man ein großes Glas Gin für zehn Cent kaufen konnte. Da ist ja der Mann, den ich suche, sagte eine Stimme hinter Winstons Rücken. Er drehte sich um. Es war sein Freund Syme, der in der Forschungsabteilung arbeitete. Vielleicht war Freund nicht ganz das richtige Wort. Man hatte heutzutage keine Freunde. Man hatte Kameraden. Aber es gab Kameraden, deren Gesellschaft angenehmer war als die anderer. Syme war Sprachwissenschaftler, ein Spezialist für Neusprache. Er gehörte zu der riesigen Gruppe von Fachleuten, die jetzt mit der Zusammenstellung der elften Ausgabe des Wörterbuchs der Neusprache betraut waren. Er war ein winziges Kerlchen, kleiner als Winston, mit dunklem Haar und großen, hervortretenden Augen, die traurig und spöttisch zugleich dreinblickten und im Gespräch das Gesicht des Gegenübers genau zu durchforschen schienen. Ich wollte dich fragen, ob du vielleicht ein paar Rasierklingen hast, sagte er. Nicht eine, versicherte Winston mit gleichsam schuldbewusster Hast. Ich habe überall welche aufzutreiben versucht. Es gibt keine mehr. Beständig wurde man von allen Leuten nach Rasierklingen gefragt. In Wirklichkeit hatte Winston noch zwei Unbenützte gehortet. Seit Monaten schon herrschte Mangel an diesem Artikel. Alle Augenblicke fehlte es an einem notwendigen Gebrauchsartikel, den die Parteiläden nicht liefern konnten. Manchmal waren es Knöpfe, manchmal Stoppfwolle, dann wieder Schnürsenkel. Zur Zeit waren es Rasierklingen. Man konnte sie, wenn überhaupt, nur dadurch bekommen, dass man mehr oder weniger heimlich den freien Markt abgraste. Ich habe seit sechs Wochen die gleiche Klinge benutzt, setzte Winston lügnerisch hinzu. Die Schlange machte einen neuen Ruck vorwärts. Erst als sie zum Stehen kam, drehte er sich wieder Syme zu. Jeder von ihnen nahm ein fettiges Metalltablett von einem auf der Ecke des Ausgabetisches stehenden, hoch aufgetürmten Stoß. Hast du gestern zugeschaut, wie die Gefangenen aufgehängt wurden? fragte Syme. Ich hatte zu arbeiten, sagte Winston leicht hin. Ich werde es mir wohl im Kino ansehen. Ein sehr ungenügender Ersatz, meinte Syme und blickte Winston forschend an. Seine spöttischen Augen glitten über Winstons Gesicht. Ich kenne dich, schienen die Augen zu sagen. Ich sehe durch dich hindurch. Ich weiß sehr wohl, warum du nicht hingegangen bist, um dir das anzusehen. Auf eine intellektuelle Art und Weise war Syme verbissen orthodox. Er konnte mit einer unangenehmen genießerischen Befriedigung von Bombenangriffen auf feindliche Dörfer, von den Gerichtsverhandlungen und Geständnissen der Gedankenverbrecher und den Hinrichtungen in den Kellern des Liebesministeriums sprechen. Wenn man sich mit ihm unterhalten wollte, so musste man ihn vor allem von diesen Themen ablenken und ihn möglichst in ein Gespräch über die technischen Eigentümlichkeiten der Neusprache verwickeln. Ein Thema, über das er fesselnd und voll Sachkenntnis plaudern konnte. Winston drehte den Kopf ein wenig zur Seite, um dem forschen Blick der großen dunklen Augen zu entgehen. Es war recht interessant, das Hängen, sagte Syme in Erinnerung daran. Ich finde, es beeinträchtigt die Sache sehr, wenn man ihnen die Füße zusammenbindet. Ich sehe sie gerne strampeln. Und vor allem muss am Schluss die Zunge herausblecken. Blau, ganz zart-hellblau. Das ist eine Einzelheit, die mir gefällt. Der nächste bitte, rief der weißbeschürzte Prolis mit der Schöpfkelle. Winston und Syme schoben ihre Tabletts über den Ausgabetisch. Jedem wurde mit einem raschen Sprung seine Einheitsmahlzeit zugeteilt. Ein Essgeschirr voll eines rosagrauen Eintopfes, ein Stück Brot, ein Würfel Käse, ein Becher Victory-Kaffee ohne Milch und eine Sacharintablette. Dort unter dem Televisor ist ein Tisch frei, sagte Syme. Nehmen wir uns im Vorbeigehen einen Gin mit. Der Gin wurde in hänkellosen Porzellanbechern ausgegeben. Sie zwängten sich durch den gedrängt vollen Raum und stellten ihre Schüsseln auf die Metallplatte des Tisches, auf dessen einer Ecke jemand eine Pfütze vom Eintopf hinterlassen hatte. Einen schmutzig-nassen Brei, der wie erbrochenes aussah. Winston hob seinen Ginbecher in die Höhe, hielt einen Augenblick inne, um Mut zu sammeln und stürzte das ölig schmeckende Zeug hinunter. Nachdem er die Träne niedergekämpft hatte, die ihm in die Augen gestiegen waren, merkte er plötzlich, dass er hungrig war. Er begann, gehäufte Löffel des Eintopfgerichtes herunterzuschlingen, in dessen schlüpfriger Masse auch Würfel eines schwammigen, rosafarbenen Zeugs auftauchten, das vermutlich ein Kunstfleischprodukt war. Keiner der beiden sprach ein Wort, bis sie ihr Essgeschirr geleert hatten. An dem Tisch links von Winston, ein wenig hinter ihm, sprach jemand rasch und pausenlos. Ein unangenehmes Geplapper, das wie das Quaken einer Ente durch das allgemeine Getöse des Raumes drang. Wie geht's mit dem Wörterbuch vorwärts, sagte Winston mit erhobener Stimme, um den Lärm zu übertönen. Nur langsam, sagte es Seim. Ich bin jetzt bei den Adjektiven. Es ist sehr interessant. Bei der Erwähnung der Neusprache war er sofort lebhaft geworden. Er schob seine Schüssel beiseite. Er griff mit der einen seiner zarten Hände sein Stück Brot und mit der anderen den Käse. Dabei beugte er sich über den Tisch, um nicht schreien zu müssen. Die elfte Ausgabe ist die endgültige Fassung, erklärte er. Wir geben der Neusprache ihren letzten Schliff. Wir geben ihr die Form, die sie haben wird, wenn niemand mehr anders spricht. Wenn wir damit fertig sind, werden Leute wie du die Sprache ganz von Neuem erlernen müssen. Du nimmst wahrscheinlich an, neue Worte zu erfinden. Ganz im Gegenteil. Wir merzen jeden Tag Worte aus. Massenhaft. Zu Hunderten. Wir vereinfachen die Sprache auf ihr nacktes Gerüst. Die elfte Ausgabe wird kein einziges Wort mehr enthalten, das vor dem Jahr 2050 entbehrlich wird. Er biss hungrig in sein Brot. Und nachdem er zwei Bissen geschluckt hatte, fuhr er mit pedantischer Leidenschaft zu sprechen fort. Sein mageres, dunkles Gesicht hatte sich belebt. Seine Augen hatten ihren spöttischen Ausdruck verloren und waren fast träumerisch geworden. Es ist eine herrliche Sache, dieses Ausmerzen von Worten. Natürlich besteht der große Leerlauf, hauptsächlich bei den Zeit- und Eigenschaftswörtern. Aber es gibt auch hunderte von Hauptwörtern, die ebenso gut abgeschafft werden können. Es handelt sich nicht nur um die sinnverwandten Wörter, sondern auch um Wörter, die den jeweils entgegengesetzten Begriff wiedergeben. Welche Berechtigung besteht schließlich für ein Wort, das nichts weiter als das Gegenteil eines anderen Wortes ist. Jedes Wort enthält seinen Gegensatz in sich. Zum Beispiel gut. Wenn du ein Wort wie gut hast, wozu brauchst du dann noch ein Wort wie schlecht? Ungut erfüllt den Zweck genauso gut. Ja, sogar noch besser. Denn es ist das haargenaue Gegenteil des anderen, was man bei schlecht nicht wissen kann. Wenn du hinwiederum eine stärkere Abart von gut willst, worin besteht der Sinn einer ganzen Reihe von undeutlichen, unnötigen Wörtern wie vorzüglich, hervorragend oder wie sie alle heißen mögen. Plusgut drückt das Gewünschte aus und Doppelplusgut, wenn du etwas noch stärkeres haben willst. Freilich verwenden wir diese Formen bereits, aber in der endgültigen Neusprache gibt es einfach nichts anderes. Zum Schluss wird die ganze Begriffswelt von gut und schlecht nur durch sechs Worte, letzten Endes durch ein einziges Wort, gedeckt werden. Siehst du die Schönheit, die darin liegt, Winston? Es war natürlich ursprünglich eine Idee von GB, fügte Syme hinzu. Ein mattes Aufleuchten huschte bei der Erwähnung des großen Bruders über Winstons Gesicht. Trotzdem stellte Syme sofort einen Mangel an Begeisterung fest. Du weißt die Neusprache nicht wirklich zu schätzen, Winston, sagte er beinahe traurig. Selbst wenn du in ihr schreibst, denkst du noch immer in der Altsprache. Ich habe ein paar von den Artikeln gelesen, die du gelegentlich in der Times schreibst. Sie sind recht gut, aber es sind doch nur Übertragungen. Dein Herz hängt noch an der Altsprache, mit allen ihren Unklarheiten und unnützen Gedankenschattierungen. Dir geht die Schönheit der Wortvereinfachung nicht auf. Weißt du auch, dass die Neusprache die einzige Sprache der Welt ist, deren Wortschatz von Jahr zu Jahr kleiner wird? Nein, Winston wusste das nicht. Er lächelte, wie er hoffte, mit einem anerkennenden Ausdruck, ohne dass er zu sprechen wagte. Syme biss wieder ein Stück Schwarzbrot ab, kaute kurz und fuhr dann fort. Siehst du denn nicht, dass die Neusprache kein anderes Ziel hat, als die Reichweite des Gedankens zu verkürzen? Zum Schluss werden wir Gedankenverbrechen buchstäblich unmöglich gemacht haben, da es keine Worte mehr gibt, in denen man sie ausdrücken könnte. Jeder Begriff, der jemals benötigt werden könnte, wird in einem einzigen Wort ausdrückbar sein, wobei seine Bedeutung streng festgelegt ist und alle seine Nebenbedeutungen ausgetilgt und vergessen sind. Schon heute, in der elften Ausgabe, sind wir nicht mehr weit von diesem Punkt entfernt. Aber der Prozess wird immer weitergehen, lange nachdem wir beide tot sind. Mit jedem Jahr wird es weniger und immer weniger Worte geben, wird die Reichweite des Bewusstseins immer kleiner und kleiner werden. Auch heute besteht natürlich kein Entschuldigungsgrund für das Begehen eines Gedankenverbrechens. Es ist lediglich eine Frage der Selbstzucht, der Wirklichkeitskontrolle. Aber schließlich wird auch das nicht mehr nötig sein. Die Revolution ist vollzogen, wenn die Sprache geschaffen ist. Neusprache ist Engsotz und Engsotz ist Neusprache, fügte er mit einer Art geheimnisvoller Befriedigung hinzu. Hast du schon einmal bedacht, Winston, dass um das Jahr 2050 kein Mensch mehr am Leben sein wird, der ein solches Gespräch, wie wir es eben führen, überhaupt verstehen könnte? Außer, wollte Winston einwenden, aber er brach ab. Es war ihm auf der Zunge gelegen zu sagen, außer den Proles. Aber er hielt sich zurück, da er nicht ganz sicher war, ob eine solche Bemerkung nicht in gewisser Weise unorthodox gewesen wäre. Seim hatte jedoch erraten, was er sagen wollte. Die Proles sind keine Menschen, sagte er aber läufig. Mit dem Jahr 2050, aber vermutlich schon früher, wird jede wirkliche Kenntnis der Altsprache verschwunden sein. Die gesamte Literatur der Vergangenheit wird vernichtet worden sein. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron werden nur noch in Neusprachefassung vorhanden sein und damit nicht einfach umgewandelt, sondern zu dem Gegenteil von dem verkehrt, was sie waren. Selbst die Parteiliteratur wird eine Wandlung erfahren. Sogar die Leitsätze werden anders lauten. Wie könnte ein Leitsatz wie Freiheit ist Sklaverei bestehen bleiben, wenn der Begriff Freiheit aufgehoben ist? Das ganze Reich des Denkens wird anders sein. Es wird überhaupt kein Denken mehr geben, wenigstens was wir heute darunter verstehen. Strenggläubigkeit bedeutet nicht mehr denken, nicht mehr zu denken brauchen. Strenggläubigkeit ist Unkenntnis. Eines Tages, dachte Winston plötzlich aus innerster Überzeugung, wird Syme vaporisiert werden. Er ist zu gescheit. Er sieht zu klar und spricht zu offen. Die Partei sieht solche Menschen nicht gerne. Eines schönen Tages wird er verschwinden. Es steht in seinem Gesicht geschrieben. Winston war fertig mit seinem Brot und seinem Käse. Er drehte sich auf seinem Stuhl ein wenig zur Seite, um seinen Becher Kaffee zu trinken. Am Tisch links von ihm sprach der Mann mit der kreischenden Stimme noch immer unbarmherzig weiter. Eine junge Frau, vielleicht seine Sekretärin, die mit dem Rücken zu Winston dasaß, hörte ihm zu und schien allem, was er sagte, eifrig beizustimmen. Von Zeit zu Zeit fing Winston Bemerkungen auf wie »Ich glaube, Sie haben vollkommen recht. Ich bin ganz Ihrer Meinung«, die eine jugendliche und ziemlich törichte Frauenstimme vorbrachte. Aber die andere Stimme schwieg keinen Augenblick still, auch nicht, wenn das Mädchen einmal sprach. Winston kannte den Mann vom Sehen, doch wusste er nicht mehr von ihm, als dass er einen wichtigen Posten in der Literaturabteilung bekleidete. Er war ein Mann von etwa 30 Jahren, mit einem muskulösen Hals und einem großen, beweglichen Mund. Sein Kopf war ein wenig zurückgebeugt und infolge des Winkels, in dem er da saß, fingen seine Brillengläser das Licht auf und zeigten Winston zwei blanke Scheiben statt der Augen. Das etwas Gespenstische an der Sache war, dass es fast unmöglich war, ein einziges Wort des aus seinem Munde hervorbrechenden Redeschwalz zu verstehen. Nur einmal fing Winston einen Gesprächsfetzen auf. Vollständige und endgültige Ausrottung des Goldsteinismus. Sehr rasch und gleichsam in einem Stück, wie eine fertig gegossene Druckzeile, hervorgestoßen. Der Rest war nur ein Geräusch. Quark, Quark, Quark. Und doch konnte man, auch ohne zu verstehen, was der Mann sagte, sich über den Grundton nicht im Zweifel sein. Mochte er nun Goldstein beschuldigen und strengere Maßnahmen gegen Gedankenverbrecher und Saboteure fordern? Mochte er gegen die Grausamkeit der eurasischen Streitkräfte wettern? Mochte er den großen Bruder oder die Helden an der Malaba-Front lobpreisen? Es blieb sich alles gleich. Man konnte sicher sein, was immer er sagte, dass jedes seiner Worte streng orthodox, reinster Engsotz war. Während Winston das augenlose Gesicht betrachtete, dessen Unterkiefer schnell auf- und zuklappte, hatte er ein merkwürdiges Gefühl, dass dies kein richtiger Mensch, sondern eine Art Puppe war. Hier sprach nicht das Gehirn eines Menschen, sondern sein Kehlkopf. Was dabei herauskam, bestand zwar aus Worten, aber es war keine menschliche Sprache im echten Sinne. Es war ein unbewusst hervorgestoßenes, völlig automatisches Geräusch, wie das Quaken einer Ente. Syme war einen Augenblick verstummt und zeichnete mit dem Stiel seines Löffels ein Muster in die Eintopfreste. Die Stimme am Nachbartisch quakte pausenlos weiter, gut hörbar trotz des großen Getöses ringsum. Es gibt ein Wort in der Neusprache, sagte Syme. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Entenquark. Es ist eines von den interessantesten Wörtern, die zwei gegensätzliche Bedeutungen haben. Einem Gegner gegenüber angewandt, ist es eine Beschimpfung. Gebraucht man es von jemandem, mit dem man einer Meinung ist, dann ist es ein Lob. Fraglos wird Syme vaporisiert werden, dachte Winston von Neuem. Er dachte es mit einem gewissen Bedauern, obwohl er genau wusste, dass Syme ihn verachtete und keineswegs besonders mochte. Ja, dass er durchaus imstande war, ihm beim geringsten Anlass als Gedankenverbrecher zu denunzieren. Etwas an Syme stimmte nicht ganz. Ihm fehlte etwas. Takt, Zurückhaltung, ein rettendes Quäntchen Dummheit. Man konnte ihn nicht als unorthodox bezeichnen. Er glaubte an die Grundsätze des Engsots, verehrte den großen Bruder, jubelte über Sieger, hasste Ketzer nicht nur eifrig und unermüdlich aus Überzeugung, sondern wohlinformiert mit einem Scharfblick, wie ihn ein gewöhnliches Parteimitglied sonst nicht besaß. Dennoch hatte er immer etwas Anrüchiges. Er sagte Dinge, die besser ungesagt blieben. Er hatte zu viele Bücher gelesen und war ein Stammgast im Café Kastanienbaum, dem Treffpunkt der Maler und Musiker. Es gab kein Gesetz, nicht einmal ein Ungeschriebenes, das den Besuch dieses Cafés untersagte. Und trotzdem war dieses Lokal einigermaßen übel beläumdet. Die alten, in Misskredit geratenen Parteiführer hatten dort verkehrt, ehe sie schließlich liquidiert worden waren. Goldstein selbst, erzählte man sich, war dort vor Jahren oder Jahrzehnten manchmal gesehen worden. Symes Schicksal war unschwer vorauszusehen. Und doch war kein Zweifel, dass Syme, wenn er, und sei es auch nur für die Dauer von drei Sekunden, die wahre Natur von Winstons geheimen Ansichten erkannt hätte, ihn sofort an die Gedankenpolizei verraten würde. Freilich hätte das auch jeder andere getan, aber Syme mit größerer Bestimmtheit als die meisten. Eifer allein genügte noch nicht. Der strenge Glaube handelte unbewusst. Syme blickte auf. Da kommt Parsons, sagte er und stützte seinen Ellbogen auf die metallische Tischplatte. Etwas im Ton seiner Stimme schien hinzuzufügen. Dieser blöde Kerl. Tatsächlich bahnte sich Parsons, Winstons Wohnungsnachbar im Victory Block, seinen Weg durch den Raum. Ein dickbäuchiger, mittelgroßer Mann mit blondem Haar und einem froschartigen Gesicht. Mit 35 Jahren setzte er bereits im Nacken und an den Hüften Fettpolster an. Seine Bewegungen waren jedoch temperamentvoll und jungenhaft. Seine ganze Erscheinung war die eines hochaufgeschossenen Knaben, so sehr, dass man sich ihn, obwohl er den vorschriftsmäßigen Trainingsanzug trug, schwerlich anders als in den kurzen blauen Hosen, dem grauen Hemd und dem roten Halstuch der Speer vorstellen konnte. Wenn man sich im Geiste sein Bild vor Augen hielt, sah man immer nackte Knie und rundliche Unterarme mit aufgekrempelten Hemdsärmeln. Parsons kehrte auch unweigerlich zu kurzen Hosen zurück, sobald ihm eine Gemeinschaftswanderung oder eine sonstige Form von Leibesübungen den geringsten Anlass dafür bot. Er begrüßte die beiden mit einem munteren Hallo-Hallo und setzte sich an den Tisch, wobei ein intensiver Schweißgeruch von ihm ausströmte. Auf seinem ganzen rosaroten Gesicht standen Schweißtropfen. Seine Fähigkeit zu schwitzen war unbegrenzt. Im Gemeinschaftshaus konnte man immer an der Feuchtigkeit des Schlägergriffes feststellen, ob er vor einem Tischtennis gespielt hatte. Sime hatte ein Blatt Papier hervorgezogen, auf dem eine lange Reihe Worte standen und studierte sie aufmerksam, wobei er einen Tintenbleistift zur Hand nahm. Schauen Sie nur, wie er während der Mittagspause arbeitet, sagte Parsons und gab Winston einen Rippenstoß. Das nenne ich Eifer. Was haben Sie denn da, alter Junge? Vermutlich etwas, was ein bisschen über meinen Horizont hinausgeht. Smith, alter Junge. Jetzt muss ich Ihnen sagen, warum ich hinter Ihnen her bin. Es ist wegen des Beitrags, den Sie mir noch nicht gestiftet haben. Um welchen Beitrag handelt es sich? fragte Winston und tastete automatisch nach Geld. Ungefähr ein Viertel seines Gehaltes musste man für freiwillige Beiträge zeichnen, die so zahlreich waren, dass man sie kaum auseinanderhalten konnte. Für die Hasswoche. Sie wissen ja. Die Hauptsammlung. Ich bin Vertrauensmann für unseren Block. Die ganze Stadt soll im Festschmuck prangen. Es wird eine Riesensache werden. Ich kann Ihnen sagen, es wird bestimmt nicht meine Schuld gewesen sein, wenn der gute alte Victory Block nicht den reichsten Fahnenschmuck in der ganzen Stadt aufzuweisen hat. Sie haben mir zwei Dollar versprochen. Winston fischte zwei fettig schmutzige Scheine aus der Tasche und überreichte sie Parsons, der den Betrag mit der sauberen Handschrift des Ungewildeten in ein kleines Notizbuch eintrug. Bei der Gelegenheit, alter Junge, meinte er, wie ich höre, hat mein kleiner Lauselimmel gestern mit seinem Katapult nach Ihnen geschossen. Ich habe ihm eine tüchtige Abreibung dafür erteilt. Ich sagte ihm, ich würde ihm das Ding wegnehmen, wenn er es noch einmal tut. Er war wohl ein wenig verstimmt, weil er nicht zu der Hinrichtung gehen durfte, sagte Winston. Ei nun, das zeigt den richtigen Geist, finden Sie nicht auch? Mutwillige kleine Lausejungen sind sie, alle beide, aber an Eifer mangelt es bei Ihnen wahrhaftig nicht. Sie haben nichts anderes im Kopf als die Speer. Und den Krieg natürlich. Wissen Sie, was mein kleines Mädel letzten Samstag getan hat, als ihr Fähnlein einen Gemeinschaftsausflug nach Birkhamsted machte? Sie stahl sich mit zwei anderen Mädchen aus der Reihe und heftete sich den ganzen Nachmittag an die Fersen eines merkwürdig aussehenden Mannes. Sie folgten ihm zwei Stunden lang, mitten durch den Wald. Und als sie nach Amersham kamen, übergaben sie ihn der Polizeistreife. Warum haben sie das getan? fragte Winston ein wenig verblüfft. Parsons fuhr triumphierend fort. Mein Sprössling hatte erkannt, dass er irgendwie so eine Art Feindagent war. Er konnte zum Beispiel mit dem Fallschirm abgesetzt worden sein. Aber nun kommt der springende Punkt, alter Junge. Was glauben Sie, was ihr zuerst an ihm aufgefallen ist? Sie merkte, dass er eine merkwürdige Sorte Schuhe anhatte. Sie sagte, sie habe noch nie zuvor jemanden solche Schuhe tragen sehen. Daher bestand die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um einen Ausländer handelte. Allerhand Köpfchen für einen siebenjährigen Drei-Käse-Hoch, was? Was wurde aus dem Mann? fragte Winston. Ach, das kann ich Ihnen natürlich nicht sagen. Aber ich wäre durchaus nicht verwundert, wenn... Parsons machte die Bewegung des Gewehranlegens und deutete mit einem Zungenschnalz den Schuss an. Gut, sagte Sime zerstreut, ohne von seinem Papier aufzublicken. Natürlich können wir uns kein Risiko leisten, stimmte Winston pflichtschuldig bei. Schließlich haben wir nun einmal Krieg, meinte Parsons. Wie zur Bestätigung seiner Worte erscholl ein Fanfarenstoß aus dem gerade über ihren Köpfen angebrachten Televisor. Diesmal war es jedoch nicht die Verkündigung eines militärischen Sieges, sondern lediglich eine Meldung des Ministeriums für Überfluss. Genossen, rief eine eifrige jugendliche Stimme. Achtung Genossen, wir haben herrliche Nachrichten für euch. Wir haben die Erzeugungsschlacht gewonnen. Die jetzt abgeschlossenen amtlichen Berichte über die Produktion aller Kategorien von Gebrauchsgütern zeigen, dass der Lebensstandard im Vergleich zum vergangenen Jahr sich um nicht weniger als 20 Prozent erhöht hat. In ganz Ozeanien fanden heute Morgen spontane Demonstrationen statt, bei denen die Arbeiter aus den Fabriken und Büros herausmarschierten und mit Fahnen durch die Straßen zogen, um dem großen Bruder ihre Dankbarkeit für das neue, glückliche Leben zum Ausdruck zu bringen, mit dem uns seine weise Führung beschenkt hat. Hier folgen einige der endgültigen Zahlen, Lebensmittel. Der Satz, unser neues, glückliches Leben, kehrte mehrmals wieder. Es war in letzter Zeit ein Lieblingsausdruck des Ministeriums für Überfluss geworden. Parsons, dessen Aufmerksamkeit durch den Fanfarenstoß geweckt worden war, saß in einem Zustand von gähnendem Ernst und belehrter Langeweile da. Er vermochte den Zahlen nicht zu folgen, war sich aber bewusst, dass sie irgendwie einen Grund zur Befriedigung boten. Er hatte eine große, verschmutzte Pfeife hervorgeholt, die bereits bis zur Hälfte mit verkohltem Tabak angefüllt war. Mit der Tabakration von 100 Gramm in der Woche konnte man seine Pfeife selten bis zum Rand füllen. Winston rauchte eine Victory-Zigarette, die er sorgfältig waagerecht hielt. Die neue Zuteilung wurde erst morgen fällig und er hatte nur noch vier Zigaretten übrig. Für den Augenblick hatte er seine Ohren den entfernten Geräuschen verschlossen und lauschte dem Redeschwall, der aus dem Televisor drang. Es stellte sich heraus, dass sogar Demonstrationen stattgefunden hatten, um dem großen Bruder für die Erhöhung der Schokoladenration auf 20 Gramm in der Woche zu danken. Dabei war erst gestern, so überlegte Winston, bekannt gegeben worden, dass die Ration auf 20 Gramm die Woche herabgesetzt würde. War es möglich, dass die Leute das nach nur 24 Stunden schlucken würden? Ja, sie schluckten es. Parsons schluckte es mühelos, mit der Dummheit eines Tieres. Das augenlose Geschöpf am Nebentisch schluckte es fantastisch, leidenschaftlich, mit der blindwütigen Sucht jeden ausfindig zu machen, zu denunzieren und zu vaporisieren, der behaupten wollte, vergangene Woche habe die Ration 30 Gramm betragen. Auch Saim schluckte es, allerdings auf eine komplizierte Art, bei der das Zwiedecken hineinspielte. Stand er demnach allein da, war er der Einzige, der ein Gedächtnis hatte? Immer noch tönten die frei erfundenen Statistiken aus dem Televisor. Im Vergleich zum vergangenen Jahre gab es mehr zu essen, mehr Kleidung, mehr Häuser, mehr Möbel, mehr Kochtöpfe, mehr Heizmaterial, mehr Schiffe, mehr Flugzeuge, mehr Bücher, mehr Neugeborene, mehr von allem außer Krankheit, Verbrechen und Wahnsinn. Jahr um Jahr, von einer Minute zur anderen erlebte alles einen rasenden Aufstieg. Wie vorher Saim hatte Winston jetzt seinen Löffel ergriffen und manschte in den farblosen Speiseresten auf dem Tisch herum, wobei er einen langen Streifen zu einem Muster auszog. Voll ingrimm dachte er über die physische Beschaffenheit des Lebens nach. War es schon immer so gewesen? Hatte das Essen immer so geschmeckt? Er blickte sich in der Kantine um. Ein niedriger, gedrängter, voller Raum, dessen Wände durch die Berührung unzähliger Leiber schmutzig geworden war. Verbeulte Metalltische und Stühle, so eng zusammengerückt, dass man sich im Sitzen mit den Ellbogen berührte. Verbogene Gabeln, am Rand abgestoßenes Geschirr, grobe weiße Becher, auf allen Flächen fettglänzend, Schmutz in jedem Sprung. Und ein säuerlicher Geruch über allem, zusammengesetzt aus schlechtem Gin, minderwertigem Kaffee, leicht metallisch schmeckendem Eintopf und unsauberen Kleidern. Immer regte sich im Magen und auf der Haut ein Protest. Das Gefühl, um etwas betrogen worden zu sein, worauf man ein Recht hatte. Zwar hatte er keine Erinnerung an etwas wesentlich anderes. Soweit er sich genau zurückerinnern vermochte, hatte es nie wirklich genug zu essen gegeben. Hatte man nie Socken oder Unterhosen besessen, die nicht voll Löcher waren. War das Mobiliar immer schadhaft und wackelig gewesen. Waren die Zimmer ungenügend geheizt, die Untergrundbahn überfüllt, die Häuser verfallen, das Brot dunkel, der Tee eine Rarität, der Kaffee schauderhaft, die Zigaretten zu wenig gewesen. Nichts war billig oder reichlich vorhanden gewesen außer dem synthetischen Gin. Und obwohl man das alles mit dem Älterwerden natürlich schlimmer empfand, war es nicht ein Zeichen, dass dies nicht die natürliche Ordnung der Dinge sein konnte. Wenn einem stets das Herz weh tat bei der Unbehaglichkeit, dem Schmutz und dem Mangel, den endlosen Wintern, den verfilzten Socken, den nie funktionierenden Fahrstühlen, dem kalten Wasser, der sandigen Seife, den zerbröckelnden Zigaretten, den künstlichen Nahrungsmitteln mit ihren verdächtigen Geschmack? Warum empfand man das als so unerträglich, wenn man nicht eine altererbte Erinnerung in sich trug, dass die Dinge einmal ganz anders gewesen waren? Er sah sich noch einmal in der Kantine um. Fast jeder Einzelne war hässlich und wäre auch hässlich gewesen, wenn er etwas anderes als den gleichförmigen blauen Trainingsanzug getragen hätte. Am anderen Ende des Raumes saß allein an einem Tisch ein kleiner, einem Käfer merkwürdig ähnlicher Mann und trank seine Tasse Kaffee, wobei seine Äuglein argwöhnische Blicke von einer Seite zur anderen warfen. Wie leicht, dachte Winston, konnte man glauben, wenn man nicht um sich blickte, dass es den von der Partei als ideal proklamierten körperlichen Typus, großgewachsene, muskulöse junge Leute und vollbusige Mädchen, blond, lebensbejahend, sonnengebräunt und sorglos, wirklich gab und dass er sogar vorherrschte. In Wirklichkeit war die Mehrzahl der Menschen in Luftflottenstützpunkt Nummer 1, soweit er es beurteilen konnte, klein, brünett und hässlich. Es war merkwürdig, wie dieser Käferartige Typ in den Ministerien überhandnahm. Kleine, untersetzte Menschen, die schon in jungen Jahren korpulent wurden, mit kurzen Beinen, raschen, zappeligen Bewegungen und gedunsenen, undurchdringlichen Gesichtern mit sehr kleinen Augen. Dieser Typ schien unter der Herrschaft der Partei am besten zu gedeihen. Die Meldung des Ministeriums für Überfluss endete mit einem erneuten Fanfarenstoß und wurde durch Blechmusik abgelöst. Paar Sons, durch das Zahlenbombardement zu vager Begeisterung aufgerüttelt, nahm seine Pfeife aus dem Mund. Das Ministerium für Überfluss hat dieses Jahr wahrhaftig Großes geleistet, sagte er mit einem wissenden Kopfnicken. Bei der Gelegenheit, Smith, alter Junge, Sie haben nicht zufällig ein paar Rasierklingen, die Sie mir ablassen könnten? Nicht eine, sagte Winston. Ich benutze selber seit sechs Wochen die gleiche Klinge. Ach so, ich dachte nur, ich wollte Sie mal fragen, alter Junge. Tut mir leid, sagte Winston. Die quakende Stimme vom Nebentisch, die während der Meldung des Ministeriums vorübergehend zum Schweigen gebracht worden war, hatte wieder mit voller Lautstärke loszulegen begonnen. Aus irgendeinem Grunde musste Winston plötzlich an Frau Parsons mit ihrem Wuschelhaar und dem Staub in ihren Kummerfalten denken. In zwei Jahren würden ihre Kinder sie bei der Gedankenpolizei denunzieren. Frau Parsons würde vaporisiert werden. Seim würde vaporisiert werden. Winston würde vaporisiert werden. O'Brien würde vaporisiert werden. Parsons dagegen würde nie vaporisiert werden. Das augenlose Wesen mit der quakenden Stimme würde nie vaporisiert werden. Die kleinen, käferartigen Menschen, die so behennt durch die labyrinthischen Gänge der Ministerien huschten. Auch sie würden nie vaporisiert werden. Und das Mädchen mit dem dunklen Haar. Das Mädchen aus der Literaturabteilung. Auch sie würde niemals vaporisiert werden. Es schien ihm, als wisse er instinktiv, wer mit dem Leben davonkommen und wer vernichtet werden würde. Wenn man auch nicht ohne weiteres sagen konnte, welcher Faktor eigentlich das Überleben entschied. In diesem Augenblick schrak er heftig aus seiner Träumerei auf. Das Mädchen am Nebentisch hatte sich halb umgedreht und ihn angeblickt. Es war das Mädchen mit dem dunklen Haar. Sie sah ihn mit einem verstohlenen Seitenblick, aber mit merkwürdiger Eindringlichkeit an. In diesem Moment, in dem ihre Augen sich begegneten, wandte sie sich wieder ab. Winston brach der Schweiß aus allen Poren. Ein furchtbarer Schreck durchzuckte ihn. Zwar ließ er fast sofort nach, aber es blieb eine nagende Ungewissheit zurück. Warum beobachtete sie ihn? Warum verfolgte sie ihn dauernd? Unglücklicherweise konnte er sich nicht entsinnen, ob sie bereits bei seinem Kommen an diesem Tisch gesessen hatte oder erst nachher erschienen war. Auf alle Fälle hatte sie sich gestern während der 2 Minuten Hasssendung unmittelbar hinter ihn gesetzt, obwohl dazu keine zwingende Notwendigkeit bestand. Sehr wahrscheinlich hatte sie in Wirklichkeit die Absicht gehabt, ganz genau hinzuhören und sich davon zu überzeugen, ob er auch laut genug in das Beifallsgeschrei einstimmte. Sein erster Gedanke kam ihm wieder. Vermutlich war sie nicht wirklich ein Mitglied der Gedankenpolizei. Andererseits stellten eben gerade die Amateurspitze die größte Gefahr von allen da. Er wusste nicht, wie lange sie ihn schon angesehen hatte, vielleicht immerhin 5 Minuten, und es war möglich, dass er sein Gesicht nicht völlig in der Gewalt gehabt hatte. Es war schrecklich gefährlich, seine Gedanken schweifen zu lassen, wenn man bei einer öffentlichen Veranstaltung oder in Reichweite eines Televisors war. Die geringste Kleinigkeit konnte einen verraten. Ein nervöses Zusammenzucken, ein unbewusster Angstblick, die Gewohnheit, vor sich hin zu murmeln, alles, was den Verdacht eines Ungewöhnlichen erwecken konnte, oder dass man etwas zu verbergen habe. Einen unpassenden Ausdruck im Gesicht zu zeigen, zum Beispiel ungläubig dreinzuschauen, wenn ein Sieg verkündet wurde, war jedenfalls schon an sich ein strafbares Vergehen. Es gab sogar ein Neusprachwort dafür. Gesichtsverbrechen. Das Mädchen hatte ihm wieder den Rücken zugewandt. Vielleicht verfolgte sie ihn nicht wirklich, oder es war nur ein Zufall, dass sie zwei Tage hintereinander so nahe von ihm gesessen hatte. Seine Zigarette war ausgegangen, und er legte sie vorsichtig auf den Tischrand. Er würde sie nach der Arbeit fertig rauchen, wenn inzwischen nicht der Tabak herausgefallen war. Sehr wahrscheinlich war die Person am Nebentisch ein Spitzel der Gedankenpolizei, und sehr wahrscheinlich war er in drei Tagen in den Krallen des Liebesministeriums. Aber einen Zigarettenstummel durfte man nicht vergeuden. Seim hatte sein Blatt Papier zusammengefaltet und in die Tasche gesteckt. Parsons hatte wieder zu schwatzen angefangen. Habe ich Ihnen eigentlich erzählt, alter Junge, sagte er kichernd, das Pfeifenmundstück zwischen den Zähnen, wie meine beiden Sprösslinge den Rock der alten Marktfrau in Brand gesteckt haben, weil sie gesehen hatten, wie sie Würste in ein Plakat mit dem Bild vom GB einwickelte, schlichen sich von hinten an sie heran und legten mit Zündhölzern Feuer an. Haben sie recht bös verbrannt, nehme ich an. Kleine Lauser, was? Aber scharf wie Schießhunde. Heute bekommen sie bei den Spehern eine erstklassige Vorschulung. Sogar noch besser als zu meiner Zeit. Was glauben Sie, womit sie neuerdings die Kinder ausgerüstet haben? Hörrohre, um damit durch Schlüssellöcher zu lauschen. Meine Kleine brachte gestern Abend eins mit nach Hause. Sie probierte es an unserer Wohnzimmertür aus und stellte fest, dass sie doppelt so gut damit hören konnte, als wenn sie einfach das Ohr ans Schlüsselloch legte. Natürlich ist es nur ein Spielzeug, verstehen Sie mich recht. Aber jedenfalls lenkt es ihre Gedanken auf die richtige Fährte, nicht wahr? In diesem Augenblick kam aus dem Televisor ein schrilles Pfeifen. Es war das Zeichen, wieder an die Arbeit zu gehen. Alle drei Männer sprangen auf, um sich in das Gewühl vor den Fahrstühlen zu stürzen. Und aus Winstons Zigarette fiel der restliche Tabak heraus. Sechstes Kapitel. Winston lehnte sich zurück und starrte gegen die Decke. Dann ergriff er den Federhalter und schrieb in sein Tagebuch. Es war vor drei Jahren, an einem dunklen Abend, in einer engen Seitenstraße in der Nähe eines der großen Bahnhöfe. Sie stand unweit von einem Torweg unter einer Straßenlaterne, die nur spärliches Licht gab. Sie hatte ein junges, sehr stark geschminktes Gesicht. Eigentlich war es die Gesichtsbemalung mit ihrer maskenhaften Weiße, was mich anzog, und die brennend roten Lippen. Die Frauen von der Partei schminkten sich nie. Es war niemand sonst auf der Straße und kein Televisor. Sie sagte zwei Dollar. Ich. Es war im Augenblick zu schwierig, weiterzuschreiben. Er presste die Finger auf die geschlossenen Augen und versuchte, das Bild wieder heraufzubeschwören, das ihm in seiner Erinnerung vorschwebte. Er verspürte ein fast unüberwindliches Verlangen, mit vollem Stimmaufwand einen Schwall unflätiger Worte herauszuschreien. Oder mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen, den Tisch umzuwerfen und das Tintenfass aus dem Fenster zu schleudern. Irgendetwas Gewaltsames, Lautes oder Schmerzhaftes zu tun, um die quälende Erinnerung auszulöschen. Der schlimmste Feind, mit dem man es zu tun hatte, überlegte er, waren die eigenen Nerven. Jeden Augenblick konnte die innere Spannung sich in einem äußeren Symptom verraten. Ihm fiel ein Mann ein, an dem er vor ein paar Wochen auf der Straße vorbeigegangen war. Ein ganz alltäglich aussehender Mann, ein Parteimitglied von 35 oder 40 Jahren, ziemlich groß und mager, eine Aktentasche unterm Arm. Sie waren ein paar Meter voneinander entfernt gewesen, als die linke Gesichtshälfte des Mannes plötzlich in krampfartige Zuckungen geriet. Das gleiche hatte sich noch einmal in dem Augenblick wiederholt, als sie aneinander vorbeigekommen waren. Es war nur ein kurzes Zittern, ein Zucken, so schnell wie das Klicken eines Fotoapparats, aber offenbar chronisch. Er erinnerte sich, dass er damals gedacht hatte, der arme Teufel ist geliefert. Und das Erschreckende daran war, dass es sich höchstwahrscheinlich um einen unbewussten Vorgang handelte. Die allergrößte Gefahr war, im Schlaf zu sprechen. So viel er wusste, gab es keine Möglichkeit, sich dagegen irgendwie zu schützen. Er schöpfte Atem und fuhr fort zu schreiben. Ich ging mit ihr durch den Torweg und über einen Hinterhof in eine im Erdgeschoss gelegene Küche. An der Wand stand ein Bett und auf dem Tisch eine sehr tief herabgeschraubte Lampe. Sie. Er war nervös. Er hätte am liebsten ausspucken mögen. Zugleich mit der Frau in der Küche dachte er an Catherine, seine Frau. Winston war verheiratet. Oder jedenfalls verheiratet gewesen. Vermutlich war er es noch, denn so viel ihm bekannt war, war seine Frau nicht gestorben. Ihm kam es vor, als atme er wieder den warmen, stickigen Geruch in der ebenerdigen Küche. Einen Geruch aus Ungeziefer, schmutziger Wäsche und miserablem, billigen Parfüm. Aber dennoch verlockend, denn keine Frau von der Partei benützte jemals Parfüm. Auch hätte man sich das überhaupt nicht vorstellen können. Nur die Proles benützten Parfüm. In seiner Vorstellung war dieser Geruch untrennbar mit Unzucht verbunden. Als er mit dieser Frau gegangen war, hatte das seinen ersten Fehltritt seit ungefähr zwei Jahren bedeutet. Der Umgang mit Prostituierten war natürlich verboten, aber es war eine der Vorschriften, die man gelegentlich zu übertreten wagen konnte. Es war gefährlich, aber es war keine Angelegenheit auf Leben und Tod. Mit einer Prostituierten erwischt zu werden, konnte bis zu fünf Jahren Zwangsarbeitslager bedeuten. Aber nicht mehr, wenn man keinen weiteren Verstoß begangen hatte. Und das war recht einfach, wenn man nur vermeiden konnte, in flagranti ertappt zu werden. In den ärmeren Vierteln wimmelte es von Frauen, die bereit waren, sich zu verkaufen. Manche waren sogar für eine Flasche Gin zu haben, der nicht für die Proles bestimmt war. Stillschweigend neigte die Partei sogar dazu, die Prostitution zu fördern als ein Ventil für Instinkte, die sich nicht völlig unterdrücken ließen. Die bloße Ausschweifung wurde nicht wichtig genommen, solange sie flüchtig und freudlos blieb und nur die Frauen der unterdrückten und verachteten Klasse daran teilnahmen. Ein unverzeihliches Verbrechen dagegen war Unzucht zwischen Parteimitgliedern. Doch obwohl dies auch zu den Verbrechen gehörte, deren sich die Angeklagten in den großen Säuberungsprozessen unabänderlich schuldig bekannten, so konnte man sich doch nur schwer vorstellen, dass dergleichen wirklich vorkam. Das Ziel der Partei war nicht nur, das Zustandekommen enger Beziehungen zwischen Männern und Frauen zu verhindern, die sie vielleicht nicht mehr übersehen konnte. Ihre wirkliche, unausgesprochene Absicht ging dahin, den sexuellen Akt aller Freude zu entkleiden. Nicht so sehr die Liebe als vielmehr die Erotik wurde als Feind betrachtet, sowohl in wie außerhalb der Ehe. Alle Eheschließungen zwischen Parteimitgliedern mussten von einer zu diesem Zweck aufgestellten Kommission genehmigt werden. Und diese Genehmigung wurde, obwohl dieser Grundsatz nie deutlich festgelegt worden war, immer verweigert, wenn das fragliche Paar den Eindruck machte, körperlich zueinander hingezogen zu sein. Der einzige anerkannte Zweck einer Heirat war, Kinder zum Dienst für die Partei zur Welt zu bringen. Der Geschlechtsakt selbst hatte als eine unbedeutende und leicht anrüchige Sache zu gelten, wie ein Klisti. Auch das wurde nie deutlich ausgedrückt, doch auf indirekte Weise jedem Parteimitglied von Jugend an eingeimpft. Es gab sogar Organisationen wie die Jugendliga gegen Sexualität, die für das vollkommene Zölibat beider Geschlechter eintraten. Alle Kinder sollten durch künstliche Befruchtung, Kunstsam hieß das in der Neusprache, gezeugt und in staatlichen Anstalten großgezogen werden. Winston wusste sehr wohl, dass dies nicht ganz ernst geweint war, aber es passte zu der allgemeinen Ideologie der Partei. Die Partei versuchte, das Sexualgefühl abzutöten oder doch zu verbiegen und in den Schmutz zu ziehen. Er wusste nicht, warum das so war, aber es schien natürlich, dass es so sein sollte. Und soweit es die Frauen betraf, waren die Bemühungen der Partei weitgehend erfolgreich. Er dachte wieder an Catherine. Es musste wohl neun, zehn, fast elf Jahre her sein, seit sie sich getrennt hatten. Es war merkwürdig, wie selten er an sie dachte. Er konnte tagelang vergessen, dass er überhaupt verheiratet gewesen war. Sie hatten nur ungefähr 15 Monate zusammengelebt. Die Partei duldete keine Scheidung, befürwortete aber in Fällen, bei denen keine Kinder vorhanden waren, die Trennung. Catherine war ein großes, blondes Mädchen, von sehr gerader Haltung und mit herrlichen Bewegungen. Sie hatte ein kühnes, adlerhaftes Gesicht. Ein Gesicht, das man versucht war, edel zu nennen, bis man herausfand, dass so gut wie nichts dahinter steckte. Schon sehr bald während seiner Ehe war er zu der Ansicht gelangt, vielleicht auch nur, weil er sie genauer kannte als die meisten anderen Menschen, dass sie geistig das dümmste, gewöhnlichste und leerste Wesen war, dem er je begegnet war. Sie hatte keine Gedanken im Kopf, der nicht ein Schlagwort gewesen wäre. Und es gab keinen Blödsinn, aber auch keinen einzigen, den sie nicht gefressen hätte, wenn die Partei ihn ihr auftischte. Er gab ihr im Stillen den Spitznamen die alte Platte. Und doch hätte er mit ihr zusammenleben können, wenn nicht die Erotik gewesen wäre. Sobald er sie berührte, schien sie zurückzuzucken und zu erstarren. Wenn man sie umarmte, war es genauso, als umarmte man eine Holzpuppe. Und seltsamerweise hatte er sogar, wenn sie ihn an sich presste, das Gefühl, als stoße sie ihn gleichzeitig mit aller Kraft von sich weg. Sie lag mit geschlossenen Augen da, weder widerstrebend noch miterlebend, sondern nur sich fügend. Es war äußerst hinderlich und nach einer Weile geradezu schrecklich. Aber selbst dann hätte er es fertig gebracht, mit ihr zusammenzuleben, wenn sie sich dahin geeinigt hätten, dass jeder für sich blieb. Aber merkwürdigerweise lehnte gerade Catherine das ab. Sie mussten, nach ihrer Ansicht, wenn irgend möglich, ein Kind zur Welt bringen. So vollzog sich der Vorgang weiterhin ganz regelmäßig einmal in der Woche, wenn es nicht gerade unmöglich war. Sie pflegte ihn sogar am Morgen daran zu erinnern, als an etwas, das an dem betreffenden Abend getan und nicht vergessen werden durfte. Sie hatte zwei Bezeichnungen dafür. Das eine hieß, an unser Baby denken und die andere, unsere Pflicht gegenüber der Partei erfüllen. Ja, diesen Ausdruck hatte sie tatsächlich gebraucht. Bald schon entwickelte sich bei Winston ein Gefühl ehrlicher Angst, wenn der betreffende Tag nahte. Aber glücklicherweise kam kein Kind. Und zu guter Letzt war sie einverstanden, den Versuch aufzugeben. Und bald darauf gingen sie auseinander. Winston seufzte hörbar. Wieder ergriff er seinen Federhalter und dann schrieb er weiter in das Tagebuch. Sie warf sich aufs Bett und sofort, ohne jede Vorbereitung, raffte sie in der gemeinsten, abscheulichsten Weise, die man sich vorstellen kann, ihren Rock hoch. Ich. Er sah sich wieder dort in dem trüben Lampenlicht stehen und spürte in seiner Nase den Geruch nach Wanzen und billigem Parfüm. In seinem Herzen stieg ein Gefühl der Niedergeschlagenheit und Reue auf. Das in diesem Augenblick sogar mit dem Gedanken an den weißen Leib Catherines verschwamm, den die hypnotische Macht der Partei für immer hatte zu Eis erstarren lassen. Warum musste es immer so sein? Warum konnte er nicht eine Frau für sich haben, statt dieser schmutzigen Schlampen, Abständen von Jahren? Aber ein wirkliches Liebeserlebnis war ein nahezu unvorstellbares Ereignis. Die Frauen aus der Partei waren sich alle gleich. Die Enthaltsamkeit war ihnen ebenso tief eingeimpft wie die Treue zur Partei. Durch sorgfältige frühzeitige Lenkung, durch Sport und Kaltwasser, durch den ganzen Unsinn, der ihnen in der Schule, bei den Spähern und in der Jugendliga eingetrichtert wurde, durch Vorträge, Paraden, Lieder, Parteischlagworte und Militärmusik, war ihnen jedes natürliche Gefühl ausgetrieben worden. Wenn sein Verstand ihm auch sagte, dass es Ausnahmen geben müsse, glaubte sein Herz doch nicht daran. Diese Frauen waren alle, genau wie die Partei es haben wollte, nicht zu erschüttern. Er aber wünschte sich, sogar noch sehnlicher als geliebt zu werden, diese Tugendmauer niederzureißen, und wäre es auch nur ein einziges Mal in seinem Leben. Der Akt der geschlechtlichen Verschmelzung, wenn er glücklich vollzogen wurde, war ein Akt der Auflehnung. Die Begierde war ein Gedankenverbrechen. Sogar Catherine geweckt zu haben, wenn ihm das je gelungen wäre, hätte als Verführung gegolten, obwohl sie seine Frau war. Aber der Schluss der Geschichte musste zu Papier gebracht werden. Er schrieb. Ich schraubte die Lampe hoch. Als ich sie bei Licht sah, nach der Dunkelheit war ihm das schwache Licht der Paraffinlampe sehr hell erschienen. Zum ersten Mal konnte er die Frau richtig sehen. Er hatte einen Schritt auf sie zugemacht und war dann, erfüllt von Begierde und Angst, stehen geblieben. Er war sich qualvoll der Gefahr bewusst, die er damit auf sich genommen hatte, dass er hier hereingekommen war. Es war sehr wohl möglich, dass ihn eine Streife beim Herauskommen abfing. Vielleicht warteten sie in diesem Augenblick schon draußen vor der Tür. Wenn er nun fortging, ohne es zu tun... Es musste niedergeschrieben, musste gebeichtet werden. In der vollen Flut des Lampenlichts hatte er plötzlich erkannt, die Frau war uralt. Die Schminke in ihrem Gesicht war so dick aufgetragen, dass es aussah, als könnte sie Sprünge bekommen, wie eine Maske aus Pappe. In ihrem Haar waren weiße Strähnen. Aber die grausigste Einzelheit war, dass ihr halb geöffneter Mund nichts enthüllte als eine schwarze Höhle. Sie hatte überhaupt keine Zähne. Hastig schrieb er mit kritzeligen Zügen, bei Licht gesehen war sie eine ganz alte Frau, wenigstens 50 Jahre alt. Aber ich ließ mich nicht abschrecken und tat es trotzdem. Wieder presste er die Finger gegen seine Augenlider. Endlich hatte er es hingeschrieben. Aber es half nichts. Die Therapie hatte nicht gewirkt. Sein Verlangen, mit lauter Stimme unflätige Worte hinauszuschreien, war genauso heftig wie je zuvor. Siebentes Kapitel Wenn es noch eine Hoffnung gibt, schrieb Winston, so liegt sie bei den Proles. Wenn es eine Hoffnung gab, so musste sie einfach bei den Proles liegen. Denn nur dort, in diesen unbeachtet durcheinander wimmelnden Massen, die 85% der Bevölkerung Ozeaniens ausmachten, konnte jemals die Kraft entstehen, die Partei zu zerschlagen. Von innen her konnte die Partei nicht gestürzt werden. Ihren Feinden, wenn sie überhaupt Feinde hatte, bot sich keine Möglichkeit, zusammenzukommen oder auch nur einander zu erkennen. Sogar wenn die legendäre Brüderschaft wirklich existierte, was immerhin möglich war, blieb es doch unvorstellbar, dass ihre Mitglieder sich jemals in größerer Anzahl als zu Zweien oder Dreien versammeln könnten. Ein Blick in die Augen. Eine Modulation der Stimme bedeutete schon Rebellion. Das Äußerste war ein geflüstertes Wort. Aber die Proles, wenn sie sich nur ihrer Macht bewusst werden könnten, hätten es gar nicht nötig, eine Verschwörung anzuzetteln. Sie brauchten nur aufzustehen und sich zu schütteln, wie ein Pferd, das die Fliegen abschüttelt. Wenn sie wollten, konnten sie die Partei morgen in Stücke schlagen. Sicherlich musste ihnen früher oder später der Gedanke dazu kommen. Und doch... Er erinnerte sich, wie er einmal eine volkreiche Straße hinuntergegangen war, als sich ein mächtiges Geschrei von Hunderten von Stimmen, Frauenstimmen, in einer dicht vor ihm gelegenen Seitenstraße erhob. Es war ein großer, furchtbarer Aufschrei des Zorns und der Verzweiflung. Ein tiefes, lautes Ohhhh, das wie eine Glocke weiter dröhnte. Sein Herz hatte ausgesetzt. Es ist soweit, hatte er gedacht. Eine Volkserhebung. Die Proles wachen endlich auf. Als er die Stelle erreicht hatte, sah er einen Pöbelhaufen von zwei oder dreihundert Weibern sich mit tragischen Minen, als seien sie, die dem Untergang geweihten Passagiere eines sinkenden Schiffes, um die Verkaufsstände eines Straßenmarktes drängen. Aber im gleichen Augenblick löste sich die allgemeine Verzweiflung in einer Menge einzelner Zänkereien auf. Es stellte sich heraus, dass an einem der Stände Blechpfannen verkauft worden waren. Armselige, schäbige Dinger, aber Kochgeschirr jeglicher Art war immer schwierig zu bekommen. Nun war der Vorrat unerwarteterweise schon erschöpft. Die Frauen, denen es geglückt war, ein Stück zu ergattern, versuchten sich mit ihren Blechpfannen, von den übrigen gestoßen und gedrängt, davon zu machen. Während Dutzende von anderen vor dem Verkaufsstand lärmten, die Verkäuferin der Bevorzugung beschuldigten und behaupteten, sie habe irgendwo noch mehr Blechpfannen in der Reserve. Ein erneutes Geschrei brach aus. Zwei aufgedunsene Frauenpersonen, von denen der einen die Frisur aufging, hielten die gleiche Blechpfanne fest und versuchten, sie einander aus der Hand zu reißen. Einen Augenblick zehrten beide daran. Dann brach der Stiel ab. Winston beobachtete sie angeekelt. Und doch, welche fast erschreckende Macht hatte für einen kurzen Augenblick aus diesem Schrei aus ein paar hundert Kehlen geklungen. Warum konnten sie niemals über etwas Wichtiges so aufschreien? Er schrieb, sie werden sich nie auflehnen, solange sie sich nicht ihrer Macht bewusst sind. Und erst nachdem sie sich aufgelehnt haben, können sie sich ihrer Macht bewusst werden. Das hätte beinahe einem der Parteilehrbücher entnommen sein können, überlegte er. Die Partei erhob natürlich Anspruch darauf, die Poles aus der Knechtschaft befreit zu haben. Vor der Revolution waren sie von den Kapitalisten schmählich unterdrückt worden. Man hatte sie hungern lassen und ausgepeitscht. Frauen mussten in den Kohlebergwerken arbeiten. Frauen arbeiteten übrigens in Wirklichkeit noch immer in den Kohlebergwerken. Kinder waren im Alter von sechs Jahren an die Fabriken verkauft worden. Aber gleichzeitig lehrte die Partei getreu den Grundsätzen des Zwiedenkens, die Poles seien von Natur aus minderwertige Geschöpfe, die durch die Anwendung von einigen einfachen Verordnungen wie die Tiere im Zaum gehalten werden mussten. In Wahrheit wusste man sehr wenig über die Poles. Man brauchte nicht viel zu wissen. Solange sie nur arbeiteten und sich fortpflanzten, waren ihre übrigen Lebensäußerungen unwichtig. Sich selbst überlassen wie das Vieh, das man auf die Weiden Argentiniens hinaus treibt, waren sie zu einem ihnen offenbar natürlichen Lebensstil, einer Art alter Überlieferung, zurückgekehrt. Sie wurden geboren, wuchsen in der Gosse auf, gingen mit zwölf Jahren an die Arbeit, durchlebten eine kurze Blütezeit körperlicher Schönheit und sinnlicher Begierde, heirateten mit 20, alterten mit 30 und starben zum größten Teil mit 60 Jahren. Schwere körperliche Arbeit, die Sorge um Heim und Kinder, kleinliche Streitigkeiten mit Nachbarn, Kino, Fußball. Bier und vor allem Glücksspiele füllten den Raum ihres Denkens aus. Es war nicht schwer, sie unter Kontrolle zu halten. Nur ein paar Agenten der Gedankenpolizei bewegten sich ständig unter ihnen, um falsche Gerüchte zu verbreiten und diejenigen zu notieren und verschwinden zu lassen, die vielleicht gefährlich werden konnten. Aber es wurde kein Versuch gemacht, die Proles mit der Parteideologie vertraut zu machen. Es war nicht wünschenswert, dass sie ein starkes politisches Bewusstsein hatten. Von ihnen wurde nur ein primitiver Patriotismus verlangt, an dem man gegebenenfalls appellieren konnte, wenn sie sich mit einer Verlängerung ihrer Arbeitsstunden oder einer Kürzung der Rationen abfinden mussten. Und sogar, wenn sie einmal unzufrieden wurden, führte ihre Unzufriedenheit zu nichts, denn da sie ganz ohne einen leitenden Gedanken waren, richtete sich diese Unzufriedenheit nur auf belanglose jeweilige Übelstände. Die größeren Übelstände entgingen unweigerlich ihre Aufmerksamkeit. Die große Mehrheit der Proles hatte nicht einmal einen Televisor in ihrer Wohnung. Selbst die gewöhnliche Polizei mischte sich nur sehr wenig in ihre Angelegenheiten. Es gab in London ein weit verbreitetes Verbrechertum, eine ganz in sich geschlossene Welt von Dieben, Straßenräubern, Prostituierten, bekannten Rauschgift- und Schwarzhändlern. Aber da sich das alles nur unter den Proles abspielte, war es ohne Bedeutung. In allen ethischen Fragen ließ man sie ihrer alten Tradition folgen. Der sexuelle Puritanismus der Partei wurde ihnen nicht aufgezwungen. Außerehelicher Geschlechtsverkehr blieb unbestraft, Scheidungen waren erlaubt. Selbst die Ausübung einer Religion wäre gestattet worden, wenn die Proles irgendwie das Bedürfnis oder den Wunsch danach zum Ausdruck gebracht hätten. Sie waren über jeden Verdacht erhaben. Oder genauer, sie standen tief unterhalb jeden Verdachts. Wie ein Schlagwort der Partei es ausdrückte, Polis und Tiere sind frei. Winston beugte sich vor und kratzte vorsichtig seine Krampfaderknoten, die wieder zu jucken angefangen hatten. Der Punkt, auf den man unausweichlich immer wieder zurückgeführt wurde, war die Unmöglichkeit, sich ein Bild von dem Leben vor der Revolution zu machen. Er zog aus der Schublade ein Geschichtsbuch für Schulkinder hervor, das er von Frau Parsons entliehen hatte, und begann ein Stück daraus in sein Tagebuch abzuschreiben. In den alten Zeiten, vor der glorreichen Revolution, war London nicht die herrliche Stadt, als die wir es heute kennen. Es war ein düsterer, schmutziger, armseliger Ort, wo kaum jemand genug zu essen und tausende von armen Menschen keine Schuhe an ihren Füßen und nicht einmal ein Dach über dem Kopf hatten, unter dem sie schlafen konnten. Kinder in eurem Alter mussten zwölf Stunden am Tage für grausame Arbeitgeber schuften, die sie mit Peitschen schlugen, wenn sie zu langsam arbeiteten und ihnen nur trockenes Brot und Wasser zu essen gaben. Aber inmitten dieser schrecklichen Armut gab es ein paar große, schöne Häuser, die von den Reichen bewohnt wurden, die bis zu 30 Dienstboten zu ihrer Bedienung hatten. Diese Reichen nannte man Kapitalisten. Sie waren dicke, hässliche Menschen mit bösen Gesichtern, wie der auf der nächsten Seite abgebildete. Er trägt, wie ihr seht, einen langen schwarzen Rock, der G-Rock genannt wurde, und einen komischen, glänzenden Hut von der Form eines Ofenrohres, der Zylinder hieß. Das war die Kleidung der Kapitalisten und niemand sonst durfte sie tragen. Den Kapitalisten gehörte alles, was es auf der Welt gab, und alle anderen Menschen waren ihre Sklaven. Sie besaßen das ganze Land, alle Häuser, alle Fabriken und alles Geld. Wenn jemand ihnen nicht gehorchte, ließen sie ihn ins Gefängnis werfen oder nahmen ihm die Arbeit weg, damit er verhungerte. Wenn ein gewöhnlicher Mensch mit einem Kapitalisten sprach, musste er sich ducken und vor ihm Katze buckeln, seine Mütze abnehmen und ihn mit gnädiger Herr anreden. Der Häuptling der Kapitalisten wurde König genannt und … Aber er kannte diese alte Leier schon. Es würde sich die Beschreibung der Bischöfe mit ihren Battistärmel anschließen. Der Richter in ihren Hermelinroben, des Prangers, des Blocks, der Tretmühle, der neunschwänzigen Katze, des Banketts des Londoner Oberbürgermeisters und des Brauchs, dem Papst den Schuh zu küssen. Auch hatte es so etwas wie das sogenannte Jus Primae Noctis gegeben, was vermutlich nicht in einem Kinderlehrbuch stehen würde. Das war ein Gesetz, nachdem jeder Kapitalist das Recht hatte, mit jedem in seiner Fabriken, beschäftigten Mädchen zu schlafen. Er konnte nicht sagen, wie viel von all dem Lüge war. Es mochte wahr sein, dass es dem Durchschnittsmenschen heute besser ging als vor der Revolution. Der einzige Gegenbeweis war der stumme Protest im eigenen Innern, das instinktive Gefühl, dass die Bedingungen, unter denen man lebte, unerträglich waren und früher anders gewesen sein mussten. Es fiel ihm auf, dass das wirklich Charakteristische des heutigen Lebens nicht seine Grausamkeit und Unsicherheit, sondern einfach seine Nacktheit, seine Schäbigkeit, seine Ruhelosigkeit wahr. Das Leben hatte, wenn man um sich blickte, nicht nur keinerlei Ähnlichkeit mit den Lügen, die aus dem Televisor strömten, sondern entsprach nicht einmal den Idealen, wie sie die Partei aufstellte. Ein großer Teil des Lebens spielte sich, selbst für ein Parteimitglied, auf einer neutralen und unpolitischen Ebene ab und bestand darin, sich mit langweiliger Arbeit abzuplagen, sich einen Platz in der Untergrundbahn zu erobern, eine zerrissene Socke zu stopfen, eine Saccharintablette zu erbetteln, einen Zigarettenstummel aufzubewahren. Das von der Partei angestrebte Ideal war etwas Großes, Schreckliches, Gleißendes, eine Welt aus Stahl und Beton, eine Welt von riesigen Maschinen und furchtbaren Waffen, mit einem Volk von Kriegern und Fanatikern, das völlig geschlossen voranmarschierte, alle mit den gleichen Gedanken und den gleichen Schlachtrufen, wo alle pausenlos arbeiteten, kämpften, siegten, verfolgten. 300 Millionen Menschen, alle mit den gleichen Gesichtern. Die Wirklichkeit aber waren zerfallende, heruntergekommene Städte, durch deren Straßen unterernährte Menschen in durchlöcherten Schuhen schlichen und in deren notdürftig ausgebesserten Häusern aus dem 19. Jahrhundert wohnten, wo es immer nach Kohl und schadhaften Aborten roch. Ihm war, als sähe er eine Vision von London als einer riesigen Trümmerstadt, einer Stadt von Millionen Kehrrichthaufen und dahinter ein Bild von Frau Parsons, einer Frau mit durchfurchtem Gesicht und verwuschelten Haaren, die hilflos an einem verstopften Ausguss herumhantierte. Er bückte sich und kratzte wieder an seinem Knöchel. Tag und Nacht knatterte einem der Televisor die Ohren voll mit Statistiken, aus denen hervorging, dass die Menschen heutzutage mehr zu essen, mehr anzuziehen, bessere Wohnungen und eine bessere Freizeitgestaltung hatten, dass sie länger lebten und ihre Arbeitszeit kürzer war, dass sie größer, gesünder, kräftiger, glücklicher, klüger, gebildeter waren als die Menschen vor 50 Jahren. Kein Wort davon konnte je belegt oder widerlegt werden. Die Partei behauptete zum Beispiel, gegenwärtig könnten 40 Prozent der Erwachsenen Proles lesen und schreiben. Vor der Revolution hieß es, habe die Zahl nur 15 Prozent betragen. Die Partei behauptete, die Kindersterblichkeit belaufe sich jetzt nur noch auf 160 pro 1000, während sie vor der Revolution 300 betragen habe. Und so ging es weiter. Es war ein ewiges Jonglieren mit zwei Unbekannten. Es konnte sehr gut möglich sein, dass buchstäblich jedes Wort in den Geschichtsbüchern, sogar das, was man unbedenklich hinnahm, frei erfunden war. Es brauchte ein Gesetz wie das Ius Primae Noctis oder ein Wesen wie den Kapitalisten oder eine Kopfbedeckung wie den Zylinderhut nie gegeben zu haben. Alles löste sich in Nebel auf. Die Vergangenheit war ausradiert und dann war sogar die Tatsache des Radierens vergessen. Die Lüge war zur Wahrheit geworden. Nur einmal in seinem Leben hatte er, post factum und darauf kam es an, den greifbaren, unverkennbaren Beweis einer Fälschung gehabt. Er hatte ihn ganze 30 Sekunden in seinen Händen gehalten. Es musste im Jahre 1973 gewesen sein. Jedenfalls war es um die Zeit herum, als er und Catherine sich getrennt hatten. Aber das Datum, worauf es dabei ankam, lag noch sieben oder acht Jahre weiter zurück. Die Geschichte begann eigentlich um die Mitte der 60er Jahre, der Zeit der großen Säuberungsaktionen, in der die ursprünglichen Führer der Revolution, ein für alle Mal beseitigt worden waren. Um das Jahr 1970 war keiner von ihnen mehr übrig, außer dem großen Bruder selbst. Alle anderen waren inzwischen als Verräter und Konterrevolutionäre überführt worden. Goldstein war geflohen und hielt sich irgendwo verborgen. Und von den anderen waren ein paar einfach verschwunden, während die Mehrzahl nach aufsehenerregenden Schauprozessen hingerichtet worden war, bei denen sie Geständnisse ihrer Verbrechen ablegten. Unter den letzten Überlebenden waren drei Männer namens Jones, Murrenson und Rutherford. Um das Jahr 1965 herum mussten auch diese drei verhaftet worden sein. Wie es häufig vorkam, blieben sie ein Jahr oder länger verschwunden, sodass man nicht wusste, ob sie überhaupt noch lebten und waren dann plötzlich wieder aus der Versenkung hervorgeholt worden, um sich in der üblichen Weise selbst anzuschuldigen. Sie hatten sich des Einverständnisses mit dem Feind schuldig bekannt. Auch damals war Eurasien der Feind. Der Unterschlagung öffentlicher Gelder, des Mordes an verschiedenen alten Parteimitgliedern, einer Verschwörung gegen die Führerschaft des großen Bruders, die lange vor Ausbruch der Revolution begonnen hatte und endlich an Sabotagehandlungen, die den Tod von Hunderttausenden von Menschen herbeigeführt hatten. Nachdem sie sich dieser Dinge angeklagt hatten, waren sie begnadigt, wieder in die Partei aufgenommen und mit bedeutsam klingenden Posten betraut wurden, die in Wahrheit nur sinekuren waren. Alle drei hatten umfangreiche, kriecherische Erklärungen in der Times veröffentlicht, in denen sie die Gründe für ihren Treuebruch im Einzelnen auseinandersetzten und sich zu bessern versprachen. Einige Zeit nach ihrer Freilassung hatte Winston alle drei sogar im Café Kastanienbaum gesehen. Er entsann sich des gebannten Entsetzens, mit dem er sie aus den Augenwinkeln beobachtet hatte. Sie waren weit älter als er, Überbleibsel aus einer vergangenen Welt, beinahe die letzten großen Gestalten aus der heroischen Anfangszeit der Partei. Der Zauber der Untergrundbewegung und des Bürgerkrieges umwoben sie noch ein wenig. Er hatte das Gefühl, wenn damals auch schon Tatsachen und Daten zu verschwimmen begannen, dass er ihre Namen Jahre vor dem des großen Bruders gekannt hatte. Aber zugleich waren sie Geächtete, Feinde, Parias, die mit absoluter Sicherheit in ein oder zwei Jahren der Vernichtung anheim fielen. Kein Mensch, der einmal in die Hände der Gedankenpolizei gefallen war, kam schließlich heil davon. Sie waren Leichen auf Urlaub. Kein Mensch saß an einem der Tische in ihrer unmittelbaren Nähe. Es war nicht ratsam, auch nur in der Nachbarschaft solcher Leute gesehen zu werden. Sie saßen schweigend vor ihren Gläsern mit Gin, dem hier, als Spezialität des Cafés, ein Aroma von Gewürznelken beigesetzt war. Das Aussehen Rutherfords hatte von den Dreien den tiefsten Eindruck auf Winston gemacht. Rutherford war früher ein berühmter Karikaturist gewesen, dessen schonungslose Zeichnungen vor und nach der Revolution dazu beigetragen hatten, die Volksmeinung aufzupeitschen. Selbst jetzt noch erschienen in großen Abständen seine Witzzeichnungen in der Times. Sie waren lediglich eine Imitation seiner früheren Technik und merkwürdig leblos und unüberzeugend. Es war ein ewiges Wiederkäuen der alten Themen. Elendswohnungen, verhungernde Kinder, Straßenschlachten, Kapitalisten mit Zylinderhüten. Sogar auf den Barrikaden schienen die Kapitalisten noch an ihren Zylinderhüten festzuhalten. Ein endloses, hoffnungsloses Bemühen, die Vergangenheit wieder aufleben zu lassen. Er war ein unförmlich großer Mann mit einer fettigen grauen Mähne, einem pickeligen, gedunsenen Gesicht und dicken Negerlippen. Er musste einmal riesig stark gewesen sein. Jetzt war sein schwerer Körper gebeugt, zerbrochen, aufgeschwemmt und löste sich in seine Bestandteile auf. Er schien vor den Augen des Betrachters auseinanderzufallen, wie ein ins Rutschen geratener Sandberg. Es war die stille Stunde um 15 Uhr. Winston konnte sich nicht mehr erinnern, wieso er gerade zu dieser Zeit in das Café gekommen war. Das Lokal war fast leer. Aus dem Televisor rieselte Blechmusik. Die drei Männer saßen fast regungslos in ihrer Ecke, ohne auch nur ein Wort zu sprechen. Unaufgefordert brachte der Kellner neue Gläser mit Gin. Neben ihnen auf dem Tisch stand ein Schachbrett mit aufgestellten Figuren, aber die drei spielten nicht. Und dann ereignete sich, vielleicht im Ganzen eine halbe Minute lang, etwas Merkwürdiges mit den Televisoren. Das eben gespielte Musikstück änderte sich, nicht allein in der Melodie, auch in der Klangfarbe. Es kam etwas hinein, aber es war schwer zu beschreiben, was es war. Ein seltsam gebrochener, schmetternder, höhnischer Klang. Winston nannte es bei sich einen gelben Klang. Und dann sang eine Stimme aus dem Televisor das alte Liedchen Die drei Männer machten keine Bewegung, aber als Winston einen heimlichen Blick auf Rutherfords verfallenes Gesicht warf, sah er, dass dessen Augen voller Tränen entstanden. Und jetzt bemerkte er zum ersten Mal mit einem innerlichen Schaudern und doch ohne Recht zu wissen, was ihn schaudern ließ, dass sowohl Merrinson als Rutherford gebrochene Nasenbein hatten. Kurze Zeit darauf wurden alle drei aufs Neue verhaftet. Es stellte sich heraus, dass sie vom Augenblick ihrer Entlassung an sich in neue Verschwörungen eingelassen hatten. Bei ihrer zweiten Verhandlung bekannten sie sich noch einmal zu ihren alten Verbrechen, nebst einer ganzen Reihe neuer. Sie wurden hingerichtet und ihr Schicksal als Warnung für spätere Generationen in den Parteianalen aufgezeichnet. Etwa fünf Jahre danach, im Jahre 1973, als Winston ein Bündel Dokumente aufrollte, die gerade aus der Rohrpostleitung auf seinen Schreibtisch geplumpst waren, stieß er auf einen Zeitungsausschnitt, der offenbar zwischen die anderen Papiere geraten und dann vergessen worden war. Als er ihn glatt strich, erkannte er sofort seine Bedeutung. Es war eine herausgerissene halbe Seite aus einer etwa zehn Jahre alten Times. Die obere Hälfte des Blattes, so dass noch das Datum darauf war, und enthielt ein Bild der Delegierten bei irgendeiner Parteiveranstaltung in New York. Deutlich im Mittelpunkt der Gruppe hervorgehoben standen Jones, Merrinson und Rutherford. Sie waren leicht zu erkennen. Außerdem standen ihre Namen darunter auf dem Begleittext. Der springende Punkt war nun, dass bei beiden Verhandlungen alle drei Männer gestanden hatten, sich zu diesem Zeitpunkt auf eurasischem Gebiet befunden zu haben. Sie seien von einem geheimen Flughafen in Kanada zu einem Zusammentreffen irgendwo in Sibirien geflogen, hätten mit Mitgliedern des eurasischen Generalstabs Beratungen gepflogen und ihnen wichtige militärische Geheimnisse verraten. Das Datum hatte sich Winstons Gedächtnis eingeprägt, weil es zufällig mit Sommeranfang zusammenfiel. Aber die ganze Sache musste noch an zahllosen anderen Stellen aufgezeichnet sein. Es gab nur eine mögliche Schlussfolgerung. Die Geständnisse waren Lügen. Natürlich war das an sich keine neue Entdeckung. Sogar damals hatte Winston keinen Augenblick geglaubt, dass die bei den Säuberungsaktionen hingerichteten wirklich der Verbrechen schuldig seien, deren man sie bezichtigte. Hier aber handelte es sich um einen greifbaren Beweis. Hier hielt er ein Fragment der ausgetilgten Vergangenheit in Händen, wie einen fossilen Knochen, der in der verkehrten Gesteinsschicht aufgetaucht war und eine geologische Theorie zunichte machte. Wenn das Dokument auf irgendeine Weise der Welt bekannt gemacht und seine Bedeutung erklärt werden konnte, genügte es, um die Partei in Atome zu zersprengen. Er hatte ruhig weitergearbeitet. Sobald er gesehen hatte, was das Bild darstellte und was es bedeutete, hatte er es mit einem anderen Blatt Papier zugedeckt. Glücklicherweise war der Zeitungsausschnitt beim Aufrollen mit der Rückseite dem Blickfeld des Televisors zugekehrt gewesen. Er legte seine Schreibunterlage auf die Knie und schob seinen Stuhl zurück, um möglichst weit von dem Televisor abzurücken. Ein ausdrucksloses Gesicht zu bewahren war nicht schwer und mit einer entsprechenden Willensanstrengung konnte man sogar seine Atemzüge beherrschen, nicht aber das Pochen des Herzens und der Televisor war durchaus empfindlich genug, um es aufzufangen. Er ließ seiner Berechnung nach zehn Minuten verstreichen, die ganze Zeit gequält von der Angst ein Zufall. Ein plötzlich über seinen Schreibtisch wehender Zugwind zum Beispiel könnte ihn verraten. Dann warf er das Bild, ohne es noch einmal aufzudecken, zugleich mit einigen anderen Papierabfällen in das Gedächtnisloch. Eine Minute später war es wahrscheinlich schon zu Asche zerfallen. Das lag zehn, elf Jahre zurück. Heute hätte er das Bild vielleicht aufbewahrt. Es war seltsam, dass die Tatsache, es in Händen gehalten zu haben, für ihn sogar heute noch von Bedeutung war, obwohl doch das Bild selbst ebenso wie das darauf festgehaltene Ereignis so weit zurück lag. War die Macht der Partei über die Vergangenheit weniger groß, fragte er sich, weil ein Beweisstück, das nicht mehr existierte, wenigstens einmal existiert hatte? Heute jedoch wäre das Bild, selbst wenn man es wieder aus seinen Ascheresten rekonstruieren könnte, wohl kein Beweis mehr. Bereits damals, als er es entdeckte, befand sich Ozeanien nicht mehr im Kriegszustand mit Eurasien und die drei toten Männer hätten folglich ihr Vaterland an Agenten von Ostasien verraten haben müssen. Seitdem waren andere Konstellationen eingetreten. Zwei oder drei, er konnte sich nicht erinnern wie viele. Sehr wahrscheinlich waren die Geständnisse wieder und wieder umgeschrieben worden, bis die ursprünglichen Tatsachen und Daten nicht mehr die geringste Bedeutung hatten. Nicht genug, dass die Vergangenheit sich veränderte. Ihre Veränderung war fortlaufend und unaufhörlich. Mit dem Gefühl eines Albtraums bedrückte ihn am meisten, dass er nie ganz begriffen hatte, warum der ganze riesige Schwindel überhaupt vollzogen wurde. Die unmittelbaren Vorteile einer Fälschung der Vergangenheit waren offensichtlich, aber das letzte, ureigentliche Motiv war schleierhaft. Er griff wieder zu seinem Federhalter und schrieb. Das Wie verstehe ich, aber nicht das Warum. Er fragte sich, wie schon oft, ob er wahnsinnig geworden war. Vielleicht war ein Wahnsinniger nichts weiter als eine Minderheit, die nur aus einem Menschen bestand. Es hatte eine Zeit gegeben, in der es als Zeichen von Wahnsinn galt, zu glauben, die Erde drehe sich um die Sonne. Heute war es Wahnsinn zu glauben, die Vergangenheit stünde ein für allemal fest. Er stand vielleicht ganz allein da mit diesem Glauben, wenn er aber allein war, dann war er ein Wahnsinniger. Aber der Gedanke, wahnsinnig zu sein, beunruhigte ihn weniger als die furchtbare Vorstellung, dass auch er Unrecht haben konnte. Er nahm das Geschichtsbuch für Kinder zur Hand und betrachtete das Bildnis des großen Bruders auf dem Titelblatt. Die hypnotischen Augen starrten in die Seinen. Es war, als drückte einen eine zwingende Kraft nieder, etwas, das einem in den Schädel eindrang. Das Gehirn bombardierte, einem die eigenen Überzeugungen austrieb. Einen Fast dazu brachte, nicht länger dem Zeugnis der eigenen Sinne zu trauen. Zu guter Letzt würde die Partei verkünden, dass 2 und 2 gleich 5 sei und man würde es glauben müssen. Unausweichlich musste sie früher oder später diese Behauptung aufstellen. Ihre Lage forderte logisch diese letzte Folgerung. Nicht nur der Wert der Erfahrung, sondern überhaupt das Vorhandensein einer gegebenen Wirklichkeit wurde von der Philosophie der Partei stillschweigend geleugnet. Die größte aller Ketzereien war der gesunde Menschenverstand. Und das Furchtbare war nicht, dass sie einen umbrachten, wenn man anders dachte, sondern dass sie vielleicht Recht hatten. Denn wie können wir schon wissen, ob 2 und 2 wirklich 4 ist? Oder ob das Gesetz der Schwerkraft stimmt? Oder ob die Vergangenheit unveränderlich ist? Wenn beides, Vergangenheit und Außenwelt, nur in der Vorstellung existieren und man die Vorstellung einfach beherrschen kann, was dann? Aber nein, seine Zuversicht schien sich plötzlich von selbst zu festigen. Ihm war das Gesicht O'Briens in den Sinn gekommen, ohne durch eine offensichtliche Gedankenassoziation heraufbesporen zu sein. Er wusste mit größerer Gewissheit als zuvor, dass O'Brien auf seiner Seite stand. Er schrieb das Tagebuch für O'Brien. Er schrieb es an O'Brien gewissermaßen. Es war wie ein endloser Brief, den niemand je lesen würde, der aber an einem bestimmten Menschen gerichtet und von dem Gedanken an ihn belebt war. Die Partei lehrte einen, der Erkenntnis seiner Augen und Ohren nicht zu trauen. Das war ihr entscheidendes, wichtigstes Gebot. Ihm sank der Mut, als er an die riesige Macht dachte, die gegen ihn gerüstet stand. Die Leichtigkeit, mit der ihm jeder Parteiintelligenzler bei einer Debatte eine Abfuhr erteilen konnte. An die ausgeklügelten Argumente, die er nicht zu verstehen, geschweige denn zu widerlegen vermochte. Und dennoch war er im Recht. Sie hatten Unrecht, und er hatte Recht. Das Handgreifliche, das Einfache und das Wahre mussten verteidigt werden. Binsenwahrheiten sind wahr, daran wollte er festhalten. Die stoffliche Welt ist vorhanden, ihre Gesetze ändern sich nicht. Steine sind hart, Wasser ist nass. Jeder Gegenstand, den man loslässt, fällt dem Erdmittelpunkt zu. Mit dem Gefühl, zu O'Brien zu sprechen und einen wichtigen Grundsatz aufzustellen, schrieb er, Freiheit ist die Freiheit zu sagen, dass 2 und 2 gleich 4 ist. Sobald das gewährleistet ist, ergibt sich alles andere von selbst. Achtes Kapitel. Irgendwoher vom Ende eines Hausflurs drang der Duft gerösteten Kaffees. Echten Kaffees, nicht Victory-Kaffees, auf die Straße. Winston blieb unwillkürlich stehen. Vielleicht zwei Sekunden lang fühlte er sich in die halb vergessene Welt seiner Kindheit zurückversetzt. Dann schlug eine Tür ins Schloss und schien den Duft so unmittelbar und abrupt wie einen Ton abzuschneiden. Er war mehrere Kilometer weit auf hartem Pflaster gelaufen und seine Krampfadern rebellierten. Zum zweiten Mal innerhalb von drei Wochen hatte er einen Abend im Gemeinschaftshaus versäumt. Eine gewagte Unbesonnenheit, denn man konnte sicher sein, dass im Gemeinschaftshaus sorgfältig Buch geführt wurde, wie oft man dort erschien. Im Prinzip hatte ein Parteimitglied keine Freizeit und war, außer im Bett, niemals allein. Es wurde von ihm erwartet, dass es, wenn es nicht arbeitete, aß oder schlief, an einer Parteiunterhaltung teilnahm. Irgendetwas zu tun, das einen Hang zum Alleinsein verriet, auch nur für sich einen Spaziergang zu machen, war immer ein wenig gefährlich. Es gab ein Neusprachwort dafür, das Selbstleben hieß und Individualismus und Schrullenhaftigkeit bezeichnete. An diesem Abend aber hatte ihn beim Verlassen des Ministeriums die milde Aprilluft verlockt. Der Himmel war von einem wärmeren Blau, als er es in diesem Jahr bisher gesehen hatte. Und plötzlich waren ihm der lange, lärmende Abend im Gemeinschaftshaus, die langweiligen, anstrengenden Spiele, die Vorträge, die knarrende, mit Gin geölte Kameradschaft unerträglich vorgekommen. In einer plötzlichen Regung hatte er an der Omnibushaltestelle Kehrt gemacht und war in das Labyrinth Londons hineingewandert. Erst nach Süden, dann nach Osten, dann wieder nach Norden, sich in unbekannten Straßen verlaufend und gleichgültig, welche Richtung er einschlug. Wenn es eine Hoffnung gibt, hatte er in sein Tagebuch geschrieben, so liegt sie bei den Proles. Diese Worte wollten ihm nicht aus dem Sinn, sie waren wie die Feststellung einer geheimnisvollen Wahrheit und zugleich einer offensichtlichen Absurdität. Er befand sich irgendwo in dem unübersichtlichen, schmutzfarbenen Elendsviertel nordöstlich der früheren St. Pancras Station und schritt eine Kopfstein gepflasterte Straße mit kleinen zweistöckigen Häusern entlang, deren windschiefe Türen auf gleicher Höhe mit dem Straßenpflaster lagen und irgendwie sehr überzeugend an Rattenlöcher erinnerten. Da und dort zwischen den Pflastersteinen standen dreckige Wasserpfützen. Aus den dunklen Hauseingängen und den nach beiden Seiten abzweigenden Gässchen flutete ein erstaunliches Gewimmel von Menschen her und wieder zurück, üppig aufgebühte Mädchen mit dick bemalten Lippen, junge Burschen, die ihnen nachstellten, und aufgedunsene, schwerfällige Weiber, die einem vor Augen führten, wie eben diese Mädchen in zehn Jahren aussehen würden. Außerdem alte, zusammengekrümmte Geschöpfe, die mit auswärts gerichteten Füßen dahin schlurften, und verwahrloste, barfüßige Kinder, die in den Pfützen spielten und daraufhin auf die wütenden Schreie ihrer Mütter hin auseinanderstoben. Etwa ein Viertel der Fenster in der Straße war zerbrochen und mit Brettern verschlagen. Die meisten Menschen schenkten Winston keine Aufmerksamkeit. Ein paar musterten ihn mit vorsichtiger Neugier. Von zwei kolossartigen Weibern, die ihre ziegelroten Unterarme über die Schürze verschränkt hielten und vor einer Toreinfahrt miteinander tratschten, fing Winston im Näherkommen Gesprächsfetzen auf. Ja, sag ich zu ihr. Ist recht schön und gut, sag ich. Aber wären sie an meiner Stelle gewesen, hätten sie dasselbe getan, was ich getan hab. Meckern ist leicht, sag ich. Aber meine Sorgen sind nicht ihre Sorgen. Ach, natürlich, meinte die andere. So ist es. Genau so ist es. Die schrillen Stimmen verstummten plötzlich. Die Frauen musterten ihn in feindseligem Schweigen, als er vorüberging. Doch war es nicht eigentlich Feindseligkeit, sondern nur so etwas wie Vorsicht. Ein schnelles Wittern beim Wechsel eines unbekannten Tieres. Der blaue Trainingsanzug der Parteimitglieder konnte in einer solchen Straße kein gewohnter Anblick sein. Im Grunde war es unklug, sich an solchen Orten blicken zu lassen, wenn man nicht nachweislich etwas Dienstliches dort zu tun hatte. Die Streifen konnten einen anhalten, wenn man ihnen zufällig in die Arme lief. Kann ich Ihren Ausweis sehen, Genosse? Was machen Sie hier? Wann haben sie ihren Arbeitsplatz verlassen? Ist das ihr üblicher Nachhauseweg? Und so weiter und so weiter. Nicht, dass es eine Verfügung dagegen gegeben hätte, anders als auf dem gewöhnlichen Weg heimzugehen. Aber es war, wenn die Gedankenpolizei es erfuhr, schon genug, um die Aufmerksamkeit auf einen zu lenken. Plötzlich war die ganze Straße in heller Aufregung. Von allen Seiten ertönten Warnungsschreie. Menschen huschten wie Kaninchen in die Hauseingänge. Unmittelbar vor Winston stürzte eine junge Frau aus einem Hauseingang heraus, riss ein winziges, in einer Wasserlache spielendes Kind an sich, wickelte ihre Schürze darum und sprang wieder zurück. Alles in einer einzigen Bewegung. Im gleichen Augenblick lief aus einer Seitengasse ein Mann in einem schwarzen Anzug auf Winston zu und zeigte aufgeregt hinauf zum Himmel. Ein Dampfer, schrie er. Pass auf, Kumpel, gleich bummst es. Hau dich hin! Dampfer war der Spitzname, mit der die Polis aus irgendeinem Grunde die Raketenbomben bezeichneten. Winston warf sich rasch mit dem Gesicht nach unten auf die Erde. Die Polis hatten fast immer recht mit solchen Warnungen. Sie schienen eine Art Instinkt zu besitzen, der sie ein paar Sekunden im Voraus warnte, dass eine Rakete herannahte, obwohl die Raketengeschosse angeblich schneller waren als der Schall. Winston legte die Arme über den Kopf. Ein Kracher tönte, sodass die Straßendecke zu bersten schien, und ein Hagelschauer von leichten Gegenständen prasselte auf Winstons Rücken herab. Als er aufstand, entdeckte er, dass er mit Glassplittern übersät war, die von dem nächstgelegenen Fenster stammten. Er ging weiter. Die Bombe hatte, 200 Meter weiter die Straße hinunter, eine Häusergruppe zerstört. Eine schwarze Rauchfahne hing am Himmel, darunter eine Wolke von Mörtelstaub, in der sich bereits, rings um die Trümmer, eine Menschenmenge sammelte. Vor ihm auf dem Pflaster lag ein kleiner Mörtelhaufen, in dessen Mitte er ein hellrotes Rinnsal unterscheiden konnte. Als er näher kam, erkannte er, dass es eine am Handgelenk abgetrennte Menschenhand war. Abgesehen von dem blutigen Stumpf war die Hand so völlig ausgeblutet, dass sie einem weißen Gipsabguss glich. Er schleuderte das Ding mit dem Fuß in den Rinnstein und bog dann nach rechts in eine Seitenstraße ab, um aus der Menge herauszukommen. In drei oder vier Minuten hatte er die Gegend mit dem Bombenschaden hinter sich gelassen und das trübselig schmutzige Gewür belebter Straßen zog sich weiter, als habe sich nichts Besonderes ereignet. Es war fast 20 Uhr und die von den Proles besuchten Kneipen waren gedrängt voll. Aus ihren abgegriffenen, unablässig auf- und zuschlagenden Klapptüren drang ein Geruch nach Urin, Sägemehl und säuerlichem Bier. In einem Winkel hinter einer vorspringenden Hausfront standen drei Männer dicht beieinander. Der Mittlere hielt eine aufgeschlagene Zeitung in der Hand. Die beiden anderen blickten ihm über die Schultern. Noch bevor er nahe genug herangekommen war, um den Ausdruck ihrer Gesichter zu unterscheiden, erkannte Winston schon an der Körperhaltung ihre Spannung. Offenbar lasen sie eine ungemein wichtige Nachricht. Er war noch ein paar Schritte von ihnen entfernt, als die Gruppe plötzlich auseinanderfiel, während zwei der Männer in heftigen Wortwechsel gerieten. Einen Augenblick lang wollte es so aussehen, als sollte es zu einer Schlägerei kommen. Kannst du denn deine Ohren nicht aufmachen, wenn ich dir was sage? Ich sag dir doch, keine Zahl auf sieben hat jemals gewonnen, seit über 14 Monaten. Aber sicher hat sie gewonnen. Nein, keine Spur. Zu Hause habe ich den ganzen Kram seit über zwei Jahren mitgeschrieben. Ich trage die Ergebnisse immer haargenau ein. Und ich sag dir, keine Zahl mit sieben am Schluss. Und doch hat eine mit sieben gewonnen. Ich kann dir ziemlich genau die Nummer sagen. Die letzten Stellen waren 4, 0, 7. Das war im Februar. Zweite Februarwoche. Lass dich einpökeln mit deinem Februar. Ich habe es alles schwarz auf weiß. Und ich sag dir, keine Zahl. Ach, halt's Maul, sagte der Dritte. Sie sprachen über die Lotterie. Als er 30 Meter weitergegangen war, schaute Winston noch einmal zurück. Sie stritten mit roten, aufgeregten Gesichtern noch immer. Die Lotterie mit ihren wöchentlichen Auszahlungen riesiger Gewinne war das einzige öffentliche Ereignis, dem die Proles ernstlich Aufmerksamkeit schenkten. Man durfte annehmen, dass im Leben von etlichen Millionen Proles die Lotterie den hauptsächlichen, wenn nicht den einzigen Inhalt bildete. Sie war ihre Lust, ihr Steckenpferd, ihr Trost, ihr geistiger Ansporn. Sobald es sich um die Lotterie handelte, schienen sogar Leute, die kaum lesen und schreiben konnten, zu verzwickten Berechnungen und erstaunlichen Gedächtnisleistungen fähig. Eine ganze Kategorie von Menschen verdiente ihren Lebensunterhalt lediglich durch den Verkauf von Systemen, Vorhersagen und Glücksfetischen. Winston hatte selbst nichts mit der Abwicklung der Lotterie zu tun, die dem Ministerium für Überfluss unterstand. Aber er wusste sehr wohl, in der Partei wusste es jedermann, dass die Gewinne größtenteils nur auf dem Papier standen. Nur kleine Beträge wurden wirklich ausbezahlt, während die Gewinner der Haupttreffer frei erfundene Personen waren. Da es zwischen den einzelnen Teilen Ozeaniens keine funktionierenden Verbindungsmöglichkeiten gab, war das unschwer einzurichten. Und doch, wenn es eine Hoffnung gab, so lag sie bei den Proles. Daran musste man festhalten. In Worten ausgedrückt klang es vernünftig, sah man aber die Menschen an, denen man auf der Straße begegnete, dann wurde es zu einer Frage des Glaubens. Die Straße, in die er eingebogen war, führte den Hügel hinunter. Es kam ihm vor, als sei er schon einmal in dieser Gegend gewesen und als müsse nicht weit entfernt eine Hauptverkehrsader vorbeigehen. Aus dem Ungewissen vor ihm drang der Lärm lauter Stimmen. Die Straße machte eine Biegung und lief dann in einige Stufen aus, die zu einer engen Gasse hinunterführten, in der auf ein paar Verkaufsständen, welches Gemüse feilgeboten wurde. In diesem Augenblick erinnerte sich Winston, wo er war. Die Gasse mündete in eine Hauptstraße. Und nach der nächsten Biegung, keine fünf Minuten entfernt, kam der Altwarenladen, in dem er das Buch mit den unbeschriebenen Seiten gekauft hatte, das nun sein Tagebuch war. Und in einem kleinen Papierwarengeschäft, nicht weit von hier, hatte er seinen Federhalter und die Flaschetinte erstanden. Er blieb einen Augenblick am oberen Ende der Stufen stehen. Auf der anderen Seite der Gasse war eine schäbige kleine Kneipe, deren Fenster wie vereist aussahen, während sie in Wirklichkeit nur dick mit Staub überkrustet waren. Ein uralter Mann, vornüber gebeugt, aber noch rüstig, mit einem weißen Schnurrbart, der sich wie die Rückenflosse eines Stichlings sträubte, stieß die Schwingtür auf und ging hinein. Während Winston beobachtend dastand, ging ihm durch den Sinn, dass der alte Mann, der wenigstens 80 Jahre alt sein musste, bei Ausbruch der Revolution schon in den besten meines Jahren gestanden hatte. Er und ein paar Leute seiner Generation waren die letzten noch lebenden Bindeglieder zu der verschwundenen Welt des Kapitalismus. In der Partei waren nicht mehr viele Menschen übrig, deren Weltanschauung vor der Revolution geformt worden war. Die ältere Generation war meistenteils bei den großen Säuberungsaktionen der 1960er Jahre beseitigt worden und die paar Überlebenden waren längst zu völliger geistiger Unterwerfung terrorisiert worden. Wenn es noch einen lebenden Menschen gab, der imstande war, einem einen wahrheitsgetreuen Bericht von den Verhältnissen in der ersten Hälfte des Jahrhunderts zu geben, so konnte das nur ein Proles sein. Plötzlich fiel Winston wieder die Stelle ein, die er aus dem Geschichtsbuch in sein Tagebuch übertragen hatte, und ein toller Impuls ergriff von ihm Besitz. Er würde in die Kneipe gehen, mit dem alten Mann Bekanntschaft schließen und ihn ausfragen. Er würde zu ihm sagen, erzählen Sie mir von Ihrem Leben, aus Ihrer Kindheit. Wie sah es damals aus? War alles besser als heute? Oder war es vielleicht schlechter? Rasch, um gar keine Angst aufkommen zu lassen, stieg er die Stufen hinunter und überquerte die schmale Gasse. Es war natürlich einfach Wahnsinn. Wie gewöhnlich gab es kein ausdrückliches Verbot, mit den Proles zu sprechen und ihre Kneipen aufzusuchen, aber es war ein viel zu ungewöhnliches Verhalten, um unbemerkt zu bleiben. Wenn eine Streife erschien, konnte er vielleicht einen Anfall von Unwohlsein vorschützen, aber es war nicht wahrscheinlich, dass man ihm glauben würde. Er stieß die Tür auf und ein fürchterlicher, käsiger Geruch nach saurem Bier schlug ihm entgegen. Bei seinem Eintritt sank das Stimmengewehr auf etwa eine halbe Lautstärke herab. Hinter seinem Rücken konnte er fühlen, wie jedermann seinen blauen Trainingsanzug anstarrte. Eine Partie Pfeilwerfen, die am anderen Ende des Lokals im Gange war, kam gute 30 Sekunden zum Stillstand. Der alte Mann, dem er nachgegangen war, stand an der Theke und war in einen Wortwechsel mit dem Wirt verwickelt, einem stämmigen, hakennasigen jungen Mann mit ungeheuren Unterarmen. Eine Gruppe von Leuten, die mit ihren Gläsern in der Hand dastanden, beobachtete die Szene. Ich habe sie höflich genug gebeten, oder vielleicht nicht, sagte der alte Mann, wobei er kampflustig seine Schultern reckte. Und sie wollen mir weismachen, sie hätten keine Pinte in der ganzen elenden Bude? Wie viel zum Teufel ist überhaupt eine Pinte, sagte der Wirt, indem er sich, auf die Fingerspitzen gestützt, weit über die Theke beugte. Hört euch das an, sowas schimpft sich Wirt und weiß nicht einmal, was eine Pinte ist. Eine Pinte ist die Hälfte von einem Viertel, und vier Viertel sind eine Gallone. Nächstens muss ich ihnen noch das ABC beibringen. Noch nie davon gehört, sagte der Wirt kurz angebunden. Liter und Halbliter, das ist alles, was wir ausschenken. Ich möchte eine Pinte, sagte der Mann beharrlich. Sie könnten mir genauso gut eine Pinte einschenken. Wir kannten diese blöden Liter nicht, als ich ein junger Mann war. Als sie ein junger Mann waren, lebten wir alle noch auf den Bäumen, sagte der Wirt mit einem Seitenblick auf die anderen Gäste. Eine Lachsalve brach los, und die durch Winstons Eintritt verursachte Verlegenheit schien überwunden. Das mit weißen Bartstoppeln übersäte Gesicht des alten Mannes war leicht gerötet. Vor sich hinbrabbelnd wandte er sich von der Theke weg und prallte gegen Winston. Dieser fing ihn sanft am Arm auf. Darf ich sie zu einem Glas einladen? fragte er. Sie sind ein Gentleman, sagte der andere und reckte wieder seine Schultern. Er schien Winstons blauen Trainingsanzug nicht bemerkt zu haben. Eine Pinte, fügte er angriffslustig an den Schenkkellnergewand hinzu. Eine Pinte dunkles. Der Wirt ließ zweieinhalb Liter dunkelbraunes Bier in dicke Gläser zischen, die er in einem Eimer unter der Theke ausgespült hatte. Bier war das einzige Getränk, das man in den Proles-Kneipen bekommen konnte. Die Proles sollten keinen Gin trinken, wenn sie ihn sich auch praktisch recht leicht beschaffen konnten. Das Pfeilwerfen war jetzt wieder voll im Gange, und die Menschengruppe an der Theke hatte über Lotterielose zu sprechen begonnen. Winstons Anwesenheit war für eine Weile vergessen. Unter dem Fenster stand ein kleiner Abstelltisch, wo er und der alte Mann ohne Furcht, belauscht zu werden, plaudern konnten. Es war schrecklich gefährlich, aber auf alle Fälle war kein Televisor in dem Lokal. Eine Tatsache, deren sich Winston gleich beim Hereinkommen vergewässert hatte. Er hätte mir ruhig eine Pinte einschenken können, brummte der alte Mann, während er hinter seinem Glase Platz nahm. So ist es mir zu wenig, und ein ganzes Liter ist wieder zu viel. Er schlägt mir auf die Blase, ganz abgesehen vom Preis. Seit Sie ein junger Mann waren, müssen Sie große Veränderungen erlebt haben, sagte Winston, um erst einmal vorzufühlen. Die blassblauen Augen des Mannes wanderten von der Scheibe der Pfeilwerfer zur Theke, und von der Theke zu der Türe mit der Aufschrift Männer, als wäre von den Veränderungen die Rede, die sich in der Wirtsstube vollzogen hatten. Das Bier war besser, sagte er schließlich, und billiger. Als ich ein junger Mann war, kostete das Bier, Braunbier pflegten wir es zu nennen, vier Pants die Pinte. Das war freilich vor dem Krieg. Welcher Krieg war das? fragte Winston. Ein Krieg ist wie der andere, sagte der alte Mann verschwommen. Er hob sein Glas, und seine Schultern reckten sich wieder. Auf ihr wohl! Der scharf vorspringende Adamsapfel an seinem mageren Hals machte eine erstaunlich schnelle Bewegung auf und ab, und das Bier war verschwunden. Winston ging an die Theke und kam mit zwei weiteren Halblitergläsern zurück. Der alte Mann schien seine Bedenken gegen den ganzen Liter vergessen zu haben. Sie sind sehr viel älter als ich, sagte Winston. Sie müssen schon ein erwachsener Mann gewesen sein, ehe ich geboren wurde. Sie können sich sicher erinnern, wie es vor der Revolution ausgesehen hat. Menschen in meinem Alter wissen wirklich gar nichts von dieser Zeit. Wir können nur in Büchern davon lesen. Und was in den Büchern steht, stimmt vielleicht nicht. Ich wüsste gern Ihre Meinung darüber. In den Geschichtsbüchern wird behauptet, dass das Leben vor der Revolution vollständig anders gewesen sei als heute. Die schreckliche Unterdrückung, Ungerechtigkeit, Elend. Schlimmer als alles, was wir uns vorstellen können. Hier in London hatte die große Masse des Volkes von der Wiege bis zum Grabe nie genug zu essen. Die Hälfte der Menschen besaßen nicht einmal Schuhe an den Füßen. Sie arbeiteten zwölf Stunden am Tag, gingen mit neun Jahren von der Schule ab, schliefen zu zehnt in einem Zimmer. Und gleichzeitig gab es einige wenige, nur ein paar tausend. Kapitalisten wurden sie genannt, die reich und mächtig waren. Ihnen gehörte alles, was man nur besitzen konnte. Sie wohnten in großen, prächtigen Häusern mit 30 Dienstboten, fuhren in Automobilen und vierspännigen Wagen umher, tranken Champagner, trugen Zylinderhüte. Der alte Mann wurde auf einmal lebendig. Zylinder, rief er aus. Komisch, dass Sie die erwähnen. Dasselbe fiel mir erst gestern ein. Ich weiß nicht warum. Ich dachte nur eben, dass ich seit Jahren keinen Zylinder mehr gesehen habe. Einfach von der Bildfläche verschwunden sind sie. Das letzte Mal, dass ich einen aufhatte, war beim Begräbnis meiner Schwägerin. Und das war... Nun, ich könnte Ihnen das Datum nicht nennen, aber es muss 50 Jahre her sein. Natürlich war er nur für die Gelegenheit ausgeliehen, Sie verstehen? Das mit den Zylindern ist nicht sehr wichtig, sagte Winston geduldig. Der springende Punkt ist, dass diese Kapitalisten, zusammen mit ein paar Juristen, Pfarrern und so weiter, die von ihnen lebten, die Herren dieser Erde waren. Alles war für sie da. Die anderen, das einfache Volk der Arbeiter, waren ihre Sklaven. Sie konnten mit ihnen machen, was sie wollten. Sie konnten sie nach Kanada verschiffen, wie das liebe Vieh. Sie konnten mit ihren Töchtern schlafen, wenn es ihnen passte. Sie konnten die Leute mit einem Ding, das die neunschwänzige Katze hieß, auspeitschen lassen. Man musste vor ihnen die Mütze ziehen. Jeder Kapitalist ging mit einem Trupp Lakaien herum, die... Der alte Mann wurde wiederum lebhafter. Lakaien, sagte er. Das ist auch ein Wort, das ich ewig nicht mehr gehört habe. Lakaien. Das versetzt mich richtig nach damals zurück. Doch, bestimmt. Ich erinnere mich. Ach, es ist furchtbar lange her. Da ging ich manchmal am Sonntagnachmittag in den Hyde Park, um die Brüder ihre Redenschwingen zu hören. Heilsarmee, Katholiken, Juden, Inder, alles war vertreten. Und da war ein Apostel. Nee, ich könnte nicht mehr sagen, wie er hieß. Aber ein wirklich mitreißender Redner. Ja, mitreißend, das war er. Er besorgte es den Burschen nicht schlecht. Lakaien, sagte er. Lakaien der Bourgeoisie. Speichellecker der herrschenden Klasse. Parasiten. Das war ein anderes Lieblingswort von ihm. Und Hyänen. Er hat sie ohne weiteres Hyänen genannt. Er sprach natürlich von der Labour-Partei, verstehen Sie? Winston hatte das Gefühl, dass sie aneinander vorbeiredeten. Was ich wirklich wissen wollte, sagte er, war, ob sie das Gefühl haben, dass jetzt mehr Freiheit herrscht als in jenen Zeiten. Werden sie mehr wie ein Mensch behandelt. In den alten Zeiten waren die Reichen, die Leute an der Spitze. Das Oberhaus, warf der alte Mann aus seiner Erinnerung in die Debatte. Das Oberhaus, wenn Sie so wollen. Was ich nun gerne wissen möchte, waren diese Leute imstande, einen deshalb als tieferstehenden zu behandeln, einfach, weil sie reich waren und man selber arm? Ist es zum Beispiel Tatsache, dass man sie mit gnädiger Herranreden und die Mütze abnehmen musste, wenn man an ihnen vorüberkam? Der alte Mann schien angestrengt nachzudenken. Er trank erst ungefähr ein Viertel seines Bieres aus, ehe er antwortete. Ja, sagte er, sie sahen es gerne, wenn man vor ihnen an die Mütze griff. Das verrät sowas wie Respekt. Mir behagte das persönlich auch nicht, aber ich habe es nur zu oft getan. Man muss eben, wie man wohl sagen würde. Und war es üblich, ich führe nur das an, was ich in Geschichtsbüchern gelesen habe? War es bei den Leuten und ihren Bedienten üblich, einen vom Bürgersteig einfach herunter in den Rindstein zu stoßen? Einer von ihnen hat mich einmal gestoßen, sagte der alte Mann. Ich erinnere mich noch daran, als wäre es gestern gewesen. Es war am Abend nach einer Ruderregatta. Die Leute waren immer ganz außer Rand und Band, am Abend nach einer Ruderregatta. Und ich renne auf der Shaftsbury Avenue in einen jungen Burschen hinein. Der war ein richtig feiner Herr. Steifes Hemd, Zylinder, schwarzer Mantel. Er schwankte im Zickzack über den Gehsteig und ich bumste aus Versehen gegen ihn. Sagt er. Können Sie nicht aufpassen, wo Sie gehen? Sag ich. Glauben Sie, Sie haben das verdammte Trottoir allein gepachtet? Sagt er. Ich drehe den Kragen um, wenn du frech wirst. Sag ich. Sie sind besoffen. Gleich melde ich Sie der Polizei. Und wollen Sie mir es glauben oder nicht? Er legte mir die Hand auf die Brust und gibt mir einen Stoß, dass ich um ein Haar unter einen Bus geflogen wäre. Na, ich war damals noch jung und wollte ihm gerade eine Langen da. Ein Gefühl der Hilflosigkeit überkam Winston. Die Erinnerung des alten Mannes war weiter nichts als ein Kehrrichthaufen von Einzelheiten. Man hätte ihn den ganzen Tag ausfragen können, ohne eine einzige vernünftige Auskunft zu bekommen. Die Geschichtsdarstellungen der Partei konnten zur Hälfte wahr sein. Ja, sie konnten sogar vollkommen wahr sein. Er machte einen letzten Versuch. Vielleicht habe ich mich nicht deutlich ausgedrückt, meinte er. Was ich sagen wollte, ist folgendes. Sie sind schon lange auf dieser Welt. Sie haben die Hälfte Ihres Lebens vor der Revolution gelebt. Im Jahre 1925 zum Beispiel waren Sie schon erwachsen. Würden Sie nach dem, woran Sie sich noch erinnern können, sagen, dass das Leben 1925 besser oder schlechter war als heute? Wenn Sie wählen könnten, würden Sie lieber damals oder heute leben wollen? Der Alte blickte nachdenklich auf die Zielscheibe des Wurfspiels. Bedächtiger als zuvor trank er sein Bier aus. Dann sprach er mit einem duldsamen, philosophischen Ausdruck im Gesicht, als habe ihm das Bier milde gestimmt. Ich weiß, was Sie von mir erwarten. Sie wollen hören, dass ich lieber wieder jung wäre. Die meisten Menschen würden antworten, wenn man sie fragt, sie wären lieber wieder jung. Man ist bei Kräften und Gesundheit, wenn man jung ist. Wenn man in mein Alter kommt, ist man nie mehr so ganz in Form. Ich habe manchmal böse, an meinen kranken Füßen zu leiden und meine Blase macht mir furchtbar zu schaffen. Sechs- oder siebenmal in der Nacht muss ich raus. Andererseits sind da wieder große Vorteile, wenn man ein alter Mann ist. Man hat nicht mehr dieselben Sorgen. Kein Ärger mit den Weibern, das ist schon sehr viel wert. Ich war fast 30 Jahre mit keiner Frau mehr zusammen, ob sie es glauben oder nicht. Hatte kein Verlangen danach, das ist das Beste daran. Winston lehnte sich gegen den Fenstersims zurück. Es hatte keinen Zweck, weiterzumachen. Er wollte gerade noch einmal Bier bestellen, als der alte Mann plötzlich aufstand und hastig in das stinkende Pissoir in der Ecke des Lokals schlurrte. Der zusätzliche halbe Liter machte sich bemerkbar. Winston saß noch ein paar Minuten da und starrte in sein leeres Glas. Kaum wurde er sich bewusst, dass ihn seine Füße wieder hinaus auf die Straße trugen. In höchstens 20 Jahren überlegte er, würde die große und einfache Frage, war das Leben vor der Revolution besser als heute, ein und für alle Mal unbeantwortet bleiben müssen. Im Grunde war sie bereits heute nicht mehr zu beantworten, da die paar verstreuten Überlebenden der alten Welt nicht imstande waren, das eine Zeitalter mit dem anderen zu vergleichen. Sie erinnerten sich wohl einer Unzahl bedeutungsloser Dinge. An den Streit mit einem Arbeitskollegen, die Suche nach einer verdorenen Fahrradpumpe, den Ausdruck auf dem Gesicht einer längst verstorbenen Schwester. Die Staubwirbel an einem windigen Morgen vor 70 Jahren. Aber alle wirklich aufschlussreichen Tatsachen waren ihrem Gesichtskreis entschwunden. Sie waren wie die Ameisen, die wohl kleine, aber keine großen Gegenstände erkennen können. Und wenn es keine Erinnerungen mehr gab und alle schriftlichen Berichte gefälscht waren, wenn es soweit war, dann musste die Behauptung der Partei, die Lebensbedingungen der Menschen verbessert zu haben, als wahr hingenommen werden, weil es keinen Maßstab mehr gab, den man hätte anlegen können und nie mehr einen geben würde. In diesem Augenblick kam sein Gedankengang plötzlich zum Stillstand. Er blieb stehen und blickte hoch. Er befand sich in einer engen Gasse mit ein paar unbeleuchteten kleinen Läden, die zwischen Wohnhäusern verstreut lagen. Unmittelbar über seinem Kopf hingen drei verfärbte Metallkugeln, die aussahen, als seien sie einmal vergoldet gewesen. Es kam ihm so vor, als kenne er die Stelle. Natürlich, er stand vor dem Altwarenladen, in dem er das Tagebuch gekauft hatte. Ein jähes Erschrecken durchzuckte ihn. Es war schon hinreichend gewagt gewesen, das Buch überhaupt zu kaufen, und er hatte sich geschworen, nie wieder in die Nähe des Ladens zu gehen. Und doch hatten ihn in dem Augenblick, als er seinen Gedanken zu schweifen erlaubt hatte, seine Füße ganz von selbst wieder hierher getragen. Gerade gegen solche selbstmörderischen Impulse hoffte er sich zu wappnen, indem er das Tagebuch begann. Gleichzeitig bemerkte er, dass der Laden, obwohl es fast 21 Uhr war, noch immer offen gehalten wurde. In dem Gefühl, drinnen weniger aufzufallen, als wenn er auf dem Gehsteig blieb, trat er durch die Tür ein. Falls er gefragt wurde, konnte er glaubhaft versichern, dass er sich nach Rasierklingen erkundigt habe. Der Ladenbesitzer hatte gerade eine Petroleumlampe angezündet, die einen unsauberen, aber anheimelnden Geruch verbreitete. Er war ein etwa 70-jähriger Mann, gebrechlich und vornüber gebeugt, mit einer langen, gutmütigen Nase und milden Augen, die von den dicken Brillengläsern ganz verzerrt wurden. Sein Haar war fast weiß, aber seine Augenbrauen waren buschig und noch dunkel. Seine Brille, seine zarten, umständlichen Bewegungen und seine altmodische schwarze Samtjacke verliehen seine Erscheinung einen intellektuellen Anstrich, als sei er Literat oder vielleicht Musiker. Ich erkannte sie schon auf der Straße, sagte er sofort. Sie sind der Herr, der das Poesiealbum gekauft hat. Das war ein herrliches Papier, wirklich herrlich. Sogenanntes Crempapier, so sagte man früher. So ein Papier wird nicht mehr hergestellt, seit, oh ich möchte sagen, seit 50 Jahren. Er sah Winston über seine Brillengläser hinweg an. Kann ich Ihnen mit etwas Bestimmtem dienen oder wollen Sie sich nur eben mal umsehen? Ich kam gerade vorbei, sagte Winston zögernd, wollte nur eben mal hineinschauen. Ich suche nichts Bestimmtes. Umso besser, sagte der andere, denn ich glaube, ich hätte Sie nicht zufriedenstellen können. Er machte eine entschuldigende Bewegung mit seiner weichen Hand. Sie sehen ja selbst, der Laden ist leer, möchte man sagen. Unter uns gesagt, der Antiquitätenhandel ist so gut wie erledigt. Keine Nachfrage mehr und auch kein Angebot. Möbel, Porzellan, Glas. Alles geht langsam in die Brüche. Und die Metallgegenstände sind natürlich größtenteils eingeschmolzen worden. Ich habe seit Jahren keinen Messingleuchter mehr gesehen. Das enge Ladeninnere war in Wirklichkeit ungemütlich vollgekramt, aber es gab fast keinen Gegenstand von dem geringsten Wert darin. Der freie Raum auf dem Fußboden war sehr beschränkt, da rings an den Wänden entlang zahllose verstaubte Bilderrahmen aufgeschichtet waren. Im Schaufenster standen Tragbrettchen voll Schrauben und Nägeln, abgenutzten Meißeln, Federmessern mit abgebrochenen Klingen, verrosteten Uhren, die wohl niemals wieder gehen würden, und dem verschiedenartigsten Schund. Nur auf einem Tischchen in einer Ecke lag allerlei netter Krimskram, lackierte Schnupftabaksdosen, Achatbroschen und dergleichen. Dinge, die so aussahen, als könnte sich etwas Interessantes darunter befinden. Als Winston zu dem Tischchen hinüberschlenderte, fiel sein Blick auf einen runden, glatten Gegenstand, der sanft im Lampenlicht schimmerte, und er nahm ihn in die Hand. Es war ein schweres Stück Glas, auf der einen Seite abgerundet, auf der anderen flach, also fast eine Halbkugel. Ein besonders weicher Ton, als wäre es aus Regenwasser, haftete sowohl der Farbe wie der Beschaffenheit des Glases an. In seinem Innern war, durch die runde Oberfläche vergrößert, ein seltsames, rosafarbenes, gebogenes Gebilde zu sehen, das an eine Rose oder Seeanemone erinnerte. Was ist das? fragte Winston entzückt. Eine Koralle, sagte der alte Mann. Sie muss aus dem Indischen Ozean stammen. Man pflegte sie gleichsam, ins Glas einzubetten. Das wurde vor über 100 Jahren so gemacht. Vielleicht schon vor längerer Zeit, nach ihrem Aussehen zu schließen. Es ist ein sehr schöner Gegenstand, meinte Winston. Etwas sehr Schönes, sagte der andere anerkennend. Heutzutage gibt es nicht viele Dinge, von denen man das sagen könnte. Er hustete. Nun, sollten Sie es zufällig kaufen wollen, so überlasse ich es Ihnen für 4 Dollar. Ich kann mich einer Zeit erinnern, wo ein solches Stück 8 Pfund gebracht hätte. Und damals waren 8 Pfund? Nun, ich kann es nicht umrechnen, jedenfalls eine Menge Geld. Aber wer hat heutzutage noch etwas übrig für echte Antiquitäten? Für die wenigen, die es noch gibt. Winston bezahlte sofort die 4 Dollar und steckte den begehrten Gegenstand in seine Tasche. Was ihn daran fesselte, war nicht so sehr seine Schönheit, sondern ein gewisses Etwas, das ihm anhaftete und darauf hinzudeuten schien, dass er einem anderen, grundverschiedenen Zeitalter angehörte. Das weiche, regenwasserartige Glas war nicht wie gewöhnliches Glas, und er hatte so etwas noch nie gesehen. Der Gegenstand war durch seine offenbare Nutzlosigkeit doppelt anziehend, obwohl er erraten konnte, dass er vermutlich einmal als Briefbeschwerer gedacht war. Er wog sehr schwer in seiner Tasche, aber zum Glück bauschte er sie nicht sehr auf. Es war auffallend, sogar kompromittierend für einen Parteimitglied, dergleichen in seinem Besitz zu haben. Alles Alte und damit alles Schöne war immer ein wenig verdächtig. Der alte Mann war merklich liebenswürdiger geworden, nachdem er die 4 Dollar bekommen hatte. Winston wurde klar, dass er sich auch mit drei oder sogar zwei zufrieden gegeben hätte. Oben ist noch ein anderes Zimmer, das Sie vielleicht gerne besichtigen möchten, sagte er. Es steht nicht viel drin. Nur ein paar Möbelstücke. Wenn wir hinaufgehen, wird eine Lampe als Beleuchtung genügen. Er zündete eine andere Lampe an und ging mit gebeugtem Rücken voran die steile, ausgetretene Treppe hinauf und weiter durch einen winzigen Flur in ein Zimmer, das keinen Ausblick auf die Straße, sondern auf einem gepflasterten Hof und einen Wald von Schornsteinen hatte. Winston bemerkte, dass die Möbel noch so aufgestellt waren, als wäre das Zimmer bewohnt. Ein Teppichstreifen lag auf dem Fußboden. Ein paar Bilder hingen an den Wänden und ein tiefer, durchgesessener Lehnstuhl war an den offenen Kamin gerückt. Eine altmodische Standuhr unter einem Glassturz und mit einem zwölfer Zifferblatt tickte auf dem Kaminsims. Unter dem Fenster stand, fast ein Viertel des Zimmers einnehmend, ein riesiges Bett, auf dem noch die Matratzen lagen. Wir wohnten hier, bis meine Frau starb, sagte der alte Mann, halb um Entschuldigung bittend. Jetzt verkaufe ich die Möbel eins nach dem anderen. Das hier ist ein prachtvolles Mahagonibett, oder es wäre jedenfalls prächtig, wenn man die Wanzen herausbekommen könnte, aber sie werden vermutlich finden, dass es zu viel Platz einnimmt. Er hielt die Lampe hoch, um den ganzen Raum zu beleuchten, und in dem warmen, gedämpften Licht sah das Zimmer merkwürdig einladend aus. Durch Winstons Kopf huschte der Gedanke, dass es vermutlich ganz leicht sein würde, das Zimmer für ein paar Dollar in der Woche zu mieten, wenn man nur die Gefahr auf sich zu nehmen wagte. Es war ein toller, unmöglicher Einfall, den er gleich darauf wieder fallen ließ, aber das Zimmer hatte in ihm so etwas wie Heimweh, eine Art alter Erinnerung geweckt. Es kam ihm vor, als wüsste er genau, wie man sich fühlte, wenn man in einem solchen Zimmer im Lehnstuhl neben einem offenen Feuer saß, mit den Füßen gegen das Kamingitter und einem Teekessel auf dem Kaminbord. Ganz allein, ganz sicher, ohne jemand, der einen beobachten, ohne eine Stimme, die einen verfolgen konnte. Kein anderer Laut als das Summe des Kessels und das freundliche Ticken der Uhr. Und keinen Televisor, murmelte er unwillkürlich. Oh, sagte der alte Mann, ich habe nie eins von diesen Dingern besessen. Zu teuer. Ich habe offenbar auch nie ein Bedürfnis danach verspürt. Dort drüben in der Ecke sehen Sie ein hübsches Klapptischchen. Sie müssen allerdings neue Scharniere anbringen, wenn Sie es aufgeklappt benutzen wollen. In der anderen Ecke stand ein kleines Bücherregal, auf das Winston bereits losgesteuert war. Es enthielt nichts als Schund. Das Auskämmen und Vernichten der Bücher war in den Prolisvierteln mit der gleichen Gründlichkeit wie in allen anderen besorgt worden. Es war höchst unwahrscheinlich, dass es irgendwo in Ozeanien noch ein Exemplar eines vor 1960 gedruckten Buches gab. Noch immer die Lampe in den Händen, stand der alte Mann vor einem Bild in einem Rosenholzrahmen, das auf der anderen Seite des Kamins hing, dem Bett gegenüber. Falls Sie zufällig Interesse an alten Stichen haben sollten, fing er vorsichtig an. Winston trat näher, um das Bild genauer zu betrachten. Es war der Stahlstich eines ovalen Gebäudes mit rechtwinkligen Fenstern und einem kleinen Turm in der Mitte. Ein Eisengitter lief um das ganze Gebäude und im Hintergrund war offenbar eine Art Standbild. Winston betrachtete es einige Augenblicke. Es kam ihm irgendwie bekannt vor, wenn er sich auch an das Standbild nicht erinnern konnte. Der Rahmen ist an der Wand befestigt, sagte der alte Mann, aber ich kann ihn losschrauben. Ich kenne das Gebäude, sagte Winston schließlich. Es ist heute eine Ruine. Es steht mitten auf der Straße vor dem Justizpalast. Stimmt, beim großen Gerichtshof. Es wurde verbombt im Jahre, ach, vor vielen Jahren. Es ist einmal eine Kirche gewesen. St. Clemens Dane hieß sie. Er lächelte, wie um Verzeihung heischend, als sei er sich bewusst, etwas leicht Lächerliches zu sagen und fügte hinzu, Oranges and Lemons say the bells of St. Clemens. Was soll das bedeuten, fragte Winston. Ei nun, Oranges and Lemons say the bells of St. Clemens. Das war ein Abzählreim, den wir sangen, als ich noch ein kleiner Junge war. Wie er weitergeht, erinnere ich mich nicht. Ich weiß nur, dass es am Schluss heißt, Here comes a candle to light you to bed. Here comes a chopper to chop off your head. Es war so eine Art Ringelrein. Die Kinder hielten die Arme hoch, damit man drunter durchgehen konnte. Und wenn man zu Here comes a chopper to chop off your head kam, ließen sie die Arme sinken und man war gefangen. Es waren lauter Namen von Kirchen. Alle Londoner Kirchen kamen drin vor. Die bekanntesten, meine ich. Winston fragte sich, aus welchem Jahrhundert die Kirche stammte. Es war immer schwierig, das Zeitalter eines Londoner Gebäudes zu bestimmen. Alles Große und Eindrucksvolle wurde, wenn es einigermaßen neu aussah, automatisch als ein Neubau der Revolution in Anspruch genommen. Während alles, was offenkundig früheren Datums war, einer dunklen und unbestimmten Epoche zugeschrieben wurde, die man als Mittelalter bezeichnete. Von den Jahrhunderten des Kapitalismus wurde so getan, als hätten sie nichts von irgendwelchem Wert hervorgebracht. Von der Architektur konnte man ebenso wenig Geschichte ablesen wie aus den Büchern. Statuen, Inschriften, Denkmäler, Straßennamen. Alles, was Licht auf die Vergangenheit werfen konnte, war systematisch abgeändert worden. Ich wusste gar nicht, dass es eine Kirche war, sagte Winston. Es stehen in Wirklichkeit noch eine ganze Menge Kirchen, sagte der alte Mann, wenn sie auch anderen Zwecken zugeführt wurden. Wie ging doch jetzt gleich dieser Reim weiter? Ach, ich hab's. Sehen Sie, soweit bringe ich's zusammen. Ein Farting war eine kleine Kupfermünze, ungefähr wie ein Cent. Wo stand St. Martins? fragte Winston. St. Martins, es steht noch, am Victory Square, neben der Bildergalerie. Ein Gebäude mit einer Art dreieckiger Vorhalle, einem Säulenvorbau und großen, breiten Stufen, die hinaufführen. Winston kannte das Gebäude gut. Es war ein Museum für die Ausstellung von verschiedenartigem Propagandamaterial. Von verkleinerten Modellen von Raketengeschossen, schwimmenden Festungen, Wachsnachbildungen feindlicher Gräueltaten und dergleichen. St. Martins in the Field wurde die Kirche damals immer genannt, ergänzte der alte Mann, obwohl ich mich an keine Felder in dieser Gegend erinnern kann. Winston kaufte das Bild nicht. Es wäre als Besitztum sogar noch belastender gewesen als der gläserne Briefbischwärer und unmöglich nach Hause zu tragen, wenn man es nicht aus dem Rahmen herauslöste. Aber er blieb noch ein paar Minuten und unterhielt sich mit dem alten Mann, der übrigens, wie er herausfand, nicht Weeks hieß, wie man nach der Aufschrift auf dem Ladenschild hätte annehmen können, sondern Sherrington. Herr Sherrington stellte sich heraus, war ein Witwer von 63 und hatte 30 Jahre lang in diesem Laden gewohnt. Diese ganze Zeit über hatte er die Absicht gehabt, den Namen über dem Schaufenster zu ändern, war aber doch nie dazu gekommen. Während ihrer ganzen Unterhaltung wollte Winston der nur halb erinnerte Kinderreim nicht aus dem Kopf gehen. Oranges and lemons, say the bells of St. Clements. You owe me three fartings, say the bells of St. Martins. Es war seltsam. Wenn man es vor sich hin sagte, hatte man die Illusion, tatsächlich Glocken läuten zu hören. Die Glocken eines verschollenen London. Das doch noch da oder dort, ganz entstellt und vergessen, vorhanden war. Von einem geisterhaften Kirchturm nach dem anderen glaubte er, das Geläut zu hören. Dabei hatte er, so viel er sich erinnern konnte, in Wirklichkeit noch nie im Leben Kirchenglocken läuten hören. Er verabschiedete sich von Herrn Sherrington und stieg allein die Treppe hinunter, um dem alten Mann nicht merken zu lassen, dass er erst einen forschenden Blick auf die Straße warf, ehe er aus der Tür trat. Er hatte innerlich bereits beschlossen, nach einer entsprechenden Wartezeit, vielleicht nach einem Monat, das Risiko auf sich zu nehmen und den Laden nochmals zu besuchen. Es war vielleicht nicht gefährlicher, als einen Gemeinschaftsabend zu schwänzen. Die eigentliche Tollkühnheit war gewesen, überhaupt noch einmal hierher zu kommen, nachdem er das Diarium gekauft hatte und nicht wissen konnte, ob man dem Ladeneigentümer trauen durfte. Aber sei es drum. Ja, er dachte noch einmal, er würde wiederkommen. Er würde andere Reste von schönem Tant kaufen. Er würde den Stich von St. Clement's Dane erstehen, ihn aus dem Rahmen nehmen und unter der Bluse eines Trainingsanzugs versteckt nach Hause tragen. Er würde auch noch die übrigen Strophen dieses Kinderreims aus Herrn Sherringtons Gedächtnis herauslocken. Sogar der wahnwitzige Plan, das Zimmer im Obergeschoss zu mieten, durchzuckte für einen Augenblick seinen Kopf. Fünf Sekunden vielleicht machte ihn seine Hochstimmung unvorsichtig und er trat, ohne auch nur vorher zur Sicherung einen Blick durchs Fenster zu werfen, hinaus auf die Straße. Er hatte sogar zu einer improvisierten Melodie zu Summen angefangen. Oranges and lemons, say the bells of St. Clements, you owe me three fartings, say the... Plötzlich erstarrte sein Herz zu Eis und seine Knie wurden wachsweich. Eine Gestalt im blauen Trainingsanzug kam ihm, keine zehn Meter entfernt, auf der Straße entgegen. Es war das Mädchen von der Literaturabteilung, das Mädchen mit dem dunklen Haar. Die Beleuchtung war schlecht, aber er konnte sie ohne weiteres erkennen. Sie blickte ihm gerade ins Gesicht und ging dann rasch weiter, als habe sie ihn nicht bemerkt. Ein paar Sekunden war Winston wie gelähmt und konnte keinen Fuß vor den anderen setzen. Dann bog er nach rechts ab und schritt rasch aus, ohne im ersten Augenblick zu merken, dass er in der verkehrten Richtung ging. Eines stand jedenfalls fest. Es gab keine Zweifel mehr, dass das Mädchen ihm nachspionierte. Sie musste ihn verfolgt haben, denn es war nicht glaubhaft, dass sie aus reinem Zufall am gleichen Abend durch die gleiche obskure Hintergasse kam, kilometerweit von allen Vierteln entfernt, in denen Parteimitglieder wohnten. Es wäre ein zu großer Zufall gewesen. Ob sie wirklich eine Agentin der Gedankenpolizei oder lediglich ein von übertriebenem Diensteifer inspirierter Amateurspitzel war, blieb sich so ziemlich gleich. Es genügte, dass sie ihn beobachtete. Vermutlich hatte sie ihn auch in die Kneipe hineingehen sehen. Ihm wurde das Gehen schwer. Der gläserne Gegenstand in seiner Tasche schlug bei jedem Schritt an seine Hüfte und er dachte halb und halb daran, ihn herauszuziehen und wegzuwerfen. Das Schlimmste waren seine Leibschmerzen. Ein paar Augenblicke lang hatte er das Gefühl, er würde sterben, wenn er nicht bald eine Toilette erreichte. Doch in einem solchen Viertel gab es wohl keine öffentlichen Bedürfnisanstalten. Dann lösten sich die Krämpfe und ließen nur einen dumpfen Schmerz zurück. Die Straße war eine Sackgasse. Winston blieb stehen und überlegte ein paar Sekunden unschlüssig, was er tun sollte. Dann kehrte er um und ging den Weg zurück. Im Kehrtmachen fiel ihm ein, dass das Mädchen erst vor drei Minuten an ihm vorbeigekommen war und er sie laufen vermutlich einholen konnte. Er konnte sich an ihre Fersen heften, bis sie eine verlassene Gegend erreicht hatten und ihr dann mit einem Pflasterstein den Schädel einschlagen. Der Glasgegenstand in seiner Tasche war schwer genug dazu. Aber er ließ diese Idee sofort wieder fallen, denn schon der Gedanke an irgendeine körperliche Anstrengung war ihm unerträglich. Er brachte es einfach nicht fertig zu laufen und zu einem Schlag auszuholen. Außerdem war sie jung und kräftig und würde sich verteidigen. Er dachte auch daran, noch zum Gemeinschaftshaus zu eilen und dort bis zur Sperrstunde zu bleiben, um sich wenigstens ein teilweises Alibi für den Abend zu verschaffen. Aber auch das war unmöglich. Eine tödliche Ermattung hatte sich seiner bemächtigt. Er wollte nichts weiter als raschestens nach Hause gehen, sich hinsetzen und ausruhen. Es war nach 22 Uhr, als er seine Wohnung erreichte. Um 23 Uhr 30 würde der Lichtstrom von der Hauptleitung her abgeschaltet werden. Er ging in die Küche und goss fast eine ganze Teetasse voll Victory Gin hinunter. Dann ging er zu dem Tisch in der Nische, setzte sich und zog das Tagbuch aus der Schublade. Aber er schlug es nicht sofort auf. Aus dem Televisor kreischte eine blecherne Frauenstimme ein patriotisches Lied. Er saß da und starrte in dem Versuch, die Stimme aus seinem Bewusstsein auszuschalten, den marmorierten Buchdeckel an. Nachts holten sie einen, immer in der Nacht. Das richtigste war, sich umzubringen, ehe sie einen abholten. Zweifellos gab es Menschen, die das taten. Viele Fälle von Verschwinden waren in Wirklichkeit Selbstmorde. Aber man brauchte den Mut der Verzweiflung, um sich in einer Welt, in der Feuerwaffen oder ein rasch und sicher wirkendes Gift vollkommen unmöglich zu beschaffen waren, selbst zu töten. Er dachte mit Staunen an die biologische Sinnlosigkeit von Schmerz und Angst, an den erbärmlichen Verrat des menschlichen Körpers, der immer genau in dem Augenblick in Schwäche verfällt, in dem man von ihm eine besondere Anstrengung benötigt. Er hätte das dunkelhaarige Mädchen zum Schweigen bringen können, wenn er nur rasch genug gehandelt hätte, aber gerade infolge der Größe der ihm drohenden Gefahr hatte er die Fähigkeit zum Handeln verloren. Es kam ihm zu Bewusstsein, dass man in Momenten höchster Gefahr nie gegen einen von außen kommenden Feind ankämpft, sondern immer nur gegen den eigenen Körper. Sogar jetzt, trotz des Dschins, machte der dumpfbohrende Schmerz in seinem Bauch ein zusammenhängendes Denken unmöglich. Und in allen scheinbar heldischen oder tragischen Lagen erkannte er, ist es das Gleiche. Auf dem Schlachtfeld, in der Folterkammer, auf einem untergehenden Schiff, werden die entscheidenden Dinge, um deren Willen man kämpft, immer vergessen, weil der Körper sich vordrängt, bis er die ganze Welt ausfüllt. Und selbst, wenn man nicht vor Angst gelähmt ist oder nicht vor Schmerz aufschreit, ist das Leben immer ein Kampf, von einem Augenblick zum anderen, gegen Hunger oder Kälte oder Schlaflosigkeit, gegen einen verdorbenen Magen oder einen schmerzenden Zahn. Er schlug sein Tagebuch auf. Es war wichtig, jetzt etwas niederzuschreiben. Die Frau im Televisor hatte ein neues Lied angestimmt. Ihre Stimme schien sein Gehirn wie zackige Glassplitter zu durchbohren. Er versuchte an O'Brien zu denken, für den, an den er sein Tagebuch geschrieben hatte. Aber stattdessen begann er darüber nachzudenken, was mit ihm geschehen würde, nachdem ihn die Gedankenpolizei abgeführt hatte. Es wäre ja nicht so schlimm, wenn sie einen gleich umbrechten. Man war darauf gefasst, getötet zu werden. Aber vor dem Tod, niemand sprach von diesen Dingen, und doch wusste sie jeder, kam erst das unvermeidliche Erpressen von Geständnissen, das Herumkriechen auf dem Boden und das Umgnade flehen, das Krachen zermalmter Knochen, die eingeschlagenen Zähne und die blutigen Haarbüschel. Warum musste man das durchmachen, da doch das Ende immer das gleiche war? Warum war es nicht möglich, ein paar Tage oder Wochen aus seinem Leben einfach zu streichen? Niemand entging jemals der Entdeckung, und niemand hatte je verfehlt, ein Bekenntnis abzulegen. Hatte man erst einmal ein Gedankenverbrechen begangen, so war es sicher, dass man nach einer bestimmten Zeit tot war. Warum musste einen dann dieses Entsetzliche, das doch nichts änderte, im Schoße der Zukunft erwarten? Er versuchte, mit ein wenig mehr Erfolg als zuvor, sich das Bild O'Briens vorzustellen. Wir werden uns wiedersehen, wo keine Dunkelheit herrscht, hatte O'Brien zu ihm gesagt. Er wusste, was das bedeutete, oder glaubte es zu wissen. Der Ort, an dem keine Dunkelheit herrscht, war die erträumte Zukunft, die man nie erleben würde, deren man aber durch Vorausschau in geheimnisvoller Weise teilhaftig werden konnte. Aber während die Stimme aus dem Televisor ihm die Ohren volldröhnte, konnte er den Gedankengang nicht weiter verfolgen. Er steckte sich eine Zigarette an. Prompt fiel die Hälfte des Tabaks heraus auf seine Zunge, ein bitter schmeckender Staub, der sich nur schwer wieder ausspucken ließ. In Gedanken schwebte ihm das Gesicht des großen Bruders vor und verdrängte das O'Briens. Genau wie er es vor ein paar Tagen getan hatte, zog er eine Münze aus der Tasche und betrachtete sie. Das Gesicht starrte zu ihm empor. Ernst, ruhig, beschützend. Doch welches Lächeln mochte sich hinter dem dunklen Schnurrbart verbergen? Krieg bedeutet Frieden. Freiheit ist Sklaverei. Unwissenheit ist Stärke. Wie Grabgeläute fielen ihm wieder diese Worte ein. Wie Grabbeläute fielen ihm wieder die Karte macht. Wie, grabbeläute fielen ihm wieder diese Worte ein. Untertitelung des ZDF, 2020